Ja, lieber Herr Lorenz, ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Man sieht es, ein voll gefüllter Saal mit total spannenden Persönlichkeiten dabei. Ich freue mich, Sie und euch alle hier zu sehen, auch auf die Gespräche und die vielen Impulse, die kommen werden. Das Thema Digitalisierung, auch Digitalisierung im öffentlichen Raum, ist nach wie vor, ich sag mal, in der Herzkammer der Regierungsarbeit, aber man muss ganz klar sagen, es ist absolut kein Selbstläufer. Wir kommen in Haushalte rein, die schwieriger werden. Alleine, wenn ich mir den Bundeshaushalt anschaue, der im nächsten Jahr 20 Milliarden kleiner sein wird, wenn ich mir anschaue, dass wir im Bereich der Gesetzgebung große Anstrengungen gemeinsam unternehmen müssen, um auch Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln, wenn ich mir anschaue, was wir bei der Infrastruktur vor uns haben, mit Cloud-Infrastrukturen und auch den Netzen und allem, was dazugehört. Wir haben das Thema Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, von denen viele Unternehmen, ich sag mal, eigentlich darauf angewiesen sind und abhängig sind, dass sie auch digital laufen. Wir haben das Thema Sicherheit in einer Art und Weise, wie es noch mal sehr präsent geworden ist, auch gerade durch den Angriffskriegs Russland gegenüber der Ukraine, aber vor allem auch mit Blick auf Kriminalität im Cyberraum und das ganze Thema Transformation der Verwaltung, was nur gemeinsam mit der Wirtschaft mit Start-ups Hand in Hand gehen kann. Zu all diesen Themenbereichen kann man jetzt wahnsinnig viel sagen. Wir haben sehr viel auf dem Programm, das diese Themenbereiche adressiert. Es sind schwierige Zeiten, aber ehrlich gesagt, schwierige Zeiten rufen nach kreativen Lösungen, nach Pragmatismus, nach Zusammenwirken, ist immer eine Chance des Gestaltens und deswegen freue ich mich, dass zusammen mit den Bundesländern, mit den Kommunalen Spitzenverbänden alles sehr Hand in Hand geht. Ja, ich würde mir auch manchmal wünschen, wo ist der Knopf, auf den man drückt und dann passiert der große Knall und wir haben auf einmal ein völlig anderes System, sage ich mal, im Föderalismus vielleicht und unter Einbindung aller Beteiligten, wo man Ende zu Ende einfach sozusagen freistalten und gewalten kann. So einfach ist Deutschland nicht. Wir haben eine gewachsene, sehr diverse Landschaft von Fachprozessen, von singulären Lösungen, die man nicht einfach so abschalten kann. Ich glaube, wir brauchen mehr Mut zum Abschalten, ganz klar. Wir brauchen mehr verbindende Basiskomponenten, aber ich bin jemand, der dafür steht, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken und auf das Große warten, sondern im Tun gucken, welche Weichenstellungen wir nehmen, damit es leichter wird. Dazu gehört das Schriftformerfordernis, was wir jetzt praktisch im digitalen Raum abschaffen. Für Verwaltungsleistungen dazu gehören, aber auch die Fragen der Standardisierung. Dazu gehört das Thema Datenschutz, wie wir das Zusammenwirken erleichtern. Und ich freue mich jetzt einfach auf die Veranstaltung, auf die Gespräche mit Ihnen, mit euch und auf das gemeinsame Wirken, weil von so einem Treffen wie heute geht natürlich auch ein starker Impuls davon aus, dass wir faktisch und so, wenn ich die Gesichter sehe, ja auch dafür stehen, dass wir klar nach außen sagen, wir als Community und diejenigen, die Bedarfsträger sind, wir arbeiten Hand in Hand und lassen Wirklichkeit werden, indem wir einfach faktisch, pragmatisch in diesen Rahmenbedingungen nach vorne gehen. Vielen Dank. Ich weiß, dazu manchmal ein dicker Atem gehört und auch ein dickes Fell sozusagen, aber vielen Dank für das gemeinsame Wirken und ich freue mich auf den weiteren Austausch jetzt. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich als Moderator der ersten Veranstaltung. Herr Lorenz hat gesagt, da sind zwar sieben Leute, aber wir haben so wenig Zeit, Sie kriegen das irgendwie hin. Ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen, immer die Aufgaben, die Sie mir so kurzfristig hier zumessen. Ansonsten sage ich erst mal, ich freue mich hier wieder vor so vielen Menschen zu stehen, Sie in einem Saal zu sehen, dass wir das endlich wieder können. Ich glaube, das ist immer noch schön. Ich will jetzt nicht erinnern und ich habe das fast vergessen, was da in der Zwischenzeit gewesen ist, aber gut, dass diese Zeit vorbei ist und gut, Herr Lorenz, dass Sie den Mut haben, das wieder so zu machen. Ich finde, da können wir Ihnen nochmal für danken, oder? Also, in dieser ersten Runde, die kurz und knapp 20 Minuten ist, werden wir Ihnen die verschiedenen Aspekte dessen zeigen, ja, was hier in den nächsten drei Tagen passiert. Herr Lorenz hat schon gesagt, wie viel da an Input kommt und vor allen Dingen nicht nur an Input kommt, sondern wo Sie selbst teilhaben können und ich glaube, das ist ja das ganz Wichtige an diesem Kongress. Als erstes, deshalb bitte ich Boris von Klebowski kurz zu mir, kommen Sie hier zu mir, wir machen das von hier. Auch Sie ganz herzlich willkommen. Ja, Sie sind ja einer derjenigen, der seit zehn Jahren dabei ist und jetzt hier neue Location. Was haben Sie gedacht heute Morgen, als Sie hier angekommen sind? Ich kenne die Location ja seit vielen Jahren aus anderen Zusammenhängen und das ist ein toller Ort, der Tradition und Aufbruch symbolisiert. Hier haben die Koalitionsverhandlungen für diese Regierung stattgefunden, ja, auch sehr erfolgreich abgeschlossen worden. Und insofern, das atmet hier den Geist des Neuen. Wir freuen uns riesig, als Hauptpartner der ersten Stunde wieder dabei zu sein. Und ich möchte ganz herzlich nicht nur dem BMI als Schirmherrn danken, dass Sie das wieder mit uns möglich machen, sondern speziell auch den anderen Partnern und dem Team von Oliver Lorenz mit Wegweiser, aber auch unserem Gastgeber hier im Westhaven Convention Center, Thorsten Schamall und seinem Team von 40 Second. Ihr seid großartige Gastgeber, wir freuen uns. Und wenn ich Sie jetzt, genau, Sie dürfen ruhig klatschen, genau. Und wenn ich jetzt die Worte nochmal von Herrn Richter auf mich wirken lasse, was haben Sie für eine inhaltliche Erwartung? Dass wir die beginnen, die Digitalwüste Deutschland urbar zu machen. Wir hatten es ja gestern in der FAZ am Sonntag wieder einen großen Artikel dazu. Das Thema kommt immer stärker auf die politische Agenda, ist nun wirklich im Fokus. Wir müssen es einfach machen. Geredet haben wir immer viel, wenn von hier aus Impulse ausgehen, dass wir es auch endlich mal ins große Laufen bringen. Dann würde ich mich freuen. Ganz herzlichen Dank, wir werden das hinkriegen. Sie bleiben bei uns in der Runde. Dankeschön. Als nächstes darf ich Frau Kalaici zu mir bitten. Wir kennen Sie aus der Politik, jetzt sind Sie hier für E-P-A-M. Ich muss das immer noch nachgucken mit diesem E-P-A-M. Okay, also wir sind hier für E-P-A-M, diese Abkürzungen, da habe ich es nicht. So, welche Erwartungen haben Sie heute hier? Ja, wir sind tatsächlich das erste Mal als Partner dabei. Und Herr Lorenz, diese wunderbare Veranstaltung mit diesem tollen Publikum unterstützen wir natürlich sehr, sehr gerne als Technologieunternehmen. Tatsächlich haben wir das große Interesse, was uns hier wahrscheinlich alle eint, dass der technologische Fortschritt und die moderne Technologie, die da ist und überall eingesetzt wird, auch im Bereich Verwaltung und Staat stärker eingesetzt wird, um mehr Nutzen zu generieren für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Beschäftigten im öffentlichen Sektor. Wir bringen da einige Themen mit. Als erstes, auch aus meiner Erfahrung aus der Politik, die digitale Kompetenz in der Verwaltung. Herr Richter wird nicht müde, das immer zu unterstreichen, dass nicht nur in den IT-Abteilungen moderne Technologie Kenntnisse sein muss, sondern auch in den Fachbereichen. Da können wir als Technologieunternehmen sehr viel beitragen, zum Beispiel, wenn wir IT-Dienstleistungen machen, Software entwickeln, dass wir Wissenstransfer gleich mit implementieren oder eben, wenn so ein Campus-Grupp uns entsprechend auch beteiligen. Wir haben auch zwei inhaltliche Themen mitgebracht. Das ist einmal das Thema Multi-Cloud-Strategie. Ich denke, das ist eines der größten Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Government. Wir wollen in einem Forum tatsächlich diskutieren, dass es nicht nur um Technologie geht, nicht nur um eine gute Multi-Cloud-Organisation, sondern dass es auch um den Kulturwandel geht. Man muss die Organisation gut vorbereiten und mitnehmen, damit es zum Erfolg wird. Und das letzte Thema, was wir mitgemacht haben, ist das Thema Open Source. Wir sind auf dem internationalen Ranking auf Platz 24. Wir leben Open Source, haben eine starke Kultur und das würden wir gerne im Bereich E-Government mit einbringen. Wenn ich Sie jetzt frage als einen Menschen, der natürlich eigene politische Erfahrungen hat und der jetzt den Wechsel gemacht hat. Herr Richter hat vorhin von dem Mut gesprochen, an der einen oder anderen Stelle mal mehr Mut zu haben. Ist das eine der wichtigen Voraussetzungen, gerade hier in Deutschland? Ja, Mut ist wichtig, aber eben auch mehr Begegnungsorte. Also zum Beispiel GovDigital oder GovCampus. Ich denke, wir brauchen in jeder Verwaltung, in jedem Ministerium was Ähnliches. Also solche Begegnungsräume, wo Technologieexperten und Fachexperten ganz natürlich im Alltag zusammenkommen, dass sie sich austauschen, Wissen austauschen und dadurch auch Innovation aus der Verwaltung heraus entsteht. Das tatsächlich wäre eine interessante neue Strukturmaßnahme, aber das müsste man flächendeckend machen. Herzlichen Dank. Auch Sie bleiben bei uns in der Runde. Und jetzt darf ich Herrn Richter noch mal kurz zu mir bitten. Herr Richter, genau, der Beifall ist für Sie. Herr Richter, Sie haben das so schön gesagt, wir brauchen manchmal ein bisschen mehr Mut. Wo fängt das an? Mut oben, unten oder eben auf allen Seiten? Haben die Menschen die Freiheit, diesen Mut auch auszuleben? Also ich bin überzeugt davon, dass das für uns keine neue Erkenntnis ist, dass man Mut braucht. Was meint es? Wann braucht man Mut? Man braucht dann Mut, wenn man sich in eine Grauzone hinein begibt, wo es Risiken gibt, wo das Risiko zwar sichtbar ist, aber man bewusst entscheidet, wir gehen dieses Risiko ein, weil wir nach vorne gehen. Und dieses Thema stellt sich in allen Ebenen. Das fängt sozusagen natürlich oben an, wo man Rahmenbedingungen weiterentwickelt, damit man das Risiko ein bisschen minimiert für diejenigen, die das täglich machen. Und ich lade dazu ein und rufe auch dazu auf, von Entscheidungsspielräumen Gebrauch zu machen, mit Blick auf Pragmatismus und Lösungen, die beizubringen sind. Und das ist auch so eine Mindset-Frage. Deswegen ist mir auch wichtig, mit der Digitalakademie zum Beispiel genau solche Skills auch zu adressieren. Denn wenn wir von digitalen Fähigkeiten sprechen, dann sprechen wir eigentlich von Fähigkeiten in einer sich verändernden Welt. Das hat erstmal nichts mit IT zu tun, sondern mit der Frage, wie gehe ich mit solchen Unwägbarkeiten um? Ganz herzlichen Dank. Da können wir nur zustimmen. Und ich danke allen dreien für die ersten Einsichten, die Sie uns hier vermittelt haben. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und jetzt bitte ich Kai Bender, Philipp von Helling, Sven Schmitz und Brigitte Klammroth hier zu mir auf die Bühne. Ganz herzlich willkommen. Beginne mit Ihnen, Herr Bender. Also, Sie sind hier für Oliver Weimann. Und wenn ich Sie jetzt auch am Anfang frage, ja, was geben Sie ein oder was erwarten Sie? Was ist wichtiger, das, was Sie eingeben oder was Sie erwarten? Ich hoffe, wir können schon einiges beitragen zur Diskussion. Wir alle leben in unsicheren Zeiten und das führt dazu, dass wir alle häufig so ein bisschen aufgeregt auf die Dringlichkeiten des täglichen Lebens und der Entscheidungsbedürfnisse reagieren. Denn wir wollen uns dafür stark machen, dass wir auch den strategischen Weitblick nicht vergessen. Und das hat damit zu tun, dass wir auf Risiken reagieren müssen. Langfristige Risiken, die heute schon absehbar sind. Das können geopolitische Risiken sein, Umweltrisiken sein, Cyberrisiken sein. Dazu braucht es natürlich entsprechende Infrastrukturen. Aber es braucht vor allem auch eben die Sicht nach vorne und eine gewisse Geduld und Tiefe in der Auseinandersetzung. Dafür wollen wir uns stark machen und ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen allen. Ganz herzlichen Dank dafür. Philipp, herzlichen Dank. Philipp von Heyling von AWS. Also, auch Sie, an Sie die Frage. Die Impulse, die hier von diesem Kongress ausgehen. So, auf was freuen Sie sich am meisten? Ich sehe tatsächlich den Umzug des Zukunftskongresses hier in den Westhafen als ein Zeichen für einen Aufbruch. Und hoffe, dass die Signale, die wir da draußen außerhalb des Kongresses in der wahren Welt erleben, dass diese Signale sich auch hier niederschlagen. Und zwar Signale des Fortschritts. Und dazu möchte ich ganz kurz drei Themen erwähnen. Das erste Thema ist, Cloud ist nicht gleich Cloud. Also, die Erkenntnis, dass große, selbstbetriebene Rechenzentren nicht zwingend das sind, was sogenannte Hyperscaler bieten können. Stichworte Artificial Intelligence, Machine Learning oder viele andere Services, sowie das Thema Sicherheit auf einem höchsten Niveau. Das hat man nicht zwingend überall da, wo man glaubt oder wo in der Zwischenzeit auch der Titel Cloud genutzt wird. Also, Cloud ist nicht gleich Cloud, Nummer eins. Nummer zwei, die Souveränitätsdebatte, die ich hoffe, dass sie sich genauso auch hier weiterentwickelt, wie sie es da draußen auch tut. Und zwar von der Frage, muss ich den Zaun um meine Liegenschaft spannen? Oder kann ich auch eine technologieoffene Debatte führen und den Zaun um den Rechenkern spannen? Kann also die Hyperscaler wie uns zum Beispiel von sämtlichem Zugriff ausschließen? Wäre das nicht auch eine Lösung, tatsächlich Souveränität zu gewährleisten? 14.30 Uhr heute unten in dem Raum 5 gibt es dazu von unserer Seite auch mehr. Souveränität als zweiter Punkt. Dritter und letzter Punkt, Kulturwandel. Das ist heute Morgen auch schon erwähnt worden. Ich hoffe, dass Verwaltung diesen Kulturwandel nicht nur treibt, sondern auch wirklich zulässt. Wirklich zulässt, den Leuten die Freiheiten lässt, Dinge auszuprobieren und zu erlernen. So verstehe ich die nächsten drei Tage. Ganz herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank. Dankeschön. Frau Klamroth. Brigitte Klamroth, Sie vertreten Hamburg. Und wenn ich Ihnen jetzt das Wort Registermodernisierung zurufe, also ich habe es schon mehr als einmal gehört, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem sagen Sie noch mal, was Ihnen da jetzt ganz besonders wichtig ist. Genau, ich muss erst mal richtigstellen, ich vertrete nicht Hamburg, sondern Hamburg ist ein Federführer von fünf, die die Gesamtsteuerung Registermodernisierung umsetzen. Es ist Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und der Bund. Und wir haben das BVA als registerführende Stelle natürlich auch noch mit an Bord. Das ist das größte Transformationsprojekt der Verwaltungsdigitalisierung Deutschlands. Und ohne Registermodernisierung kein Once-Only, ohne Once-Only keine zukunftstägige Verwaltung. Von daher freue ich mich, mit Ihnen in den Austausch zu gehen. Wir haben drei Podiumsdiskussionen. Da zeigen wir, welche Herausforderungen das sind, welche Bedeutung die Registermodernisierung hat. Und vor allen Dingen, wo wir jetzt stehen. Welche Artikelstruktur wir aufbauen, um die Register- und Online-Dienste zu vernetzen. Und wie wir mit Ihnen vor allen Dingen in den Austausch gehen wollen, denn es muss ja überall umgesetzt werden. Einen spannenden Austausch wünsche ich mir mit Ihnen gemeinsam. Ganz herzlichen Dank dafür. Sven Bender, der Vorletzte hier bei uns in der Runde. Und ich sage mal, wir schaffen das auch mit der Zeit. Also, Sie kommen für Visa, stehen Sie hier. Welche Impulse aus der Privatwirtschaft können Sie denn hier noch besonders eingeben? Wo sagen Sie, wer lernt eigentlich von wem? Also, ich glaube, das Ziel für uns muss einfach sein, dass seine Steuern oder Gebühren zu bezahlen letztlich genauso einfach und elegant ist, wie bei Amazon einzukaufen. Und ein anderer guter Vergleich wäre hier meine Taxifahrt mit Frinau oder wenn ich eine Pizza bei Lieferando bestelle. Na, das war aber jetzt viel Werbung auf einmal. Aber das streichen wir wieder aus dem Protokoll. Aber worauf ich hinaus will und was alle diese Beispiele, die wir ja alle aus unserem Alltag auch gut kennen, gemein haben, ist ja, dass überall tokenisierte Zahldaten einmalig an einem Nutzeraccount hinterlegt werden. Und wenn ich dann nochmal eine Leistung auf der Plattform beziehe, dann funktioniert das vollautomatisch und ich muss mich als Bürgerin oder Bürger gar nicht mehr darum kümmern. Und das ist natürlich ultimativ nutzerfreundlich. Gleichzeitig ist es aber auch super sicher, weil diese Tokens, die da verwendet werden, die können also sozusagen immer nur für diesen einen Händler verwendet werden. Das heißt, Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit gehen hier wirklich mal Hand in Hand. Und es gibt auch schon Staaten, die das praktizieren. Istland ist ein gutes Beispiel. Die nutzen also tokenisierte Zahldaten auf ihrer Plattform SDEE für alle ihre Services. Und ein Punkt, den ich noch machen möchte, ist, man kann diese Infrastruktur dann natürlich auch nutzen, um Auszahlungen zu ermöglichen. Auf eine sehr elegante Art und Weise, wenn man zum Beispiel mal an die Energiekostenpauschale für Studierende denkt. Das wäre also sehr, sehr effizient mit so einer Plattform, mit so einer Infrastruktur möglich. Und es ist eben wirklich eine Infrastruktur. Es ist jetzt kein Visa-Service, den ich bewerbe, sondern eine Infrastruktur, an der alle gängigen Zahlverfahren teilnehmen können. Und mich würde natürlich freuen, wenn am Ende möglichst viele Zahlungen über Visa abgewickelt werden. Aber schlussendlich ist hier das Entscheidende, wir können das eben der breiten Masse, einen breiten Payment-Mix verfügbar machen. Und es ist eben etwas, was technologisch auch einfach umsetzbar ist. Hauptsache, wir lernen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt haben wir noch etwas Besonderes, den Hackatron. Und Sie kriegen das Mikro alleine, dann brauche ich Ihnen das nicht hinhalten. Jetzt ist es furchtbar warm auf der Bühne hier oben. Das Mikrofon gebe ich Ihnen. Da können Sie uns vorstellen, was... Nikolai Biber ist noch da. Bitte? Okay. Genau. Der Hackatron bin ich noch nicht. Das macht die Konkurrenz sozusagen. Nee, Nikolai Biber von PwC. Und wir haben uns beim Herrn Lorenz noch mit einem Thema schnell untergemogelt als Panel. Heute Nachmittag um halb vier hier draußen auf dem Schiff. Und zwar mit dem lustigen Titel Jet, GBT und Metaverse. Jetzt, wenn Sie wahrscheinlich sagen, das ist jetzt ein bisschen arg effektheischerisch und auch vielleicht ein bisschen arg weit hergeholt. Ja, klar. Also auch wir bei PwC beschäftigen uns Tag ein, Tag aus. Hauptsächlich mit den Themen, die hier genannt wurden. Kulturwandel, entsprechend auch Registermodernisierung, OZG, Cloud, diese ganzen Themen. Aber es ist ja trotzdem wichtig, dass wir als Community, wie Markus Richter gesagt hat, uns nicht abhängen lassen. Und da müssen wir jetzt auch die Themen angehen, die übermorgen aktuell werden. Zwei davon haben wir jetzt eben rausgepickt, würden die heute Nachmittag gerne diskutieren. Und wir haben auch das Stichwort Mut hier gehört. Wir haben das vor, alles live zu machen und dazu noch auf dem Schiff. Ob es gut geht? Ja, die Wette geht wahrscheinlich dann gegen den Wettergott. Also wir sagen, das wird gut gehen, Herr Biber. Insofern ganz herzlichen Dank, Herr Höfe, dass Sie da waren. Und auch wenn es kurz war, danke ich Ihnen für die Einsichten, die Sie uns bis hier vermittelt haben. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt war ich gerade meiner Zeit schon voraus, aber das macht gar nichts. So ist das mit der Entwicklung, Herr Dinnissen. So, Hackatron, Sie haben jetzt noch einige wenige Minuten. Sagen Sie uns, was da auf uns zukommt. Bitte schön. Ja, es klang ja heute Morgen hier oder gerade eben in der Runde schon durch. Es geht vor allem darum, dass wir in die Umsetzung kommen bei der Digitalisierung. Und das wollen wir demonstrieren mit einem brandaktuellen Thema, generativer künstlicher Intelligenz. Wir haben Sie im Vorfeld zu diesem Kongress gefragt, welche Herausforderungen haben Sie in Ihrem Verwaltungsumfeld, die Sie sich vorstellen können, mit KI umzusetzen. Und das Ergebnis war überwältigend. Wir hatten über 100 Einreichungen, also das Interesse in der Verwaltung scheint groß zu sein. Das Potenzial wird gesehen. Wir haben daraus drei Anwendungsfälle selektiert, die wir Ihnen hier vorstellen. Einmal aus dem Bereich Bundesinnenministerium, die Analyse von inhaltlichen Dokumenten und dann, das ist das Besondere, die zielgruppenspezifische Aufbereitung über eine Chatfunktion. Sie kennen das bei ChatGPT wahrscheinlich schon, Sie geben so Prompts ab und kriegen dann Texte als Ergebnis zurückgeliefert. Und das hier eben jetzt besonders zielgruppenspezifisch. Wir haben einen zweiten Anwendungsfall aus dem Bereich der Bundesländer. Nordrhein-Westfalen hat das hier eingereicht. Wir sprechen über OZG-Portale, über Bürgerportale. Und anstatt hier komplizierte Anträge einzureichen in Textform, soll mit natürlicher Sprache ein solcher Antrag gestellt werden können. Und wie das funktionieren kann, wird in diesem zweiten Anwendungsfall dann simuliert. Und der dritte, last but not least, Bundesagentur für Arbeit hat angefragt, Gesetzestexte, den AI Act zum Beispiel, zu analysieren und entsprechende Folgedokumente für die weitere Arbeit in der Verwaltung automatisch zu generieren, die dann eben weiterverfolgt werden können. Das sind die drei Anwendungsfälle, die zur Auswahl stehen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen davon auszuwählen mittels Mentee. Hier ist der Code, beziehungsweise der QR-Code auch. Sie haben so 30 Sekunden Zeit. Bitte stimmen Sie ab. Und der Gewinner wird dann umgesetzt. Wir haben hinten ein Entwicklungsteam sitzen von ungefähr acht bis zehn Personen, die wirklich hier live coden über die drei Tage hinweg. Am Mittwoch werden wir das Ergebnis vorstellen in einer kurzen Präsentation. Jetzt muss ich Sie allerdings fragen, wer das jetzt nicht da oben hinkriegt, wo kann er das gleich noch machen? Erzählen Sie uns das noch. Also wenn man das von der Distanz nicht hinkriegt. Ich weiß nicht, ob das immer so funktioniert. Hier ist der Code, wenn Sie auf menti.com gehen, ist da ein manueller Code, den Sie eingeben können. So, also so digital sind wir. Das kriegen wir hin. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einsichten, die Sie uns vermittelt haben. Erstmal herzlichen Dank. Wunderbar, wir müssen noch den Gewinner kurz verkünden. Bitte? Den Gewinner nur ganz kurz noch verkünden. Wenn wir das hinkriegen, haben wir das? Kriegen wir hin. Ist die Technik so schnell? Okay. Haben wir den Gewinner? Und der Gewinner kommt aus dem Bereich der Bundesländer. Die Antragstellung mit natürlicher Sprache. Wir werden uns die anderen beiden Anwendungsfälle dann auch anschauen. Aber hier in der Konkurrenz setzen wir dieses OZG-Portal mit natürlicher Sprache um. So werden wir das machen. Ganz herzlichen Dank. Danke, Sie dürfen auch klatschen dafür, dass Sie hier so wunderbar gewählt haben. Es hat vorher Wetten gegeben, ob wir pünktlich fertig werden. Ich sage mal fast. Das ist noch nicht CT, aber so ganz drei, vier Minuten haben wir gemacht. Kollegin Ines Arland übernimmt jetzt von mir. Sie wird mich jetzt ewig dafür schlagen, dass ich ihr die drei Minuten geklaut habe oder auch nicht begrüßen Sie mit mir die Kollegin Ines Arland, die jetzt die nächste Runde machen wird. Herzlich willkommen, Frau Kollegin. Dankeschön. Lieber Herr zur Heide, ganz herzlichen Dank und schönen guten Morgen Ihnen allen. Wirklich gut gefüllt. Das kann man von dieser Stelle aus wirklich ganz besonders sagen. Sie sind hier nach wie vor beim neunten Zukunftskongress Staat und Verwaltung und das wird ansprengend. Das ist versprochen und Sie haben ja auch schon gemerkt, was Sie sozusagen hier in 20 Minuten aufnehmen müssten. Man kann anknüpfen, ein bisschen in der Geschichte, jemand, der schon länger nicht mehr unter uns ist, hat mal gesagt, ich mag lieber unbequeme Wahrheiten als bequeme Unwahrheiten. Das war der Soziologe Max Weber, der uns in verschiedener Weise geprägt ist und das ist gut so, denn genauso sollen wir es halten hier über diese drei Tage. Sie brauchen also ein bisschen Tapferkeit für den ehrlichen Befund. Wir fragen in dieser Eröffnung, in dieser Runde etwa eine Stunde lang nach dem Zusammenhang und dem Zusammenhalt in der Gesellschaft, nach Vertrauen in die Demokratie und ihre Akteure und auch ein bisschen danach, nach der Art und Weise, wie der Staat und seine Verwaltung funktioniert, denn darauf zahlt dieses Vertrauen ein, was uns alle irgendwie vereint. Drei Perspektiven aus der Politik sollen den Aufschlag machen auf die Lage in diesem Jahr 2023 mit der Hoffnung auf den unbequemen Befund. Ich schaue jetzt schon auf die ersten beiden Keynote-Speaker. Sachsen hat sich digital auf den Weg gemacht, schon vor einigen Jahren mit einem CIO, einer Digitalagentur und einer Digitalstrategie, die gerade nochmal angepasst wurde. An der Spitze des Freistaats steht seit Dezember 2017 Michael Kretschmer, der Mehrwert des Digitalen in Staat und Verwaltung. Herr Ministerpräsident, Sie haben unser Ohr und unsere ganze Aufmerksamkeit. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Ministerin Geiwitz, ich bin gern gekommen aus dem Freistaat Sachsen hierher, um zu schauen, wie sieht Verwaltung heute aus und ich sehe vor mir sehr engagierte, gutaussehende, junge Menschen, die alle voller Biss sind. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen, das wird laufen und gut, dass Sie sich hier zu Ihrem Kongress treffen und wenn Sie mögen, dann sage ich auch ein paar unbequeme Wahrheiten, aber ich will vielleicht erst mal beginnen mit etwas Positivem. Wir haben hinter uns eine schwierige Zeit von Corona, in der wir alle miteinander, glaube ich, auch ein Stück weit wieder über uns herausgewachsen sind und jetzt auch mit dem Thema Flüchtlinge, Menschen, denen wir Schutz geben aus der Ukraine, man sieht, wenn man will, wenn alle dem gleichen Ziel verpflichtet sind, dann finden wir Lösungen, dann ist dieses Land auch bereit, schnell zu handeln, pragmatisch zu handeln. Und das, finde ich, ist etwas, was wir bewiesen haben, was auch für uns spricht, in der staatlichen Verwaltung diesen sehr, sehr hohen Anteil an Homeoffice zu organisieren, diese Bereitschaft an anderen Institutionen mitzuwirken, die Fähigkeit nach einer kurzen Zeit des Schocks und der Vorbereitung so viele auch digitale Anwendungen ins Werk zu setzen, über Grenzen hinaus zu arbeiten, Schnittstellen zu organisieren. Das ist im ersten Moment nicht klar gewesen, ob das mit Corona so möglich ist. Aber wir und zum großen Teil Sie, diejenigen, die in der Verwaltung arbeiten, diejenigen, die als Dienstleister zur Verfügung stehen, Sie haben es auf die Reihe bekommen. Der Bundeskanzler hat in der vergangenen Woche zu Recht, finde ich, gelobt, wie es gelungen ist, im Bereich der Energieversorgung sehr schnell, sehr pragmatisch auch Genehmigungen zu erteilen für diese LNG-Terminals. Sein Lieblingswort ist ja in der letzten Zeit Deutschland, Tempo. Und an der Stelle muss man sagen, hat er es auch bewiesen, haben wir es auch miteinander bewiesen. Und deswegen, wenn wir sehen, dass das geht, dass das funktioniert, dass wir zu wirklich großen Dingen fähig sind, dass wir die Digitalisierung ermöglichen können, dass wir diese Anwendungen ins Werk setzen, dann sollten wir auch versuchen, das nicht nur bei diesen isolierten Beispielen zu organisieren, sondern insgesamt versuchen, als Leitgedanken für unsere digitale Verwaltung zu organisieren. Denn, meine Damen und Herren, wenn man alleine meinen Freistaat ansieht, aus dem ich komme, stellt man fest, dass bis zum Jahr 2035 38.000 Beschäftigte des Landes in den Ruhestand gehen. Das bedeutet, dass wir pro Jahr 2000 Kolleginnen und Kollegen gewinnen müssen, die bei uns tätig sind. Das ist eine Aufgabe, die schon alleine von der Größenordnung für einen Freistaat mit 4 Millionen Einwohnern eine große Aufgabe ist. Es gibt Kampagnen, es gibt einen Ausbau der Ausbildungskapazitäten im höheren und mittleren Dienst. Es gibt eine Kampagne, mach etwas Wichtiges. Und man merkt, es funktioniert schon. Der öffentliche Dienst ist ein attraktiver Arbeitgeber. Aber wir erleben auf der anderen Seite auch, wie diejenigen, die in der Privatwirtschaft tätig sind, immer mehr fragen und sagen, die Leute, die ihr einstellt, die ihr mit euren sicheren Arbeitsplätzen, mit eurer guten Bezahlung anwerbt, die fehlen uns. Geht das so weiter? Ist das wirklich am Ende erreichbar? Und natürlich sprechen wir über das Thema Fachkräftezuwanderung und auch hier ein neues Zuwanderungsrecht, was schlank ist, was modern ist, was uns wirklich auch eine andere Flexibilität gibt, ist dringend notwendig. Aber wir müssen auch darüber sprechen, ob wir tatsächlich nicht auch im Bereich der staatlichen Verwaltung zu Effizienzgewinnen kommen können. Und diese Effizienzgewinne gehen nur mit Digitalisierung. Wir sind dann sehr schnell dabei zu sprechen über die Kultur der Verwaltung, über die älteren Beschäftigten, ob die das wollen, ob die das können, ob das alles überhaupt möglich ist. Es ist auf jeden Fall notwendig, dass das Ganze vom Kopf her auch geführt und auch gewollt ist. Und deswegen haben wir im Freistaat Sachsen diesen CEO, Herrn Dr. Popp eingeführt, der bei uns die Dinge organisiert, der ein großes Vertrauen genießt, der auch viel Handlungsmacht hat. Und wir versuchen, wo immer es geht, auch vorzuleben, wir wollen das. Und trotzdem, glaube ich, wird es uns nur bis zu einem gewissen Punkt gelingen. Wir müssen unsere Prozesse effizienter machen. Und dann sind wir an einem Punkt, auf dem es nicht mehr nur alleine um die Verwaltung geht, um die Personalvertretung geht, um das, was wir an Möglichkeiten haben und welchen Geist wir in der Verwaltung haben, sondern wir müssen auch, meine Damen und Herren, über Politik reden. Und das, was wir jetzt gelernt haben in diesen letzten zwei, zweieinhalb Jahren, was wir gelernt haben am Thema Versorgungssicherheit für das Thema R-Gas vor allen Dingen, das muss dazu führen, dass wir unsere Vorstellung von dem, was wir als Staat regeln und wie wir es regeln, hinterfragen. Sie haben diese Auszahlungen für die Studierenden gerade angesprochen. Ein wirklich krasses Beispiel, wie man durch Detailsteuerung und Vorgaben dafür sorgt, dass ein schlanker Prozess der Auszahlung unmöglich gemacht wird. Und deswegen muss die Aufgabe sein, für uns eine, auch eine andere Kultur in diesem Land zu organisieren. Ich habe immer gesagt, es geht nur mit mehr Freiheit. Wir werden nicht mehr mit mehr staatlicher Regulierung, mehr Einzelvorgaben und Detailsteuerung durch diese schwierige, auch wirtschaftliche Krise kommen, sondern wir brauchen mehr Freiheit. Und wir brauchen für das Thema, wir brauchen für das Thema Digitalisierung, OZG mehr Freiheit, in der Hinsicht, dass die Dinge wirklich auch automatisiert ablaufen können. Und das bedeutet, dass wir uns bei den Regeln zurücknehmen, die Dinge schlanker machen, dass wir eine kritische Diskussion führen über Datenschutz. Ist das, was wir in Deutschland derzeit machen, tatsächlich noch das gewollte Abwehrrecht der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat? Oder ist es mittlerweile, hat sich das mittlerweile verkehrt und die Bürgerinnen und Bürger leiden an den Gesetzen, die wir haben? Und das ist etwas, was ich finde, was insgesamt ein großes Problem ist. Gestern Abend Maybrit Illner, ich fand, da haben sich die Rundfunkgebühren mal wieder gelohnt, weil der Bundeswirtschaftsminister in einem längeren, auch vernünftig geführten Gespräch ausführen konnte, wie er die Dinge sieht, ohne dass da immer jemand dazwischen schreit und man auch mal in Gedanken ausführen kann. Und es ist am Ende so ein Punkt, über den wir heute auch in den Zeitungen sehr viel diskutiert würden. Unter dem Strich gesehen war seine Aussage, wir stehen derzeit deswegen so schlecht da und die Unzufriedenheit ist so groß, weil das Timing nicht so richtig funktioniert hat. Und ich finde, nee, an dem Timing lag es nicht. Wer Transformation will, braucht ein gemeinsames Verständnis mit denjenigen, denen er Transformation machen will, über das Ziel, wo man hin will. Und man braucht miteinander eine handwerkliche Qualität, dass dieses Ziel auch erreichbar ist, dass diejenigen, die Beteiligte sind, die Beschäftigten, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sagen, das Ziel ist richtig. Diejenigen, die daran arbeiten, haben es auch drauf. Und gemeinsam werden wir dieses Ziel erreichen. Und dieses Ziel ist besser, als den Status quo zu erhalten. Wenn wir das hinkriegen, meine Damen und Herren, dann haut auch das Timing hin. Aber dann werden wir vor allen Dingen erfolgreich sein. Und deswegen brauchen wir Staat und Verwaltung kritische Ansagen. Wenn Sie das so wollen, wie halten wir auch die Demokratie? Vor allen Dingen eine Frage darüber, ob die gesetzlichen Regelungen, die wir jetzt haben, in vielen Fällen, noch das abbilden, was aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger auch das Richtige ist. Denn mal ganz vereinfacht gesagt, sind Gesetze nichts anderes als in Paragrafen gegossene Wertvorstellungen einer Bevölkerung, wie man zusammenleben will, was richtig, was falsch ist, wie man das ganze Land regeln soll. Und wir brauchen diese Diskussion. Wir brauchen keine Denkverbote, wir brauchen keine guten und keine schlechten Ängste, sondern wir brauchen eine ganz offene Diskussion in einer großen Breite, Pluralität, um am Ende darüber zu sprechen und uns am Ende zu vereinbaren, wie wir hier die Dinge gemeinsam organisieren wollen. Und ich bin mir fest davon überzeugt, dass wir für JetGBT und die künstliche Intelligenz eine Regelung brauchen, dass man das nicht alleine nur der Privatwirtschaft überlassen darf, dass wir aber diese Regelung so klug und so nah an der Praxis machen und auch an dem, was die Bürgerinnen und Bürger in ihrem tagtäglichen Alltag als richtig und als Lebensrealität haben, dass wir nicht an den Menschen vorbei arbeiten. Also ich trete sehr ein für eine Führungskultur, die das Thema Digitalisierung von oben her denkt, vorlebt. Ich bin sehr dafür, dass wir Gesetze verschlanken, dafür sorgen, dass sie wirklich automatisiert laufen können, dass wir wegkommen von Detailsteuerung, dass wir mit mehr Freiheit und mehr Flexibilität auch den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, in dieser schwierigen Situation die Dinge zu organisieren. Ich bin sehr der Meinung, dass der öffentliche Dienst ein zentraler Gelingensfaktor dafür ist, dass wir unsere politischen Vorstellungen auch durchsetzen können. Ich bin der festen Überzeugung, dass der öffentliche Dienst, meine Damen und Herren, ein wesentlicher Standortfaktor ist für die Bundesrepublik Deutschland, der immer für uns gesprochen hat. Und ich möchte gerne, dass das deswegen in den kommenden Jahrzehnten noch so möglich ist, weil wir in diesen öffentlichen Dienst investieren mit Qualifizierung, mit Digitalisierung, mit der Möglichkeit, diese wertvolle Ressourcepersonal an den Stellen einzusetzen, wo sie wirklich zentral ist. Und das sind nicht die Hackelmacher, sondern das sind diejenigen, die die Prozesse organisieren, denn für den Rest ist der Computer da. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Jetzt eine spontane Frage an Sie. Hätten Sie noch Zeit und Lust auf ein paar kurze Fragen? Wir sind unter Ihrem Zeitlimit. Also ja, mit mir hier. Wir müssten es dann so halten, technisch. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Ja, nein, alles gut. Alles gut. Ich knüpfe ganz an. Wir machen kein Quiz. Sie haben gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelobt, auch einer meiner Auftraggeber insofern. Sie haben gerade das Deutschland-Tempo von Herrn Scholz angesprochen. Wie sieht es mit dem Sachsen-Tempo aus? Ja, wir haben ganz wenig Geschwindigkeitsbegrenzungen in Sachsen. Wir sind ein Land der Freiheit. Ich bin, liebe Kollegin Geiwitz, immer wenn ich von Sachsen rausfahre in Richtung Brandenburg, kommen denn die 120. Ich prangere das an und mit den 120 kommen die Funklöcher. Das ist noch schlimmer. Aber für beides kannst du nichts. Von daher. Ja, also im öffentlichen Dienst natürlich, der CEO hat viel beigetragen. Wir haben uns angeschaut, wie in den anderen Bundesländern dieses Thema Digitalisierung mit eigenen Ministerien aufgesetzt worden ist und haben dann entschieden, es bringt ja nichts, jetzt nur eine Person vorne hinzustellen und zu sagen, deswegen kriegen wir das hin, sondern wir waren eher in der Meinung, ein Fachmann mit Kabinettsrang als Staatssekretär, mit den Ressourcen, mit dem Personal, da kommen wir schneller voran. Und ich habe das Gefühl, dass es auch gelingt und was mich am meisten beeindruckt ist in einer Koalition, wir sind ja auch zu dritt in Sachsen, man braucht das Vertrauen untereinander. Und das ist bei ihm der Fall, vielleicht auch deswegen, weil er ein Staatssekretär ist, der aus dem Beamtenbereich kommt und nicht der Politiker. Von daher, ich würde diesen Weg wieder so gehen und hoffe, dass wir ihn in der nächsten Legislaturperiode auch fortsetzen. Ja, nicht den Weg des klassischen Ministeriums, so wie wir es jetzt auch gleich nochmal aus einem anderen Freistaat erleben werden, sondern Sie haben sozusagen so eine doppelte Struktur. Es ist ja auch ein bisschen Abteilung noch drin bei Herrn Dulig und sozusagen angebunden bei Ihnen an der Staatskanzlei. Sie haben zwei, drei Dinge wirklich direkt angetippt, das OZG, das Online-Zugangsgesetz, was nochmal in eine Ehrenrunde gegangen ist, sozusagen jetzt vom Bund her und haben das unter dem Aspekt mehr Freiheit angesprochen. An welcher Stelle würden Sie dann die Freiheit benutzen? Also wir haben ja die erste Marke schon gerissen. Also OZG waren wir uns letzte Woche auch in der Ministerpräsidentenkonferenz einig, auch mit dem Kanzler, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese jetzt erarbeiteten Prozesse, Anwendungen wirklich in der Breite der Kommunen ankommen. Und dazu wird man, bleibt uns nichts anderes übrig, dafür sorgen müssen, dass die Dinge kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch etwas, was wir jetzt in Sachsen für die Dinge, die wir gemacht haben, auch so verfügt haben. Und damit ist ein ganz entscheidender Faktor, warum die Dinge nicht laufen, schon mal weggenommen. Es ist ja, ich muss ja mal über die Lebensrealitäten reden, einer kleinen Gemeinde, einer kleinen Einheit, da gibt es die Leute, sie sind vorhanden, die machen den Prozess und bisher lief es auch. Und dann kommt jemand und sagt, wir wollen das alles digital machen, das können wir tun, du musst jetzt aber Geld für die Technik einsetzen und dann auch noch für die Software, für die Lizenzgebühren. Und das versuchen wir jetzt wegzunehmen und hoffe, dass damit auch ein deutlicher Schub kommt. Das war auch das Ergebnis dieser Runde, die wir der letzte Woche hier im Kanzleramt hatten. Ja, und dann nehmen wir einfach jetzt noch eine Schlussfrage und knüpfen an an der Ministerpräsidentenkonferenz. Dann sind wir alle noch mal rausgegangen, haben in der Pressekonferenz gehört, Herrn Scholz noch einmal mit den relativ teuren Hausaufgaben für Sie, die Digitalisierung der Ausländerbehörden. Das lässt sich auch nicht aus der Hosentasche zahlen. Wox, kommt da auf Sachsen zu? Ja, das ist eine notwendige Voraussetzung. Wenn man Fachkräftezuwanderung will, dann geht das nicht mehr so, wie wir das bisher gemacht haben, mit den Konsularabteilungen, mit den Zetteln und dem Hin- und Hergeschicke. Dann muss das digital sein. Nun muss man natürlich sagen, das ist auch ein wichtiger Gelingensfaktor. Man muss die Realität vor Ort sehen und die Kolleginnen und Kollegen haben sehr klar gemacht, in welchem Zeitraum es möglich ist, das Ganze auch zu organisieren. Jetzt Ziele zu nennen, die nicht zu erreichen sind, ist auch falsch. Also ich glaube, wir sind da auf einem Weg und das Thema Ausländerverwaltung ist eben für das Thema Migration, dass es vorkommt, sehr, sehr wichtig, aber es ist nur ein Ausschnitt, die anderen sind genauso notwendig. Vielen Dank für Ihre Keynote und für die Fragen. Danke, die Antworten. Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmann, meine Damen und Herren. Okay, jetzt wird es auch noch auf eine gewisse Art und Weise spannend. Digital bauen, beantragen und entscheiden. Es wäre eine kleine Revolution für Deutschland, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind auf dem Weg, könnte man sagen, wenn man genau hinschaut. Die Pilotphase läuft, natürlich mit dem Reiz des föderalen. Baurecht ist Ländersache via OZG, aber haben wir gleichzeitig auch eine Bundesbaustelle an dieser Stelle und damit sind wir bei Clara Geiwitz, die seit Dezember 2021 die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen oder für viele einfach die Bauministerin ist. Digitale Transformation, gemeinsam erfolgreich, das ist sozusagen der optimistische Befund. Vielleicht sind da auch ein paar kleine Wermutstropfen noch drin. Wir freuen uns auf Ihre Keynote, Frau Ministerin. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, es ist wunderbar, dass Sie signalisieren, dass Digitalisierung in Sachsen Chefsache ist, weil ich glaube, das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass Digitalisierung in Verwaltung gelingt. Dass das nicht etwas ist, was man in den Arbeitskreis E-Akte abschiebt, sondern dass ganz klar Führungskräfte im öffentlichen Dienst verstehen, dass die Digitalisierung nicht ein Nebenaspekt ist, sondern eine der ganz zentralen Führungsaufgaben für jeden, der Verantwortung trägt im öffentlichen Dienst. Warum ist das so? Wir haben unterschiedliche Herausforderungen. Das eine ist die Frage Stagnation oder Fortschritt. Ich wurde ja zu klarer Ansprache aufgefordert. Das ist für Brandenburgerinnen immer nicht so kompliziert. Das machen wir regelmäßig. Es geht nämlich gar nicht um die Frage, ob Stagnation oder Fortschritt, weil wir digitalisieren natürlich so ein bisschen vor uns hin auf allen Ebenen. Das heißt, Stagnation gibt es nicht. Die Frage ist aber, sind wir schnell genug? Ist der Fortschritt schnell genug? Weil wir natürlich sehen, dass die Welt sich ganz, ganz schnell ändert. Dass wir Digitalisierungsgeschwindigkeit haben im Bereich der freien Wirtschaft, im Bereich der Mediennutzung, die gigantisch ist. Und wenn wir dann uns freuen, dass wir ein bisschen Fortschritt haben im öffentlichen Dienst, dann könnte eine Situation eintreten, dass der Gap zwischen dem da draußen und dem bei uns im öffentlichen Dienst größer wird, obwohl wir doch unseren schönen Fortschritt haben. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage Stagnation oder Fortschritt, sondern die Frage des Timings der Geschwindigkeit ist ganz wesentlich. Weil ich glaube nämlich, dass es ein zentraler Punkt des Vertrauens in den Staat ist, dass dieses Erleben des Gapes nicht allzu groß wird. Wenn meine Kinder zu Hause ganz selbstverständlich mit ihrem Laptop lernen, wenn sie sich YouTube-Videos anschauen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Und dann kommen sie von der Schule nach Hause und sagen, naja, WLAN gibt es nicht, aber da gibt es so ein Gerät, das heißt, wir hätten früher gesagt Polylux, Overhead-Projektor. Das ist für die Generation Jahrgang 2011 immer ein großes Fragezeichen an den Staat. Und deswegen darf es nicht so sein, dass wir ein Auseinanderklappen haben zwischen einer digitalen Welt, die jeder von uns nutzt, wenn er privat ein Hotel bucht, wenn er einen Flug bucht, wenn er irgendetwas haben möchte. Und dann haben wir die Welt des öffentlichen Dienstes, wo Digitalisierung häufig darin besteht, dass man sich das Antragsformular als PDF runterladen und zu Hause ausdrucken kann. Und deswegen geht es auch darum, dass wir verstehen, dass Tempo eine ganz, ganz wesentliche Frage ist. Und Digitalisierung muss noch natürlich aus einem anderen Grund passieren, das ist die Frage des Fachkräftemangels. Wir sehen das in den Bauämtern, es gibt lange Bearbeitungszeiten, weil natürlich da sehr viel noch manuell gemacht wird. Und wir haben ja in Deutschland 16 unterschiedliche Bauordnungen und 16 unterschiedliche Regeln, was wie breit und wie hoch sein muss. Und das muss alles überprüft werden. Und wenn das durch Fachpersonal überprüft wird, hat das natürlich einen gewaltigen personellen Aufwand. Deswegen haben wir gesagt, bei den OZG-Leistungen müssen wir das Ganze von den Füßen auf die Füße stellen und zuerst die Anwendungen digitalisieren, die tatsächlich in der breiten Masse der Bürgerinnen und Bürger genutzt werden. Das eine ist der Wohngeldantrag, den wir jetzt digitalisieren. Sehr viele Bundesländer haben sich glücklicherweise schon angeschlossen an der Anwendung. Und das Zweite ist auch die Frage des Bauantrags. Und da bin ich sehr glücklich, dass Mecklenburg-Vorpommern eine EFA-Anwendung entwickelt, eine für alle, weil natürlich, der Kollege Kretschmer hat gesagt, Freiheit ist wichtig, aber wir brauchen natürlich auch Standardisierung und Normung im Bereich der Software, weil das uns in die Lage versetzt, dass dann diese Anwendungen auch so preiswert sind, dass sie vor Ort sich geleistet werden kann. Und in der Tat hat der Bund dem Land Mecklenburg-Vorpommern auch hierfür Geld gegeben, damit es diese EFA-Anwendung entwickelt. Und wir rollen das jetzt aus. Zehn Bundesländer machen schon mit. Heute kann man in unter 20 Prozent aller Bauordnungsämter digital einen Antrag einreichen. In allen anderen muss drei bis fünfmal der digital entwickelte Bauantrag ausgedruckt und in schönen Leitsordnern verschickt werden. Damit müssen wir aufhören. Und unser Ziel ist, dass in 60 Prozent aller Bauordnungsämter das passieren kann. Und natürlich brauchen wir für die Umsetzung der Digitalisierung ein Miteinander zwischen Bund und Ländern. Ich glaube, wenn wir ganz schlicht davon ausgehen und immer darauf hinweisen, das ist meine Zuständigkeit und das ist deine Zuständigkeit und komm mal bitte nicht in meinen Tanzbereich, dann wird das nicht gelingen können. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch die Ministerpräsidenten gesagt haben, dass es für sie natürlich ganz wesentlich ist, dass wir die OZG-Regelungen haben und dass wir sie auch mit entsprechender politischer Priorität versehen und natürlich auch mit finanziellen Sachen. Das andere ist natürlich nicht nur die Frage, wie reiche ich einen Bauantrag ein, sondern wir haben in der gesamten Wertschöpfungskette des Baus und die ist ja sehr lang, noch riesige Potenziale. Es ist eine der Branchen, die noch relativ ungeküsst ist von der Digitalisierung und wir wollen diesen Zustand verändern. Durch Building Information Modeling haben wir eine große Chance, dass wir zum einen natürlich den digitalen Zwilling entwickeln, schon in der Planungsphase, aber natürlich auch dann in der Bauphase nutzen und wichtig auch im Unterhalt und im Umbau, weil es natürlich heute ein großes Problem ist, Register Modernisierung war angesprochen worden, dass sehr, sehr viele Bauanträge im Laufe der Jahre und Jahrzehnte einfach schlicht und ergreifend verloren gehen und wir dann wesentliche Fragen nicht mehr wissen, nämlich was ist da eigentlich hinter der Wand, wenn ich die aufklopfe und wenn wir in die Kreislaufwirtschaft einsteigen wollen, wenn wir das, was wir gebaut haben, wiederverwenden wollen, wenn wir eine Kreislaufwirtschaft haben wollen, dann brauchen wir natürlich zwingend auch einen digitalen Ressourcenpass, der uns darüber informiert, was man da überhaupt hat. Wir haben zudem das Raumordnungsgesetz und das Baugesetz novelliert und wollen, nicht wir wollen, wir haben da die digitale Beteiligung als das Standardmodell entwickelt. Das hat Corona ja zwangsweise sozusagen als Modernisierungsschub über uns gebracht und das wollen wir auch in die Normalphase weiter überführen, dass wir auch die digitale Beteiligung haben. Das ist auch eine der großen Möglichkeiten, um Bau- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Wir können es jetzt auch mit dem digitalen Bauantrag schaffen, dass nicht mehr die Leitsordner von einer zu bearbeitenden und beteiligten Behörde zur nächsten geschickt werden und das dauert dann halt ein paar Wochen oder Monate, sondern dass alle Träger öffentlicher Belange gleichzeitig kollaborativ an diesen Anträgen arbeiten können. Wir werden nämlich gerade mit dem Blick auf den Fachkräftemangel es nicht mehr schaffen, dass wir die Prozesse der Vergangenheit in der Qualität anbringen können, weil es selbst bei der schönsten Fachkräfteeinwanderungsstrategie so sein wird, dass wir die Prozesse, die wir digitalisieren können, die Prozesse, die der Kollege Computer machen kann, nämlich zu überprüfen, ob das Fenster in der Höhe ist, wie die sächsische Bauordnung das vorschreibt, dass man das wirklich dem Computer dann auch überlässt. Ein weiterer Punkt in meinem Ministerium, der mit sehr viel Geld auch unterstützt wird, sind 820 Millionen für die Modellprojekte Smart Cities und hier wollen wir Pionierprojekte erleben, wie man unterschiedliche Bereiche, sei es die Klimaanpassung durch automatische Messungen von Feuchtigkeit an Straßenbäumen, die Digitalisierung im Bereich des Städtebaus, ganz häufig sind ja Stadtplaner Visionäre und können sich vorstellen, wie irgendwas mal in 20 Jahren aussieht und der Bürger sagt, wie du willst meinen Parkplatz wegmachen, was soll das und da können natürlich digitale Modelle sehr helfen, um gegenseitig sprachfähig zu sein, aber natürlich zum Beispiel in Swönitz in Sachsen wird die Digitalisierung genutzt, um einen Kleinbus buchbar zu machen für alle Leute, um effektiv und natürlich ressourcensparend dann auch entsprechend mit unseren personellen Kapazitäten, aber natürlich auch mit den geltlichen Ressourcen umzugehen. Ganz wichtig ist, dass wir keine Angst vor diesen Prozessen haben und dass wir die Prozesse so organisieren, dass sie quasi selbst Werbung für den Prozess an sich sind, denn die Digitalisierung hat natürlich die große Chance, unser Leben einfacher zu machen und das sieht man ja auch da draußen in der freien Wirtschaft, die Software, die sich quasi selbsterklärend und intuitiv bedienen lässt, die hat auch einen großen Markterfolg und alles, wo man einen mehrwöchigen Kurs besuchen muss, das hat vor allen Dingen natürlich dann professionelle Anwender. Das heißt, wir sollten die öffentlichen Dienstleistungen, die Digitalisierung so machen, dass unsere Kinder das bedienen können, ohne dass sie jemals so etwas wie eine Bedienungsanleitung lesen müssen. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, bitte. Können wir noch mal das Mikrofon haben? Wir haben hier ein Freiheitsmikrofon, das ist sozusagen direkt für Sie. Vielen Dank für Ihre Keynote. Also der Polylux wird nicht mehr notwendig sein, auch für die nächste Generation. Das ist gut zu wissen, aber wir brauchen mehr Tempo und wir haben jetzt mit Ihnen hier das einzige Mitglied der Bundesregierung heute auf Onstage, was innerhalb des Tanzbereiches an der Digitalstrategie der Bundesregierung mit beteiligt war, mit federführend war. Und manche fragen sich, da gibt es ja ein relativ hochgefasstes Ziel. Das heißt, wir sind jetzt bei 13, Position 13 innerhalb der Digitalisierung in Europa und wollen die Top Ten erreichen. Haben wir da jetzt auch so ein Tempopunktziel? Bis wann? Ja, Geschwindigkeit ist ja immer ein bisschen relativ. Das heißt, das hängt natürlich davon ab, wie schnell wir im Vergleich zu den anderen sind. Und wichtig ist, dass wir jetzt natürlich einen immensen Problemdruck haben. Und wenn man sich andere Länder in Europa anguckt und die Frage stellt, warum sind die eigentlich besser gewesen als wir, dann war das häufig so, dass wir einfach mit wenig Personal im öffentlichen Dienst ganz viel selber machen mussten. Und das heißt, der Druck, den wir jetzt haben, gerade durch diese Kombination aus, wir wollen wieder die Schuldenbremse einhalten, wir wollen verantwortlich mit den ganzen Sachen umgehen, die der Steuerzahler uns gibt und einem riesigen Veränderungsbedarf. Das setzt so viel Druck frei, dass ich schon hoffe, dass wir deutlich schneller sind, als das in den vergangenen Jahren der Fall war, wo man manches an Problem einfach durch mehr Geld oder durch mehr Personal geklärt hat. Ja, und Nachfrage, weil wir ja gerade auch täglich erleben, dass es in dieser Ampel mit dem Tanzbereich auch in den unterschiedlichen Parteiformen manchmal nicht so ganz einfach ist. Bei dieser Strategie ist es dann auch entsprechend nicht so einfach gewesen. Es hat ja so eine gewisse Kurve genommen. Ich glaube, jetzt seit Januar gibt es noch mal einen Beirat, aber die Öffentlichkeit, Frau Mayer-Müller-Schulze, überlegen immer, wo erreicht mich das jetzt? Ja, ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist, dass man jetzt tatsächlich gesagt hat, bei OZG digitalisieren wir nicht erst mal die atomrechtliche Genehmigung, die wir alle jeden Tag brauchen, sondern wir fangen halt im Bauministern beim Bauantrag und beim Wohngeldantrag an. Und das ist eine Prioritätensetzung, die sehr, sehr sinnvoll ist, hätte man auch schon früher machen können. Ja, Schlussfrage. Sie haben mal, glaube ich, in der Veröffentlichung, in der Pressekonferenz zum digitalen Bauantrag gesagt, 200.000 pro Jahr, jetzt quasi mit den Leitsordnern. Was wäre Ihre Zielstellung dann? Wie viele Prozent haben wir dann in ein oder zwei Jahren, die dann nicht mehr in Papierform kommen? Also wir sind jetzt bei 16 Prozent. Ende des Jahres sollen es über 60 sein. Aber der Prozess endet ja nicht, wenn wir uns alle freuen, dass wir das digital einreichen können, sondern es muss ja dann anschließend auch weiterentwickelt werden, digital bearbeitet. Da ist der eigentliche Ressourcengewinn, wenn man dann weniger Personal in den Bauämtern braucht und das Ganze dann auch schneller geht. Weil häufig ist es natürlich so, dass die Menschen einen Antrag einreichen und nach fünf Monaten kriegen sie einen Brief zurück, da fehlt noch Anlage 22F. Wenn man diese Vollständigkeitsüberprüfung am Anfang macht, dann ist schon ganz, ganz viel Ärger und Frust und Wartezeit gespart. Und wenn man dann diese ganzen Standardüberprüfungen auch durch den Computer macht und nur noch die Abwägungsfrage zwischen Verkehr oder Denkmal oder was man sonst noch abwägen muss, durch den Sachbearbeit machen ist, dann hat er natürlich sehr, sehr viel Potenzial frei für neue Bauanträge, die dann schneller bearbeitet werden. Und vielleicht kann irgendwann auch die KI helfen, die Anlage 22F ganz früh zu identifizieren und nicht erst nach fünf Monaten. Das wäre aber die nächste Baustelle, die Sie ergibt. Also auch mal für eine Vollständigkeitsprüfung gleich künstliche Intelligenz braucht. Das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, das schaffen wir auch so. Okay. Herzlichen Dank. Die Bundesbauministerin Clara Geibetz nehme ich gerne. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, Bayern hatte das erste Digitalministerium auf Landesebene, das war 2018. Und 20 Jahre nochmal zurückgedacht hat jemand, nämlich Bundespräsident Roman Herzog, das war der mit dem Ruck, manche erinnern sich im Raum, die Symbiose von Laptop und Lederhose beschrieben. Das war 1998. Er hatte München im Blick und Microsoft und alles. Aber das machte sozusagen dann die Runde und viele andere haben diesen Begriff gekapert. Mittlerweile hat Bayern einen Digitalplan mit 200 Maßnahmen, nimmt ordentlich Geld in die Hand. Wir werden gleich noch darüber sprechen. Und wie das genau aussieht, wird uns gleich erklären die bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach. Die spricht zu Digitales Bayern, Erfolgsformel für Stadt und Land. Es gibt eine Keynote und davor gibt es den Film. Film ab bitte. Wir sind vernetzt. Alles ist miteinander verbunden. Wir sind lokal. Wir sind international. Wir sind innovativ. Uns ist es wichtig, dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt der digitalen Transformation steht. Wir schaffen beste Voraussetzungen für alle Generationen. Wir sind füreinander da. Wir sind Laptop und Lederhose. Dirndl und Digitales. Wir sind ein Ideenland. Wir gehen unseren eigenen Weg. Wir verbinden Welten. Liebe Bundesministerin Geibitz, lieber Ministerpräsident Michael Kretschmer, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich entscheide mich gleich mal für das Freiheitsmikro, wenn ich darf, weil ich gerne in Bewegung bin. Sie haben gerade unser Video gesehen und ja, ich bin die aus dem anderen Freistaat, die mit dem eigenen Ministerium. Wir haben uns in Bayern dafür entschieden, weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben und zwar schon bei anderen Themen. Wir waren nämlich auch das Bundesland mit dem ersten Umweltministerium und das hat sich ja dann auch etabliert und mittlerweile ist es ja im Bund auch so, dass es ein Umweltministerium gibt, ein eigenes. Wir haben uns deswegen dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wir brauchen einen Fokus darauf. Wir wollen das Thema ernst nehmen. Es geht ja nicht nur um digitale Verwaltung. Es geht auch um viele andere Bereiche, die bespielt werden müssen und es braucht einen Ort, an dem die Fäden zusammenlaufen. Einen Ort, an dem jemand schaut, haben wir zu viele parallele Prozesse, welche Dinge wollen wir genau anpacken, wer monitort denn überhaupt in diesem Bereich? Monitoring, ich bin totaler Fan mittlerweile. Die anderen deswegen nicht mehr so von mir. Also der Beliebtheitsgrad sinkt, muss ich sagen, aber die Erfolgsquote geht nach oben. Weil wenn man monitort, sieht man nämlich ganz genau, wo stehen wir eigentlich, welche Produkte, welche Konzepte laufen gut, welche Maßnahmen etablieren sich wirklich und welche sind vielleicht, ja, sehen nach außen ganz gut aus, aber bringen nicht so viel, wie wir eigentlich wollen. Und das, diese Frage, glaube ich, muss man sich in der Digitalisierung immer stellen, muss es dort ernst nehmen und ich finde, dass wir stellenweise das Thema Digitalisierung auch in der Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch nicht so ernst nehmen, wie ich mir das wünschen würde. Kennen Sie die Deutsche Digitalministerkonferenz? Wer kennt die? Ja, die gibt es noch gar nicht. Also, okay, war eine Fangfrage, es war fies. Aber es gibt die D16 und die haben Sie bestimmt gemeint und die gibt es auch tatsächlich, die heißt allerdings D16. Es ist ein Zusammenschluss, habe ich mir zusammen überlegt mit der Kollegin aus Hessen, der Christina Sinemus, weil wir gesagt haben, wir brauchen einen Zusammenschluss der Digitalpolitikerinnen und Digitalpolitiker, um das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Und deswegen haben wir die D16 gegründet, die aber keine eigene Konferenz ist. Und ich verstehe nicht und kämpfe dafür, dass wir in Deutschland sowas nicht auf ernsthafte Füße stellen. Dass wir uns immer noch so ein bisschen verzwergen und denken, ja, das ist irgendwie so nice to have, vielleicht nicht hier in dem Raum, aber viele denken immer noch, das ist so ein modernes Anhängsel, so ein moderner Anstrich, den man hat und wo man sich so ein bisschen mit schmücken kann. Aber keiner will so in die tiefen Keller hinein, da, wo man mal so richtig anpacken muss und wo so richtig durchdigitalisiert werden muss. Das heißt dann immer so, ja, komisch, Digitalisierung spart im Staat ja noch gar kein Geld ein, noch gar kein Personal. Ja, weil wir immer noch viel zu oberflächlich oben rum irgendwie rumdigitalisieren, aber nicht so, dass Prozesse wirklich effizient werden. So, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich eine Arbeitserleichterung auch haben. Es geht ja nicht nur darum, da reden wir immer sehr viel drüber, wie sieht es aus zum Bürger nach außen, also hat er einen angenehmen digitalen Antrag, sondern es geht ja vor allem auch darum, was findet eigentlich hintendran statt? Was ist denn mit dem Backend? Ist das digitalisiert? Ist das so ergiebig und gut aufgestellt, dass letztendlich auch Mitarbeitende sagen, das macht einen Sinn für mich, das hat eine gewisse Effizienz für mich. Und da sind wir einfach noch nicht da, wo ich gerne sein würde, beziehungsweise wo mein persönlicher Maßstab auch liegt. Ich hatte am Freitag eine Bürgersprechstunde und hatte einige Bürgerinnen und Bürger, die mich da angerufen haben oder die vorbeikamen, die mit mir gesprochen haben. Und da ging es viel um digitale Verwaltung. Eine Frau hat mich mal mit durch den Antrag genommen für den Härtefallantrag für Öl. Das war kein Spaß, sage ich Ihnen. Aber es hat mir mal wieder gezeigt, wo wir in den verschiedenen Punkten, wo es einfach hakt, wo es unverständlich ist, wo die teilweise einen kompletten Prozess durchmachen und am Ende, und da lachen wir immer noch drüber, Frau Geiwitz, Sie haben vorhin so nett gesagt, dann drucken wir das PDF wieder aus. Ja, da lachen wir drüber, ich finde es auch ganz lustig, aber eigentlich ist es voll bitter. Eigentlich ist es total bitter, dass wir immer noch im Jahr 2023 PDFs ausdrucken und unterschreiben müssen. Und an was liegt das? Das liegt nicht am digitalen Prozess vorher, den können nämlich die Leute gut ausfüllen. Das ist teilweise ja gar nicht so schlecht aufgestellt schon in Deutschland. Allerdings geht es eben dann am Ende darum, auszudrucken, zur Behörde wieder per Post zu schicken oder schwierige Verfahren zu haben, hinten dran sich zu identifizieren und sich zu authentifizieren. Und das ist häufig das Problem. Das wird uns häufig wiedergespiegelt, zum Beispiel auch beim Führerscheinantrag. Ich war ganz stolz in Bayern, ja, oh, wir haben einen Führerscheinantrag, das erste Bundesland, digital. Ja, ich war nicht lange stolz, weil ich habe lauter Briefe bekommen, teilweise wirklich Briefe, wo sich Leute beschwert haben, vor allem Ältere, die gesagt haben, was ist denn das mit dem Personalausweis? Ich kriege das nicht hin. Ich muss am Ende, muss ich mich damit identifizieren und muss dann den Endpaar, den neuen Personalausweis irgendwie komisch hinter mein Handy halten. Dann hatte ich natürlich das falsche Handy, dann hat das Bild nicht eingescannt und, und, und. Also wo viele Probleme entstehen, wo wir es den Leuten einfach sehr, sehr schwer machen, digitale Verwaltung überhaupt gut anzunehmen. Und deswegen muss unser Maßstab nicht sein, wie wir fälschlicherweise auch häufig darauf hingewiesen wurden, wie viele OZG-Leistungen habt ihr. Da wurde ja immer dann bemessen, wie viele EFA-Leistungen wurden verteilt und der eine hat so viel OZG-Leistungen, der andere so viel OZG-Leistungen. Sorry, das ist voll die Bubble-Diskussion, ja, interessiert draußen keinen Menschen. Die Leute interessiert, ob sie digitale Verwaltung wirklich sinnvoll in ihrem Alltag brauchen können. Und das bedeutet nicht nur, dass ich einen analogen, digitalen Prozess habe, den ich am Ende halt wieder komisch authentifizieren muss oder ausdrucken muss, sondern es bedeutet, dass sie schnell mit der Verwaltung kommunizieren können, dass es verständlich ist, dass es eine Usability hat, die zumindest im Ansatz so ist, wie das, was wir alle kennen aus dem wirtschaftlichen Sektor. Wie wir unsere Schuhe im Internet bestellen, unsere Reise online buchen, weiß was ich. Wir machen alles digital und es funktioniert halt alles sehr viel einfacher als beim Start. Jetzt ist zugegebenermaßen unser Sicherheitsniveau auch ein sehr hohes, auch zu Recht in vielen Dingen. Und trotzdem müssen wir schauen, wie wir Prozesse, und da bin ich total bei dir, Michael, so vereinfachen und uns Prozessstrukturen angucken, dass wir damit erfolgreich sind. Und dass irgendwann die Leute auch sagen, es ist ein spürbarer Erfolg für uns. Und nicht nur ein, naja, wir haben jetzt halt alles mal durchdigitalisiert und wir können vielleicht irgendwann mal hinter OZG 2.0 einen Punkt setzen. Den nächsten Punkt. 2.1 oder so. Das kann nicht unser Ziel sein. Es muss also das Ziel sein, sich vorher zu überlegen, welche Strukturen können wir verändern. Und, und das darf ich aber auch zurückspiegeln, wie müssen wir uns als Gesellschaft dafür aufstellen. Weil ich höre schon häufig von den Leuten, die dann sagen, ja, müsste er mal Bürokratie abschaffen, müsste er mal irgendwie einfacher machen in den Prozessen. Dann sage ich immer, ja, aber dann müssen wir halt auch mal fünfe gerade sein lassen. Wir haben halt häufig auch das Problem, dass wir Deutsche die Perfektion lieben. Wir lieben perfekte Vorgänge. Wir lieben es, fünf Jahre in Stuhlkreisen uns zu unterhalten und jeder findet ein neues Problem. Weil es ist total spaßig, Probleme zu finden. Leider findet sich die Lösung aber relativ selten. Oder wenn die da ist, dann finden wir so viele Hürden, dass wir sagen, ah, nee, machen wir nochmal einen neuen Stuhlkreis und überlegen nochmal neu. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil so funktioniert Technologie nicht. Technologie funktioniert, indem man eine gewisse Fehlerkultur an den Tag legt. Jetzt verstehe ich das beim Staat, Fehlerkultur an den Tag zu legen, ist so semi-optimal. Ja, wir handeln, wir sind unterwegs mit Steuergeldern, damit muss man ordentlich umgehen. Aber ich denke, wenn wir eine Form von Entwicklungskultur, nenne ich es, an den Tag legen, dann kann das was werden. Mit Entwicklungskultur meine ich, dass wir Prozesse ausprobieren, dass wir Angebote machen an die Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht auch zunächst mal freiwillig sind, weil viele bei Digitalisierung auch manchmal einen großen Abstand haben und es nicht wollen und nicht aufgezwängt haben wollen. Aber in der Form, dass wir sagen, wir gehen jetzt mal mit Angeboten rein, wir haben das damals mit der Bayern-App gemacht, ich wusste, die ist noch nicht komplett fertig. Ich wusste, die kriege ich teilweise um die Ohren gehauen von manchen Kommunen, weil bei uns in Bayern einige Kommunen sehr gut unterwegs sind und ein paar halt noch nicht so. Und wenn ich dann die Bayern-App habe, komme ich halt in den wenigen Kommunen nicht so gut klar, weil die kein Angebot haben. Trotzdem kann ich nicht darauf warten, bis jetzt jede Kommune dabei ist, sich unserem Stuhlkreis angeschlossen hat, bis wir dann endlich mal irgendwie mit einer Bayern-App um die Ecke kommen. Ich muss Angebote machen. Und mit diesem Angebot, was mache ich dann? Ich entwickle das weiter. Ich schaue mir das Feedback an der Leute, wir arbeiten immer wieder dran. Die ist wahrscheinlich in fünf Jahren noch nicht fertig, weil wir in fünf Jahren auch noch neue Ideen reinbringen, neue Angebote reinbringen, wieder neues Feedback, weil die Herausforderungen sich wieder geändert haben. Ich glaube aber, dass wir viel mehr in das Angebot reingehen müssen, mal anbieten müssen und sagen müssen, wie gefällt es euch, was habt ihr für Ideen, welches Feedback kommt zurück und dann arbeiten wir weiter daran. Ich glaube, dass es nur so uns gelingen wird, mit einer Form von Entwicklungskultur, mit dem Mut auch wegzugehen von der hundertprozentigen Perfektion, die du in der Technologie eh nicht kriegst oder die nach fünf Tagen eh wieder anders ist, weil sich die Technologie wieder verändert hat oder die Herausforderungen wieder verändert haben. Aber dafür brauchen wir auch eine Gesellschaft, die das trägt. Wir brauchen eine Gesellschaft, die sagt, okay, Staat, ich möchte, dass du mutig bist. Weil von uns aus, Politikerinnen und Politiker, die Verwaltung, die sind auf hundertprozentige Sicherheit aus. So ist unser System. Wenn wir aber als Gesellschaft sagen, nein, wir sind da jetzt mal mutig und wir wollen in dieses Experimentieren mit reingehen, wir wollen in die Entwicklung mit reingehen, weil ich davon einen Mehrwert habe irgendwann, dann kann das nur erfolgreich sein. Und ich glaube, dass wir da gute Beispiele brauchen. Ich glaube auch im Übrigen, dass wir gute Beispiele in Deutschland haben, die es wert sind, auch gezeigt zu werden und die letztendlich, an denen man auch weiterarbeiten muss. Daher auch mein Digitalplan. Ich dachte, das wäre der Titel hinten dran. Also irgendwas mit Stadt und Land, in Bayern jedenfalls. Wir haben auf jeden Fall einen Digitalplan, der wurde schon angesprochen. Wir reden jetzt vielleicht noch kurz in der Diskussion drüber. Ich glaube auch daran, dass wir konkrete Maßnahmen, konkrete Beispiele brauchen, die die Bürgerinnen und Bürger überzeugen sollen und die dann wirklich einen Mehrwert zeigen und nicht nur modern aussehen. Das ist mir extrem wichtig. Wir achten zu viel darauf, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, dass wir sagen können, wir haben das abgehakt. Es interessiert draußen keinen, wer was abgehakt hat. Den Bürger interessiert nur, habe ich in dem Prozess eine gute Erfahrung oder habe ich eine schlechte Erfahrung? Investiert mein Staat in die Dinge, die mir was bringen, in Ausbildung, in Weiterbildung. Wir haben zum Beispiel durch den Digitalplan den Digitalkampus Bayern aufgestellt, wo wir Mitarbeitende weiterqualifizieren. Wir brauchen nicht glauben, dass wir sagen, die Politik sagt jetzt mal, ja, wir machen jetzt OZG und wir teilen EFA-Leistungen, jetzt kommen digitale Verwaltungsdienstleistungen auf den Weg und dann viel Spaß da unten, macht mal irgendwas damit. Nein, wir haben dort Menschen sitzen, die vielleicht diese Prozesse gar nicht kennen oder die vielleicht wenig Lust haben, auf die letzten Meter, sage ich mal, in ihrem Arbeitsleben, sich nochmal komplett umzustellen. Das heißt, die muss man schon auch an die Hand nehmen. Man muss ihnen zeigen, wie gehen die Prozesse, was erleichtert es für dich in deinem Arbeitsalltag, die Digitalisierung und nicht wieder von oben herab, so in der Art, ja, viel Spaß damit, ihr müsst das jetzt einfach machen, weil es ist als Selbstzweck der Digitalisierung eine gute Geschichte. Digitalisierung hat sehr viel mit Menschen zu tun und das habe ich am Anfang des Ministeriums gar nicht so gedacht, habe das aber mittlerweile festgestellt, weil du hast auch gesagt, es muss in den Köpfen ankommen, lieber Michael. das Mindset ist was ganz Entscheidendes und ich sage nicht, dass viele jetzt einfach ein schlechtes Mindset haben, ich glaube einfach, dass wir Mindset erweitern müssen und mit guten Beispielen vorangehen müssen, um andere zu überzeugen und das schafft man nur mit Bund und Land gemeinsam, weniger über Kompetenz irgendwas zu reden, sondern einfach ins Machen zu kommen, so, lieber Markus Richter, wie wir es gemacht haben mit dem Unternehmenskonto, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, Elster ist nicht das neueste Ding, aber wenn jemand in fünf Jahren irgendeine Technologie hat, die dann viel, viel besser ist und das Unternehmenskonto ablöst, dann möge er es austauschen, aber bis dahin arbeiten wir jetzt mal mit dem, was wir haben. Wir machen mal ein Angebot für die Unternehmerinnen und Unternehmer und das haben wir gemacht und das finde ich genau richtig und ich glaube, solche Beispiele sollten wir uns auch in Zukunft vorhalten und als Beispiel nehmen, dafür weiter voranzugehen und uns nicht im Klein-Klein runterreduzieren. Vielen Dank. Frau Staatsministerin, vielen Dank für Ihre Keynote und für den Film, den ich vorher gar nicht kannte, aber Laptop und Lederhose hat sich offenbar eingeprägt. Da wir heute verschiedentlich über Tempo gesprochen haben, über das Deutschland-Tempo sprach Herr Kretschmer, wir haben Deutschland-Tempo mit Frau Gaiwitz hier auf der Bühne gehabt, dann haben wir das Sachsen-Tempo mit Herrn Kretschmer gehabt, wie ist das Bayern-Tempo eigentlich, was ist Ihr Plan bei der Digitalisierung? Also bei digitaler Verwaltung jetzt vielleicht, wenn wir dabei bleiben, möchte ich eigentlich noch mal replizieren auf meine Keynote gerade, mir kommt es gar nicht unbedingt nur auf die Geschwindigkeit drauf an oder auf irgendwelche Rankings, weil da könnte ich jetzt sagen, das trifft sich gut, wir haben in Bayern jetzt Wahl, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, wir sind Platz 1 in Deutschland, obwohl wir ein Flächenstaat sind und ich 2056 Kommunen habe, die ich immer wieder dazu bewegen muss, in ihrer kommunalen Selbstverwaltung mitzumachen, trotzdem haben wir es geschafft, auf Platz 1 zu kommen, aber es ist noch kein Punkt, jetzt kann man sagen, okay, das war schnell, das war gut und die Liste stimmt, aber wissen Sie, was noch nicht stimmt? Das ist bei mir in der Bürgersprechstunde, das ist die Zufriedenheit, das ist, dass die Leute mir nicht sagen, okay, es ist wirklich der Prozess, den ich mir vorgestellt habe in dem Gesamtkonstrukt der digitalen Verwaltung und das ist auch was, wo wir in Bayern einfach auch noch mit dran arbeiten müssen. Und weil Sie den Digitalplan angesprochen haben und auch offenkundig noch kurz darüber sprechen worden und wir auch noch diese 134 haben, müssen wir das auf jeden Fall auch nutzen miteinander, eine vierstellige Anzahl von Kommunen. Ich habe in Ihrem Digitalplan gelesen, ich glaube Bayern Packages oder so ähnlich heißt das, also wenn ich jetzt irgendwie der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin von Bernried bin, fantasievoll gesprochen, und rufe sie an und sage, ich brauche das jetzt, wie läuft das dann konkret? Also im Grunde genommen sind es 200 Verwaltungsdienstleistungen, die kostenlos zur Verfügung stehen und die einfach digitalisiert sind und die man in Anspruch nehmen kann. Also die sind unterschiedlich, also wir fahren da schon immer eine Multikanal-Strategie von EFA-Leistungen, die auch von anderen Bundesländern kommen, aber auch von Marktteilnehmern, die wir übernehmen, aber die von uns auch selber teilweise produziert und hergestellt sind. Und die sind fertig, die sind, man kann da zugreifen, man kann die letztlich installieren vom jeweiligen Anbieter dann. Und ich werbe einfach sehr dafür bei den Kommunen. Wir haben versucht, einen Blumenstrauß zu machen für die Kommunen. Also zum einen gibt es Fördermittel, um auf dem Markt Verwaltungsdienstleistungen einzukaufen. Es gibt die Bayern Packages. Wir bilden die Leute weiter aus als Digitallotsen. Aber, und da komme ich jetzt wieder zu meinem Monitoring, verzeihen Sie mir, es ist echt ein Lieblingsthema von mir, ich habe ein Dashboard gemacht, wo alle Kommunen von Bayern drin sind. Und man kann genau sehen, auf welchem Platz steht die Kommune, was bietet sie auch an für die Bürgerinnen und Bürger und machen es dort ein bisschen transparent, wo die stehen. Das heißt, es gibt viele Angebote vom Freistaat, aber ich schiebe es auch ordentlich an. Okay, und jetzt noch Schlusswort. Sie haben das sozusagen hier in den Raum geworfen, Digitalministerkonferenz. Haben Sie schon mal dann den Anruf bei Herrn Wissing platziert? Volker Wissing ist dafür. Er hat sich in einem Interview dafür ausgesprochen. Ich habe mit ihm persönlich auch darüber gesprochen. Er würde das sehr begrüßen, weil er sagt, dadurch hat natürlich auch der Bund die Möglichkeit, mit den Ländern auf einer adäquaten Plattform miteinander zu sprechen. Und ich bringe jetzt zusammen mit Baden-Württemberg bei unserer D16-Konferenz, die am Freitag ist, einen Antrag ein, wo wir sagen, wir möchten diese Konferenz gründen und ich hoffe, dass ich genügend Mitstreiterinnen und Mitstreiter habe und wir uns selber einfach ernst nehmen in diesem Thema. Mal schauen, wo wir stehen 2024. Werden wir uns vielleicht ja wieder sehen. Vielen Dank. Die Staatsministerin für Digitales in Bayern, Judith Garlach. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke. Ja. Wir gönnen uns 60 Übersekunden, aber ein Dank an Sie alle muss noch sein. Das waren also die ersten unbequemen Botschaften, aber es waren auch ein paar erfreuliche Botschaften dabei. Also eine unbequeme Wahrheit und eine ganz gute Botschaft. Das sind die Weber'schen Momente, die diese drei Tage jetzt zu bieten haben. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, auch wenn das vielleicht in diesem großen Raum nicht ganz einfach ist. Es war mir ein Vergnügen. Alles Gute für Sie und ich darf Ihnen ankündigen, hier auf dieser Stage geht es direkt weiter und zwar mit dem CIO Dialog. Meine Damen und Herren, alles Gute. Noch kurz umgebaut und dann einzeln vorzitiert. So, ich mache gleich weiter. Kein Problem. Grüße Sie, Herr Dr. Richter. Wir legen gleich los. Sie bleiben erst mal hier unten. Also die anderen stehen links und ich rufe Sie dann einzeln rein. Sie kennen es vom letzten Mal. Ein bisschen ähnliches Format. Das ist vom letzten Mal. Vielen Dank. 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 Ja, mein erster Gast. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Martina Klement. Modernisierung, Amtschef der Staatskanzlei und CIO des Freistaats Sachsen. Herzlich willkommen, Herr Professor Popp. Auch er darf beim CIO-Talk natürlich nicht fehlen. Zuletzt hat er auf Twitter sich geäußert zur Bund-ID. Die Bund-ID ist die modernste und sicherste ID im Netz. Wer es hat, behält es in aller Regel und nutzt es intensiver denn je. Und damit freue ich mich und begrüße ich Herrn Dr. Markus Richter. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren und für Heimat und CIO der Bundesregierung. Herzlich willkommen. Ja, an OZG hat er eigentlich schon einen Haken gemacht. Er sagt, wir müssen die digitale Kundenreise und den digitalen Change erlebbar machen. Sagt Dr. Markus Schmidt, CIO der Bundesagentur für Arbeit. Herzlich willkommen. So, und wir kompletieren die Runde mit jemandem, der durchaus auch zwei unterschiedliche Blickwinkel hier in die Diskussion mit einbringen kann. Er sagt, wir brauchen Transparenz zur Selbstorganisation. Spannende These, die wir auch vertiefen werden. Und ich freue mich auf Dr. Ralf Schneider. Er ist Group CIO der Allianz SE, Mitglied des Präsidiums Voice, dem Bundesverband der IT-Anwender. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schneider. So, ich hoffe, Sie haben es alle gemütlich. Wir haben es recht warm zumindest. Da dürfen wir uns nicht beschweren. Endlich hat der Sommer angefangen. Ja, starten wir in die erste Diskussion. Ich habe es ja schon kurz gesagt. Meine Wahrnehmung ist, es ist viel im Rollen. Es ist vieles in Bewegung. Das Thema OZG haben wir nicht ganz unsere Erwartungen erreicht, aber wir haben ja Anpassungen gemacht. Wir haben daraus gelernt. Wir haben Dinge verändert. Insofern geht meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Richter. A, teilen Sie meine Meinung, dass viel in Bewegung ist. Was sind die Kernbausteine, die Sie da sehen? Und was mich persönlich vor allem interessiert, ist auch die Frage, was haben wir denn gelernt aus dem, was mit OZG nicht funktioniert hat? Und was sind aus Ihrer Sicht die wichtigen Dinge, die wir dort jetzt anders und besser machen müssen? Also lassen Sie mich an der Stelle gerne mit zwei, drei positiven Dingen auch anfangen. Ich will jetzt nicht nur den Fokus auf die Herausforderung, da kommen wir sicherlich noch drauf. Aber zunächst mal muss man ja auch zur Kenntnis nehmen, dass der Bund seine digitalen Services weitestgehend digitalisiert hat. Neben mir sitzt Marco Schmitz von der BA zum Beispiel, die im Grunde genommen alle Verwaltungsleistungen und zwar auch dicke Bretter mit vielen Kunden digitalisiert haben. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Insofern ist ja viel in Bewegung gekommen, aber auch im föderalen gemeinsamen Tun. Wir haben die wesentlichen Leistungen gibt es heute digital. Die gibt es allerdings nur in wenigen Kommunen, produktiv, in der Regel auch in einer Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Zwar mit Schnittstellen, wir wollen ja keine Monolithen, die sozusagen jetzt alles ersetzen, aber eben über diese Schnittstellen auch digital Ende-zu-Ende. Das, was uns jetzt gelingen muss, ist der Flächenausroll. Da kann man von dem Jahreswechsel lernen. Es gibt ja die gesetzliche Auflage, dass seit dem 01.01. diesen Jahres alle Verwaltungseinheiten ihre Services digital anbieten müssen. Und deswegen ist mir so wichtig, auch deutlich zu machen, es gibt eine OZG-Frist, auch im OZG 2.0. Das ist der erste, erste diesen Jahres. Es bringt nichts, wenn wir da eine neue Frist von fünf Jahren oder so reinschreiben. Alle lehnen sich zurück und sagen, ach, haben wir ja nochmal fünf Jahre Zeit. Nein, es ist die Verwaltung, die das heute nicht anbietet, verstößt gegen das Gesetz. Man kann politisch darüber diskutieren, sollte ein Rechtsanspruch daraus resultieren, sollte Schadensersatz, Aufwendungsersatz resultieren. Das findet ja jetzt im Parlament auch statt. Für mich ist nur wichtig, dass wir Wirklichkeit werden lassen. Und da ist die gemeinsame Erfahrung mit den Ländern zusammen und mit den Kommunalen Spitzenverbänden, dass wir uns stärker fokussieren müssen. Wir haben uns 15 Leistungen vorgenommen, bei denen besonders viele Menschen sozusagen darauf angewiesen sind und Unternehmen, dass die jetzt wirklich in dem Ausroll stattfinden. Sie gibt es ja schon. Und da haben wir verschiedene Maßnahmen, die wir ableiten und die wir gemeinsam voranbringen. Ja, spannend. Also das heißt auch fokussieren auf bestimmte Leistungen. Das bringt mich zu Ihnen, Frau Kehr. Sie haben gesagt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wir müssen auf den Mehrwert gucken. Das ist ja auch eine Fokussierung letztendlich. Was meinen Sie damit? Mich würde auch interessieren, wie bewerten Sie Mehrwert? Messen Sie das auch? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, worauf es wirklich ankommt, es wird überall über Digitalisierung gesprochen. Es hört überhaupt nicht auf. Überall, wo man hinkommt, muss man digitalisieren. Die Frage ist ja, warum? Und wenn wir überlegen, warum ist es uns in der KfW gelungen, in den letzten zwei, drei Jahren da unheimlich Fahrt aufzunehmen, dann liegt es eben genau an diesem Mehrzweck. Das heißt, wir müssen im Leadership sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Welche Ergebnisse wollen wir sehen? Wie wollen wir die messbar machen? Das tun wir tatsächlich mit Indikatoren, die wir messen. Und dann kann man das gut transportieren in die Mannschaft hinein und sagen, Mensch, überlegt euch mal, wie kommen wir denn da am besten hin? Weil zu glauben, dass wir im Vorstand jetzt haargenau wissen, wie der beste Weg da aussieht, das ist ja Quatsch. Also wir müssen Skills aufbauen in der gesamten Organisation und mit diesem Mythos aufräumen, dass Digitalisierung hauptsächlich in der IT stattfindet. Es betrifft bei uns die gesamte Bank. Wir brauchen den Rechtsbereich, wir brauchen die IT-Sicherheitsleute, wir brauchen die Informationsleute, Datenschützer und so weiter und natürlich das Business, um von diesem Mehrwert zu kommen. Und wenn wir das hinkriegen, dann glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Und wenn es darum geht, das in die Masse zu treiben, dann sollten wir uns wirklich dem Thema Fachkräfte nochmal widmen und sagen, wie kriegen wir denn da eine breite Masse wirklich auch im Arbeitsangebot hin? Unsere Volkswirte haben eine Studie gemacht und haben gesagt, dass der Fachkräftemangel die Transformationsaktivitäten wirklich beeinträchtigen. Also insofern ist das, glaube ich, nochmal ein guter Hebel, um in die Masse zu gehen. Sehr spannend. Ja, Fachkräftemangel würde ich gerne später auch nochmal vertiefen. Digitalisierung passiert nicht nur in der IT. Frau Klehmann, erstmal nochmal herzlichen Glück zu Ihrer neuen Aufgabe, die ja sehr spannend und herausfordernd ist. Sie sagen, Digitalisierung und Verwaltungsmonetisierung muss Hand in Hand gehen. Sie haben ja auch die besondere Aufgabe, dass Sie sowohl für die Digitalisierung als auch für die Verwaltungsmodernisierung zuständig sind. Insofern, wie gehen Sie das Thema an? Was haben Sie sich in Berlin vorgenommen und was muss aus Ihrer Sicht richtig gemacht werden, damit wir Beschleunigung reinbekommen? Ja, vielen Dank. Sie hatten es ja gesagt, tatsächlich bin ich ja für zwei Megaaufgaben in dieser Stadt verantwortlich. Ich soll ja nicht nur die Verwaltung hier digitalisieren, sondern auch modernisieren und damit auch am Ende dafür sorgen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger Termine bei den Bürgerämtern bekommen. Das ist ja hier ein großes Thema in Berlin, zumindest für alle, die hier leben. Vielleicht fange ich einfach damit mit einem kurzen Beispiel an. Tatsächlich ist es ja so, dass wir bei den Bürgerämtern in etwa zwei Millionen Termine im Jahr abarbeiten können, physisch bei den Bürgerämtern vor Ort. Wenn wir es jetzt aber schaffen, viele der großen und wichtigen Dienstleistungen zu digitalisieren und zwar Ende zu Ende zu digitalisieren und nicht nur eine digitale Übermittlung des Antrags, den dann durch ein Sachbearbeiter bearbeitet und mittels eines schriftlichen Bescheids per Post verbeschieden wird, dann können wir da ziemlich viel erreichen. Beispiel Wohnsitz-An- und Ummeldungen sind allein um die 500.000 Vorgänge im Jahr. Ja, da wird man natürlich schon ganz schön weit kommen und deswegen muss eben Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung definitiv Hand in Hand gehen und ich bin übrigens auch bei Frau Kehr, dass Digitalisierung kein Selbstzweck sein darf, weil von einem Prozess, der digitalisiert ist, aber am Schluss vielleicht viel Kraft, viel Geld gekostet hat, aber keinen Nutzen gebracht hat, hat man am Schluss auch nichts gewonnen. Ja, spannend. Herr Professor Popp, Sie haben ja die gleiche Herausforderung wie Frau Clemens, Sie sind ja auch für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung zuständig und haben darüber noch die Herausforderung, dass Sie nicht nur als CIO sagen können, was sind die Rahmenbedingungen und die Richtlinien, sondern Sie als Amtschef der Staatskanzlei müssen es ja letztendlich auch bei Ihnen dann auch nochmal umsetzen. Sie sagen, IT ist nur ein Werkzeug und keine Wunderwaffe für mehr Digitalisierung. Was ist wichtig? Wie müssen wir es angehen? Wie machen Sie es in Sachsen und was können wir alle da mitnehmen? Ja, ich könnte ja zunächst mal sagen, ich sitze hier eigentlich falsch oder bin auf dem falschen Platz. Warum sage ich das? 80 Prozent der Digitalisierungsprozesse scheitern daran, dass es kein vernünftiges Fachkonzept gibt. Sie scheitern nicht daran, dass es keine IT gibt, keine Hardware, keine Software, sondern wir müssen die Prozesse, die auf der Fachebene liegen, die müssen wir uns vernünftig anschauen, die müssen wir am besten disruptiv verändern und dass sie dann auch vernünftig überführt werden können. Denn einen holprigen, analogen Prozess, ja, manche sagen auch bösartig Schrottprozess zu digitalisieren, dann haben Sie digitalisierten Schrott, der hilft uns nicht weiter. Also das ist mein Appell an die Fachkollegen. Wir können kein Ausländer oder Bauwesen, ja, der Kollege Markus Richter oder ich, digitalisieren. Wir müssen unsere Leute dazu bewegen, sich die Fachprozesse anzuschauen. Und die Digitalisierung ist, das können Sie vergleichen mit einem schönen Menü. Das schmeckt nur, wenn Sie die richtigen Zutaten haben. Und da brauchen Sie ein Mindset, das heute schon angesprochen worden ist, bei der Belegschaft. Man muss das wollen. Sie müssen priorisieren. Sie brauchen die richtigen Gewürze. Die Personalressourcen sind begrenzt. Und Sie brauchen natürlich auch die Führungskräfte, die da mitwirken. Ohne die Führungskräfte geht es überhaupt gar nicht. Und wir haben 30 Jahre unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern andere Dinge beigebracht. Aber eben nicht Digitalisierung. Gehen Sie jetzt mal in die Ausländerbehörden, wie die vom MPK-Beschluss aufgeschreckt worden sind. Wie viele Verfahren haben wir denn überhaupt im Land? Glauben Sie nicht, dass das einheitliche Verfahren sind. Das ist in jedem Bundesland anders. Da gilt die kommunale Selbsthoheit. Wir haben 11.000, er spricht immer von 11.400 Kommunen. Und das ist das, was die Digitalisierung nicht verträgt. Wir brauchen Standardisierung und brauchen trotzdem Freiheit im Prozess. Also man braucht diese Zutaten. Und wenn man das richtig angeht, kommen wir, glaube ich, ein ganzes Stück gut voran. Es hat sich viel bewegt. Aber der Weg, der noch vor uns, der ist noch lange. Aber Sie müssen die Leute nicht nur mitnehmen, sondern die Leute müssen mitwachen. Und wie die Kollegin sagte, der Mehrwert muss ganz deutlich herausgestellt werden. Und wir verlieren ein Drittel unseres Personals. Und wir werden diese Stellen nicht mehr nachbesetzen können. Und die Aufgabe der Verwaltung ist es, die Gesetze zu vollziehen. Von Europa, vom Bund, vom Land. 85 Prozent der Gesetze werden in den Kommunen umgesetzt. Und denen müssen wir helfen. Da müssen wir Lösungen anbieten. Und am Ende zählt nur, nutzt der Bürger dann diese Verfahren. Und nicht, ich habe es umgesetzt. Und da sind die Zahlen bei Großstädten und auf dem Land völlig andere. Und ich glaube, da müssen wir einfach noch besser werden, auch in der Kommunikation. Und da haben wir uns zusammen mit dem Bund und mit den Länderkollegen auf den Weg begeben. Volle Zustimmung. Ja, sehr spannend. Das heißt, wir müssen an die Prozesse ran. Wir müssen die Bürger integrieren. Herr Dr. Schmitz, ich habe am Anfang gesagt, OZG haben Sie schon den Haken dran gemacht. Das heißt ja nicht, dass die Digitalisierung in der Bundesagentur für Arbeit schon abgeschlossen ist. Im Gegenteil, Sie sagen ja, wir müssen die Kundenreise begleiten und wir müssen den digitalen Change erlebbar machen. Das geht ja in die Richtung, wie sieht eigentlich der Gesamtprozess aus? Wie nehme ich meine Menschen und Bürger mit? Wie gehen Sie das an und was können wir daraus für uns alle mitnehmen? Ich glaube, das, was Melanie eingangs gesagt hat, ist total wichtig, dass wir nicht jetzt ein Gesetz umsetzen und dann erfolgreich sind, sondern das OZG war für uns eine Metapher, letztlich eine digitale Agentur anzubieten. Und wenn ich eine digitale Agentur anbiete, heißt das nicht, wir haben keine persönliche Beratung mehr in den Dienststellen, sondern das heißt ja beides. Der Kunde kann entscheiden und wenn ich eine digitale Agentur umsetze, heißt das auch, ich muss die digitale Kundenreise verstehen. Und die Frage ist ja, haben wir das in der Vergangenheit getan? Und deswegen, ja, wir haben das OZG umgesetzt, aber auf dem Weg dieser digitalen Kundenreise haben wir nicht nur 67 E-Services gefunden, die wir mit euch abgestimmt haben, sondern auch 30 weitere. Und das ist doch eigentlich die Idee zu sagen, du merkst auf einmal, Mensch, da braucht es noch einen Bot an einer Stelle, da braucht es noch eine Videoberatung, dann baust du einen Video-Gateway und das ist, finde ich, das Interessante. Und deswegen, ja, wir haben einen Meilenstein genommen, aber eigentlich sind wir nicht fertig. Was neu ist, und das klüft so ein bisschen an das, was Sie gerade gesagt haben, dass wir versucht haben, das mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam zu entwickeln. Das haben wir früher nicht gemacht. Wir haben es vorgegeben, haben aber wirklich nicht gemacht, sondern wir haben dann 100 Kunden befragt und gehofft, dass sie das gut finden, was wir machen. Und was wir jetzt bei OZG wirklich gemacht haben, wir haben von Anfang an Testcafés einbezogen, wir haben Eye-Tracking-Methoden angewandt, haben uns ziemlich viel vor die Schwarte sagen lassen müssen, aber das war in Summe richtig, das heißt, es ist eine ganz andere Art, wie wir an den Dingen arbeiten. Und wir haben sozusagen so Kundenbewertungen, Kundenfeedbacks dran gehängt. Und das heißt aber auch, wenn ich das mache, muss ich die auswerten. Da muss ich gucken, was läuft, was läuft schlecht. Und Thema Transparenz war heute bei Judith Gerlach schon mal Thema. Wir haben auch ein Online-Cockpit und dann sagen mir die Kollegen, wir haben im Schnitt eine 4,1. Dann sage ich, super, aber was ist denn im Einzelnen der Fall? Und es gibt bei uns so einen schönen Spruch in der BA, der Durchschnitt ist das Leichentuch der Statistik. Und dann gibt es halt ein paar, die sind knapp an der 5, wir haben aber auch welche, die haben nur 3 Sterne. Und da beginnt eigentlich jetzt die Arbeit. Und deswegen, ja, wir haben, glaube ich, einen wichtigen Meilenstein genommen, aber der Großteil der Strecke, der beginnt jetzt eigentlich erst. Spannend. Ja, Transparenz haben Sie angesprochen, Messbarkeit. Herr Dr. Schneider, als Krupp-CIO haben Sie es zwar nicht mit 11.000 Kommunen zu tun, aber auch mit unterschiedlichen Länderorganisationen oder Ländergesellschaften. Sie sagen, wir brauchen Transparenz zur Selbstorganisation. Bringen Sie Licht ins Dunkel, was Sie damit meinen und warum Sie glauben, dass uns das helfen kann, wirklich auch Beschleunigungen hinzubekommen. Ja, wenn man hochverteilte Systeme hat, hochkomplexe Systeme, dann muss man sich als erstes mal festlegen, Lagefeststellung, wo stehen wir denn überhaupt? Und das ist schon mal die erste Dimension der Transparenz. Sie kommt aber noch in der zweiten Dimension. Wir diskutieren immer so sehr stark und da sind wir alle, wir alle extrem gut, was wir wollen. Also da sind wir perfekt, da gibt es auch meistens gar nicht so große Unterschiede, aber dann die nächste große Phase ist, wie machen wir es dann? Und dann zerflattert schon. Also da wird diskutiert, endlos, anstatt dass man sich fragt, wie kommt doch eigentlich darauf an, wie effektiv ist was? Und am besten ist es doch dann, das wie einfach zu messen, ob es ankommt und das transparent zu kommen. Aber das Wichtigste für die Transparenz zur Selbstorganisation ist der dritte Strich, nicht das Was ist entscheidend, nicht wie ist natürlich auch wichtig, aber wer macht es denn überhaupt und wer kann es überhaupt? Und das ist Selbstorganisation, also dass man über Transparenz, also diejenigen nach oben spült, die es können und dies wirklich machen. Und das ist das und deswegen bin ich total bei dir, also der Durchschnitt zu berechnen ist völlig, völlig daneben. Also man muss sehr individuell die Transparenz messen können, also kein Self-Reporting führt in den Wald. Also man muss messen, wirklich auch wieder mit der IT messen und das in Echtzeit darstellen. Und dann merkt man, wer ist effektiv, was ist effektiv und wie macht man es effektiv? Ja, spannend. Also das heißt, klare Ziele definieren, transparent sein und kontinuierlich messen. In meiner Wahrnehmung zumindest ist es nicht unbedingt das, was die Verwaltung gerne tut, sich Ziele stecken und sich dann kontinuierlich daran zu messen, ob es richtig ist oder nicht. Vielleicht noch mal eine Frage an Sie, Frau Klement. Sie haben sich ja sehr konkrete Ziele gesteckt. Ich sage nur die 14-Tage-Regel, ich muss innerhalb von 14 Tagen einen Termin haben. Sie haben eben die 500.000 zusätzlichen Termine genannt. Das heißt also wirklich ganz konkrete, transparente Ziele. Ich gehe davon aus, dass Sie das auch messen werden. Glauben Sie, dass wenn wir uns mehr Ziele stecken würden, die auch transparent machen würden und auch in die Messungen gehen, dass das uns in Summe guttun würde als Verwaltung, um einfach die Ziele besser zu erreichen? Ich bin davon überzeugt. Also Daten, ich bin ein total datengetriebener Mensch und wenn wir die Ziele nicht klar formulieren, werden wir sie nicht erreichen. Ich bin bei Professor Popp. Wir sprechen sehr prozessual. Wir zeigen sehr oft, wie fleißig wir sind, wie viele Termine wir gemacht haben, mit wem wir uns alles abgestimmt haben. Aber am Ende kommen wir nicht schnell genug voran. Und das werden wir nur sehen, wenn wir diese Ziele so klar formulieren und dann eben auch erkennen, wo wir nicht gut genug unterwegs sind und uns nicht wohlfühlen in dem ganzen Fleiß, den wir mitbringen. Das halte ich für sehr entscheidend. Ja, sehr spannend. Mich hat es aber auch nochmal interessiert aus der Sicht in Berlin, weil da haben wir ja das Beispiel, wo man wirklich ganz konkret auch nochmal, Sie sich jetzt vorgenommen haben für die nächste Zeit in Ihrer neuen Aufgabe, diese Zielerreichung hinzubringen. Ist das ein Beweggrund dafür gewesen oder ist das einfach, Sie sagen, das ist das, was wir brauchen und deswegen machen wir das? Also bei den Bürgerämtern definitiv brauchen wir das. Das gehört für mich zu einer Daseinsvorsage dazu, dass der Staat auch leistungsfähig ist und dass Bürgerinnen und Bürger auch Zugang zu einer Verwaltung haben. In Berlin ist man ja quasi gezwungen, sich ordnungswidrig zu verhalten, weil man sich gar nicht schnell genug an- und ummelden kann. Also das ist die absolute Basis eines funktionierenden Staates für mich. Deswegen müssen wir das jetzt so schnell wie möglich hinbekommen. Das ist ja eine sehr lange Vorgeschichte sozusagen, ist ja auch schon sehr lang, so ist ja kein neuer Zustand. Aber umso wichtiger, dass wir das jetzt hinbekommen. Wir haben neben der Digitalisierung, die wir dafür brauchen, jetzt auch weitere Maßnahmen angestoßen, die wir jetzt auch schon zum Teil umgesetzt haben und auch weiterhin umsetzen werden. Wir werden natürlich auch zusätzliches Personal brauchen, an die Strukturen vor Ort rangehen müssen, sowas wie einen Springerpool einrichten, vielleicht zusätzliche Standorte bei den Bürgerämtern einrichten. Und wie gesagt, dann werden wir das hinbekommen, dass das Hand in Hand geht mit den digitalen Bürgerdienstleistungen und die Bürgerinnen und Bürger, die auch faktisch nutzen, weil es immer wieder an dem Punkt, wo nichts gewonnen ist, wenn wir das zwar alles schön einrichten, aber es keiner nutzt. Dann, glaube ich, kommen wir da einen guten Schritt weiter und definitiv brauchen wir konkrete Ziele, um die auch überhaupt erreichen zu können. Sehr gut. Nochmal an Sie, Frau Kehr. In unserem Vorgespräch haben wir gesagt, oder haben Sie gesagt, dass wir eigentlich mehr in Chancen denken müssten. Wir müssen wahrscheinlich auch den Mut haben, bestimmte Dinge einfach anzugehen. Fehlt uns dieser Mut manchmal? Ich glaube, wir sind sehr risikogetrieben als Bank sowieso. Wir müssen natürlich sehr sorgsam mit den Daten umgehen, für die wir die Verantwortung haben. Aber ich glaube, manchmal ist es schon entscheidend, dass wir verstehen, was bleibt auf der Strecke. Also nicht zu digitalisieren ist auch eine Entscheidung. Die sehen wir oft nicht, weil es nicht als Ziel definiert ist. Da steht ja nicht der KPI Digitalisierung gleich null. Aber faktisch ist es so. Und wenn wir sehen, wie Gremien funktionieren, dann kommt sehr, sehr stark die Risikofrage und nicht so sehr die Chancenfrage. Und ich glaube, da gehört ein bisschen mehr Mut dazu. Und der Trigger für uns, was wir gesehen haben, ist, was wirklich hilft, ist, mit viel Know-how ranzugehen. Also wenn ich die IT-Sicherheit verstanden habe, wenn ich verstanden habe, wie man Cloud, BDAI wirklich nutzen kann und wo die Risiken wirklich sind, dann kann ich mir halt überlegen, wo ist es vertretbar, diese einzugehen und wo sollten wir lieber Abstand nehmen. Also am Ende ist es wieder Know-how kombiniert mit Chancen versus Risiken abwägen. Und ich bleibe dabei, nicht zu digitalisieren, ist auch eine Entscheidung, die so aber oft nicht ausgesprochen wird. Ja, spannend. Kann ich kurz dazu? Ja, gerne. Da bin ich auch ganz bei Ihnen. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die wir uns meines Erachtens heutzutage viel zu wenig trauen. Weil es gibt ja durchaus funktionierende Prozesse. Die können ja vielleicht auch schlicht und ergreifend so bleiben, aber es trauen sich wenige Leute auszusprechen, dass es auch Vorgänge gibt, die nicht zwingend digitalisiert werden müssen. Sind wir wieder an dem Punkt, darf kein Selbstzweck sein. Genau, also nicht in die Breite, alles digitalisieren, was möglich ist, sondern eigentlich die Themen, die im Vordergrund stehen, die den größten Mehrwert bringen. Trotzdem nochmal zurück zum Frage Mut, Frage Pragmatismus. Es gab ja eine Phase in der letzten Zeit, wo auf einmal, ich sage mal, das ist die Phase, wo wir die größte Beschleunigung hatten bei der Digitalisierung, das war die Pandemie. Da mussten wir auf einmal aus der Not heraus und die Verwaltung hat ja auch bewiesen, dass wenn sie muss, sie auch entsprechen kann. Und auf einmal wurden pragmatische Entscheidungen getroffen. Vielleicht an Sie, Herr Dr. Schmitz, ich denke mal, in Ihrem Haus war das ähnlich. Aber was nimmt man aus der Phase mit, auch an der Herangehensweise, um diese Beschleunigung aufrecht zu erhalten? Was sind die Zutaten letztendlich, um vielleicht Dinge schneller angehen zu können, so wie wir es in der Pandemie ja alle hinbekommen haben? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als wir den Lockdown hatten und über Nacht 1500 Dienststellen geschlossen hatten, da war bei uns eher das Weiße in den Augen. Also da haben wir erst gedacht, wie machen wir das jetzt? Also Kontaktbeschränkungen bundesweit. Und wir hatten gerade das OZG aufgeplant und dann die Frage war, wie gehst du jetzt vor? Und wir haben aber sehr stark gesehen, dass auf der einen Seite, ja, wir konnten auch in den Projekten keine persönlichen Interaktionen machen, wir konnten die Testcafés nicht nutzen, aber dann, das hat nicht lange gedauert, vielleicht eine Woche, ist das komplett umgeschlagen, dahingehend, dass ich schon sage, das hat Kräfte freigesetzt, aber auch Dinge möglich gemacht, die wir so vorher nicht gesehen haben. Und wir haben pro Nacht, um das mal zu sagen, 250 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Wir hatten Bewilligungszeiträume von vier, fünf Tagen. Wir haben im Verwaltungsrat darüber diskutiert, in wie vielen Stunden das Geld auf den Konten ist, nicht wie viele Monate. Und das hat mich auch ein bisschen stolz gemacht auf die Organisation und trotzdem haben sie das OZG angegangen. Und das zeigt nochmal, dass wir, glaube ich, gerade in Krisensituationen, kann ich für meine Organisation, aber ich glaube auch in Summe für die Verwaltung sagen, wirklich richtig gut sind. Wir haben ein paar große Vorteile gehabt, das sage ich Ihnen auch. Wir haben innerhalb von acht Wochen Video Gateway umgesetzt. Da würde ich sagen, unter normalen Beteiligungsprozessen brauchen wir dafür sonst ein, zwei Jahre. Du machst ein Konzept, hast einen Piloten, machst einen erweiterten Piloten, große Mitbestimmung bei uns. Das war in acht Wochen da. Ich mache Ihnen ein zweites Beispiel, beschleunigte Vergaben. Wir konnten über diese, sage ich mal, Notfallgesetzgebung in der Tat Dinge, wo wir sonst europaweit, und wir sind immer europaweit, Dinge ausschreiben konnten, auch wenige Wochen verzögern. Und wir konnten auch pragmatische Dinge mal ausprobieren, wo sonst die Regulatorik dicht macht. Also wir haben beispielsweise jetzt ein Selfie-Ident-Verfahren gehabt, datenschutzkonform, 1,5 Millionen Vorsprachen weniger, die sonst gekommen wären. Und das hat uns wirklich ein Stück weit geholfen. Und ich glaube, dieses Thema nach vorne zu treiben, wäre extrem hilfreich. Wir sehen aber eher einen Rollback. Also die Vergaben sind wie früher, dauern wieder ewig. Die Ausnahmegenehmigungen, die wir hatten, sind wieder kassiert. Das heißt also, ich sehe jetzt bei den Online-Nutzungen, wir haben gerade über das Thema Nutzung gesprochen, war ich bei 67, 70 Prozent. Das geht jetzt wieder runter. Und das muss ich schon sagen, da sind wir doch manchmal etwas überreguliert in Deutschland. Und da würde ich mir mehr Mut wünschen, dass wir diese Dinge auch zügiger umgesetzt bekommen. Ich würde es gerne ergänzen zur Pandemie, weil Sie gefragt haben, Start. Ich musste als Amtschef der Sächsischen Staatskanzlei von heute auf morgen 80 Prozent nach Hause schicken, die von zu Hause auch dann gearbeitet haben im Homeoffice. Und weil wir vorher schon auf Laptops umgestellt haben und dann kann man sich über VPN-Tunnel einwählen und kann arbeiten, als wenn man im Büro wäre. Und es gibt ja so diesen Begriff der German Angst. Also unsere ganzen Bedenkenträger, die jeder in der Verwaltung hat, die hatten keine Zeit, ihre Bedenken aufzuschreiben, so schnell ging es. Und wenn man bei der Pandemie etwas Positives abgewinnen möchte, dann, dass sie als Beschleuniger der Digitalisierung gedient hat. Und natürlich hat sich Homeoffice etabliert und die Verwaltung ist nicht zusammengebrochen. Ganz im Gegenteil. Vorher haben sie über zwei, drei Prozent der Belegschaft diskutiert, die eben Homeoffice machen durften. Und plötzlich haben sie 80 Prozent nach Hause geschickt oder Teams gebildet, 50, 50 Prozent. Also das geht. Die Verwaltung kann das. Man muss sie auch ein Stück weit lassen. Und da haben die Personalvertretungen auch, glaube ich, sehr, sehr gut mitgezogen. Und deshalb müssen wir das auch weiter fortsetzen. Leider haben die Bedenkenträger jetzt wieder mehr Zeit. Und es gibt Tendenzen, alles wieder zurückzufahren auf Status quo. Und das müssen wir einfach verhindern. Und aufgrund der demografischen Situation machen das unsere jungen Talente auch gar nicht mehr mit, die wir gewinnen wollen. Wenn wir nicht als moderner, attraktiver Arbeitgeber auftreten, und das gilt für jedes Bundesland und jeden Stadtstaat, dann werden wir diese Talente nicht gewinnen. Und das ist gerade so ein Kampf der Kulturen, der gerade läuft, den wir als, ich sage mal, Personalchefs dann auch mitgewinnen müssen. Und ich quasi in der Doppelfunktion. Ja, das Thema Fachkräftemangel, wie gesagt, würde ich gerne auch später noch mal aufgreifen. Vorab noch mal zu Ihnen, Herr Dr. Schneider. In unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, zwei Punkte, die ich relevant finde und die ich in der Diskussion auch noch gar nicht so stark wahrgenommen habe. Das eine war das Thema, wenn wir digitale Services haben, müssen wir gucken, dass wir möglichst schnell auch Last reinbekommen. Nehmen wir mal das Thema Bund-ID. Dr. Richter, korrigieren Sie mich, gibt es ja auch schon eine gewisse Zeit, insbesondere jetzt durch die Auszahlung, der Einmalzahlung an die Studierenden, hat das ja auf einmal Schwung bekommen. Ich glaube, es waren 800.000. Mittlerweile sind wir irgendwo zwischen zwei und drei Millionen. Ich persönlich habe es auch schon genutzt. Aber das war ein Thema von Ihnen, wo Sie gesagt haben, wir müssen gucken, dass solche Services, die dann in die Welt rausgehen, auch möglichst schnell skalierbar sind. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, was ich auch spannend finde, wir hören vereinzelt schon Digital First, gerade Bundesagentur für Arbeit ist ja auch jemand, der mit dem Motto Digital First rausgeht. Sie haben gesagt, wir müssen aber auch noch Mobile First letztendlich dazu denken, wenn Sie zu den zwei Themen vielleicht noch mal kurz sich äußern könnten. Also ich hatte das vorher gesagt, man muss ja immer schauen, ob man effektiv ist mit dem, was man tut. Und was extrem entscheidend ist, ich mache es mal an dem Beispiel Cyber Security. Cyber Security ist die Speerspitze der Digitalisierung oder die Achillesferse. Und da gibt es in der Cyber Security, Minimum in Cyber Security gilt das Gesetz des Dschungels. Also entweder bist du schnell oder du wirst gefressen oder du hast Glück. Auf Glück können wir aber nicht setzen. Also müssen wir gucken, wie können wir wirklich schnell auch zeigen, dass wir was auf die Straße bringen. Deswegen ist es immer mit den Services auch für den Endbürger möglich, schnell Erfolge zu feiern. Sonst kann man und schafft man die Energie nicht, seine Hausaufgaben zu machen. Nämlich die Hausaufgaben sind uns alle klar. Die Hausaufgaben sind, um zu skalieren, an der Cloud kommt keiner mehr vorbei. Entkoppelte Systeme, du musst wirklich so die Systeme bauen, dass du schnell verändern kannst und schnell Neues in die Welt bringst. Dann musst du die Netze setzen und unser Lieblingsthema, dritte Infrastruktur, Identity und Access Management. Ohne, dass man das im Griff hat, braucht man gar nicht zu versuchen zu skalieren, weil es wird einen einholen irgendwann. Also diese drei, beherrscht deine Netze, beherrscht deine Cloud und beherrscht dein Identity Access Management, ist einfach Pflicht. Und das muss man machen. Aber dann muss man es schnell zeigen. Und deswegen, um schnell was zu zeigen, deswegen dieses Mobile First, würde ich sagen, du musst schnell, um es zeigen zu kommen, an den Endkunden rankommen, und das ist bei Ihnen ja dann der Bürger. Und den bekommt man nur über Mobile, weil das Mobile hat er immer dabei. Sein Rechner ist zu Hause oder im Büro. Deswegen, um an den Kunden ranzukommen, muss man Mobile First machen. Ist das Thema Mobile First bei Ihnen schon in den Köpfen? Ich habe es bisher in der Diskussion noch wenig wahrgenommen. Zu? Nee, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir haben letzten November, kurz vor der OZG-Frist, haben wir im Vorstand entschieden, Digital First, Mobile First. Das war für uns schon im öffentlichen Sektor jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Haben wir lange diskutiert, wollen wir das? Wir haben gesagt, jetzt ist die Zeit reif, diesen Schritt zu gehen. Und wir haben das alles flankiert, was im Online-Zugangsgesetz und in den ganzen Paketen, die der Markus auf den Weg gebracht haben, dass wir das Ganze eben auch appfähig machen, weil wir sagen, letztlich muss es die BA in der Hosentasche sein. Und wir haben aber auch gemerkt, von alleine funktioniert das nur teilweise. Und wir haben zum ersten Mal, und das ist, glaube ich, bei uns in der IT das erste Mal gewesen, dass mein Team mit der Business-Seite gemeinsam die komplette Führungsmannschaft bei uns bundesweit digital geschult hat, weil wir gesagt haben, wir wollen, das war eine Digi-Week im Januar, dass wir das, was wir jetzt bereitgestellt haben, in die Nutzung bringen, weil wir sehen schon auch, dass die Mitarbeitenden nicht alle vorurteilsfrei positiv erstmal damit umgehen. Und das hat eine super Resonanz gefunden. Also wir sind mittlerweile so weit, dass wir aus der IT über alle Führungskaskaden hinweg direkt in die Mitarbeiter, also in die Führungsteamleitungsebenen kommunizieren. Und das ist für mich jetzt eigentlich der logische nächste Schritt. Wir haben technisch bereitgestellt, und jetzt kommt der Führungsdialog, und du merkst einfach, dass die Spaß an dem Thema haben. Die sind überhaupt dann, die wollen das erklärt bekommen, wir bauen Prototypen, Click-Dummies. Und das ist für mich jetzt eigentlich der nächste Weg zu sagen, wenn wir die Mitarbeiter aufgeschlossen haben, merken wir auch, dann bringen sie es dem Kunden näher. Und wir haben einen ganz einfachen Satz formuliert, jeder muss seine Zugangsdaten kennen, jeder muss die App runtergeladen haben, und es muss einfach genutzt werden. Und dieser Dreiklang geht jetzt, also Andrea Nahles tingelt durch die Dienststellen, ich auch, und wir merken einfach, das macht auch Spaß. Bei allen Irrationalitäten, die es bei uns natürlich noch gibt, da sind wir nicht so gut wie ihr aufgestellt, aber trotzdem, das ist für mich jetzt eigentlich unser gemeinsamer Weg, das in die Mannschaft zu bringen. Das Thema Fachkräftemangel oder Kompetenz per se, haben wir ja schon mehrfach, ist ja schon an mehrfachen Stellen angeklungen, und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger, ja auch allein durch die Demografie, auf der einen Seite, aber auch, ich sage mal, aus der Sache heraus, Technologie verändert sich ja auch. Vielleicht nochmal an Sie, Herr Professor Popp, Sie haben einen eigenen Fachbereich, Digitale Verwaltung an der Hochschule in Meißen eingeführt. Ist das auch ein Baustein, um letztendlich Kompetenz aufzubauen? Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Baustein, dass wir Leute haben, die Verwaltung verstehen, aber sich eben auch die Digitalkompetenzen an einer Hochschule aneignen, und es war höchste Zeit, dass wir diesen Studiengang eröffnet haben, und ich glaube, das sind die Leute, die wir in den Ministerien und in den großen Behörden auf jeden Fall brauchen, genauso wie wir, Thema Sicherheit, völlig richtig, was Sie sagen, wir über ein IT-Sicherheitsgesetz in jedem Ministerium jetzt einen hauptamtlichen Befis, Beauftragter für Informationssicherheit, etabliert haben, der nichts anderes tut, als über IT-Sicherheit zu reden, zu kommunizieren und natürlich die erforderlichen Maßnahmen dann auch zu planen und umzusetzen. Und dieses Know-how müssen wir in die Köpfe bringen und damit auch in die Verwaltung und gerade auch so in diesem Spannungsfeld Fachverwaltung und reine IT. Das ist für mich immer noch ein, ich will nicht sagen ein Buch mit sieben Siegeln, aber für sehr viele, und wir brauchen diese Kommunikatoren. Und das sind genau die Leute, die Verwaltung können und IT verstehen lernen, die diese Brücken bauen und dann auch mitentscheiden können, was tue ich, wie setze ich es um, in welchem zeitlichen Ablauf, und dann eben auch Mut zum Risiko haben und nicht fünf Jahre lang ein Projekt planen und alle 120 Fälle, die jemals in dieser Welt vorgekommen sind, da reinpacken. So ticken wir aber als Verwaltung und das muss aufhören. 70, 30, 80, 20 maximal und dann kommen wir dann auch weiter. Und die Leute sind gut, die wollen, nur wir müssen die Rahmenbedingungen setzen und schaffen und dann gehen die jungen Leute dorthin und entwickeln auch Lösungen. Und ich kann Ihnen nur aus persönlicher Erfahrung sagen, es macht richtig Spaß, diese Leute zu unterrichten, mal ein, zwei Stunden. Ich erzähle nicht so viel vom IT-Planungsrat, aber mal ein bisschen die Welt erklären, wie es politisch läuft und Ihnen das Vertrauen geben, dass das gewollt ist, was Sie tun und dass Sie das tun dürfen und auch eine Adresse hinterlegen, wenn es mal ganz schlimm wird, um mit dem Vorgesetzten mal zu reden. Aber da müssen wir investieren und das tun wir in dem Bereich als ein Baustein und ein anderer ganz wichtiger Baustein, Ministerin Gerlach-Jodith hat es vorhin kurz angesprochen. Wir haben ein Projekt, das wir mit dem Kommunalen Spitzenverband machen, Digitalkompetenz für die Kommunen. Dort haben wir Digitallotsen ausgebildet, sind ganz tolle Leute, circa fünf, und die jetzt über 130 digitalen Navigatoren in den einzelnen Gemeinden, wir haben 419 in Sachsen, Ausbilden, die sich gegenseitig vernetzen, die lernen, wie man Digitalkompetenz nutzt, um vor Ort dann Dinge umzusetzen. Das ist eine clevere Standesbeamtin, die das macht, die anerkannt ist, die kommunikativ stark ist, die vorher mal im Wirtschaftsministerium gearbeitet hat und wieder in die Region zurückgeht. Das sind die Leute, die wir brauchen und dann können wir auch in der Verwaltung zusammen mit den Kommunen das umsetzen. Ich sage mal, in der Verwaltung ausbilden, die richtigen Skills aufbauen, auch den Nachwuchs aufbauen ist das eine. Das andere ist aber auch, ich sage mal, Kompetenz von draußen reinholen. Also wie macht man den Arbeitsplatz in der Digitalisierung für die Verwaltung dann auch interessant für Leute, die heute in der Industrie unterwegs sind, die gewisse Kompetenzen dort aufgebaut haben? Weiß ich nicht, Frau Klement, sehen Sie das Problem? Kriegen Sie genügend kompetente Personen auch letztendlich aus der Industrie herein? Und was müssen wir tun, um den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten? Also ich denke, das ist ein Problem, das wir überall gleichermaßen haben. Vielleicht sogar in Berlin besonders ausgeprägt. In Berlin deswegen auch besonders ausgeprägt oder für das Land Berlin besonders ausgeprägt, weil wir ja hier definitiv mit den obersten Bundesbehörden konkurrieren, die auch noch ungleich besser zahlen als wir als Land Berlin, was das Ganze nicht leichter macht. Aber natürlich tun wir uns sehr, sehr schwer, Leute von außen zu bekommen, insbesondere in diesen IT-lastigen Bereichen. Deswegen bin ich auch ganz bei Ihnen und finde es auch eine exzellente Initiative, dass wir unsere eigenen Verwaltungsleute weiterbilden müssten. Weil meines Erachtens ist ja weder die Verwaltung das Problem, noch die digitalen Lösungen sind das Problem. Das Problem ist, dass die zwei unterschiedliche Sprachen sprechen oder einfach zwei Zahnräder sind, die nebeneinander sich herdrehen, aber einfach nicht ineinander greifen. Und ich denke, dass wir da sehr viel Potenzial haben, das wir nutzen können, wenn wir unsere eigenen Leute versuchen, entsprechend weiterzubilden, was sicherlich auch gelingen wird, weil in der Tat Leute von außen zu gewinnen, ist schwierig. Aber auch da müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir für die Verwaltung interessant machen können. Genau, wir haben viel über Kompetenz jetzt in der Verwaltung gesprochen. Wir haben auch oft über die Kompetenz oder unsere Kunden, die Bürger gesprochen. Thema Mittelstand ist ja auch eigentlich letztendlich ein Punkt. Darf ich, bevor wir zum Mittelstand kommen, da vielleicht was zu sagen? Gerne. Das liegt mir wirklich unheimlich auf dem Herzen. Wir haben gerade gesprochen, dass uns die digitale Transformation nur gelingen wird, wenn wir richtig gute Teams bauen mit allen Spezialskills, die wir brauchen. Das heißt, ich brauche den super IT-Sicherheitsspezialisten und ich brauche aber auch die Fachleute, die sagen, was man eigentlich am Ende erreichen will, weil Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wir kommen vom Mehrwert. Das heißt, für unsere Mitarbeitenden wird es immer komplizierter. Sie müssen ihr Spezialwissen mitbringen, aber genug von den anderen verstehen. Und wenn wir jetzt sehen, in welcher Situation wir uns befinden, wir reden über Fachkräftemangel, wir reden über Arbeitskräftemangel, wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein, um unseren Job für die Bundesregierung gut machen zu können. Und dann sehen wir eine Anspruchshaltung mit, ich möchte möglichst viel vom Homeoffice aus machen, was in meinen Augen schon in Teilen widersprüchlich ist. Denn ich muss die Teams zusammenbringen, damit sie sehr gut voneinander lernen. Und da, wo unsere Scrum-Teams an bestimmten IT-Produkten arbeiten, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das kann super vom Homeoffice aus passieren. Aber dieser Trend zu, ich kann doch von überall arbeiten und das passt schon, mit dem habe ich ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl, weil wir eigentlich gerade die Zukunft bauen. Und ich glaube, wir müssen jetzt visionär sein und nicht zu sehr administrativ drauf gucken, was können wir noch tun im Recruiting, was können wir da tun. Und wir machen Hackathons und alles Mögliche. Sondern wir müssen überlegen, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus. Und wir sehen gerade Trends mit, wir holen alle Leute wieder zurück zu 100 Prozent. Da bin ich auch kein Freund davon. Aber zu sagen, klappt doch super, jeder kann zu Hause sitzen. Da habe ich Sorge, weil ich glaube, dass eine gute Unternehmenskultur durch Begegnungen entsteht. Und das gilt es jetzt, das zu entwickeln. Ich weiß auch noch nicht, wie die Lösung aussieht, weil am Ende müssen wir auch gucken. Wir sind Teil des Arbeitsmarktes. Aber ich glaube, da ist die Messe noch nicht gesunken. Da wird noch viel passieren. Sehr gut. Vielleicht noch ganz kurz zum Mittelstand. Ich meine, Sie bedienen ja als KfW auch sehr stark den Mittelstand. Ist der Mittelstand denn richtig aufgestellt, was Digitalkompetenz betrifft? Wenn wir digitale Lösungen anbieten, kann der Mittelstand den überhaupt entgegennehmen? Ich glaube, wir müssen unterscheiden nach Größe der Unternehmen. 80 Prozent der Mittelständler haben weniger als zehn Mitarbeitende. Das ist natürlich schwierig, dieses Know-how dann aufzubauen. Und wir haben in der Pandemie gesehen, die größeren Firmen haben natürlich auf Digitalisierung gesetzt. Und da auch sich mit Innovation intensiv beschäftigt. Aber in der Breite sind Investitionen in Innovation zurückgegangen. Und deswegen, finde ich, muss man vorsichtig sein mit der Aussage, die Pandemie hat einen Digitalisierungsschwung gebracht. Ich glaube, schon in Anwendungen. Also alle wissen jetzt, wie Teams geht, wie Webex geht, wie Zoom geht. Aber wir reden ja eigentlich über eine Transformation der Geschäftsmodelle. Und das ist in der Breite noch nicht passiert. Und deswegen geht es wirklich um Fach-Know-how, um Erwachsenenbildung, darum, wie man eben auch in den kleineren Firmen das nötige Know-how mit aufbauen kann. Sehr gut. Vielleicht nochmal ein Schwenk. Ein Thema haben wir, vorhin ist es mal kurz angeklungen, das Thema der IT-Sicherheit. Ich glaube, in der aktuellen Sicherheitslage ist das Thema der IT-Sicherheit, der Cyber-Sicherheit ja ein ganz wesentliches. Und Herr Dr. Richter, im digitalpolitischen Programm 2025 ist ja auch klar verankert, wir müssen die Cyberfähigkeit ausbauen. Und wir brauchen eine neue IT-Sicherheitsarchitektur. Was sind denn die Kernbausteine davon, die wir jetzt an der Stelle angehen müssen? Ja, wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht nur aufgrund des Angriffskriegs Russlands gegenüber der Ukraine eine ganz herausfordernde Situation haben, weil kritische Infrastrukturen auch miteinander vernetzt sind, sondern vor allem durch Cybercrime eine Dimension da uns gegenübersteht, der wir, sage ich mal, mit den hergebrachten Mechanismen nicht vielleicht immer hinreichend begegnen können. Was meine ich damit? Es ist eben manchmal vom Zufall abhängig, ob der Server, über den ein Angriff stattfindet, in Hamburg, München, Köln oder Berlin steht. Es sind aber völlig unterschiedliche Behörden zuständig. Und da meine ich, müssen wir in der Zusammenarbeit besser werden. Wenn wir von neuer Architektur oder weiterentwickelter Architektur im Cyber-Bereich sprechen, dann meinen wir damit vor allem erstens, dass das BSI eine Zentralstellenfunktion innehaben sollte, so wie wir es in der analogen Welt auch kennen, wo das BKA selbstverständlich mit den Landeskriminalämtern zusammenarbeitet. Das müssen wir auch auf Bundesebene schaffen. Bisher ist für die Gefahrenabwehr im Netz ausschließlich ist das Länderkompetenz. Wir sollten es ähnlich wie bei der Kriminalitätsbekämpfung auch komplementär ergänzend auf Bundesebene verorten, sodass es selbstverständlich ist, dass auch von Bundeseite bei größer angelegten Angriffen eine klare Zuständigkeit ist. Wir haben natürlich die Bundeswehr und andere, die auch ihre Zuständigkeit behalten sollen. Aber in den seltensten Fällen greift ja ein Staat uns an. In der Regel sind es, sage ich mal, assoziierte Gruppen, die da unterwegs sind, sodass wir nicht gleich den Verteidigungsfall ausrufen wollen, sondern müssen uns da kompetent aufstellen. Ich bin überzeugt davon, dass wir wie selbstverständlich endlich einen CISO auf Bundesebene brauchen. Das kennen wir aus der Wirtschaft, aus anderen Ländern und auch aus Bundesländern, wo das selbstverständlich schon etabliert ist. Das heißt, unsere Sicherheitsbeauftragten in den Behörden auf Bundesebene sind oftmals ihrem eigenen Schicksal überlassen. Das ist ja nicht so wie beim Datenschutz, sage ich mal, wo der Datenschutz wie selbstverständlich bei der Behördenleitung aufgehängt ist. Und auch Durchgriffsrechte da sind, ist es bei der IT-Sicherheit. Naja, die hört man mal oder hört man auch nicht. Und deswegen muss eine klare Eskalationsinstanz da sein. Das sind Elemente, die wir brauchen. Ich könnte jetzt noch vieles dazu ausführen. Das, was wir erreichen müssen, ist ein Stück weit schneller zu werden. Und ich sehe Johannes Ludewig hier vom früheren Vorsitzenden vom neuen Kontrollrat. Das war auch mal sein Credo. Deswegen greife ich das gerne auf. Wir spüren jetzt bei den Fachkräften, dass da schließt sich der Kreis auch zur Cybersicherheit, das erste Mal nochmal stärker sowas in der Verwaltung wie einen Marktdruck. Den haben wir ja sonst in der Form nicht. Uns geht es bei Digitalisierung vor allem um Partizipation. Auch Prozesse effizienter zu machen, mehr Erkenntnisse zu gewinnen, qualitativ weiterzuentwickeln, aber nicht so sehr, um zu rationalisieren. Aber beim Thema Fachkräftegewinnung spüren wir einen Marktdruck. Wir sind im Wettbewerb mit anderen und da gilt es Arbeitsbedingungen. Das ist ein riesen Blumenstrauß an Maßnahmen, die wir da ergreifen müssen. Dazu gehört vor allem auch Arbeitsbedingungen weiterzuentwickeln. Das gilt gerade auch für den Cyberbereich. Ja, IT-Sicherheit, wichtiges Thema. Ich weiß, aus der Industrie heraus sind ja viele Unternehmen auch in die Cloud gegangen, weil sie letztendlich dort Security, IT-Sicherheit, ich sage mal, als Managed Service zur Verfügung gestellt bekommen. Ist das aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Schneider, auch ein Baustein, der wichtig ist? Ja, ich würde da mal jetzt zwei Vorredner, also die Verbindung sehen. Ich habe das nämlich, seit 40 Jahren bin ich jetzt schon mehr oder weniger seit einem Studium mit IT zugange. Und im Dezember habe ich gemerkt, oh mein Gott, also mit ChatGPT, ich bin grenzenlos überfordert. Weil ChatGPT hat so schnell klug geantwortet und ich habe dann hoffentlich klügere Fragen gestellt und er hat noch schnellere, klügere Antworten gegeben. Und da habe ich gemerkt, oh mein Gott, du bist ja total überfordert mit diesen ganzen Systemen. Und Cyber Security, können Sie sich vorstellen, ist der gleiche Effekt. Da geht im Moment so die Post ab und welche Möglichkeiten da gibt, sie sind grenzenlos überfordert. Und ich glaube, das ist auch bei dem Fachkräftemangel der Vorschritt. Wir müssen mal selber demütig sein. Wir sind alle mit dieser Digitalisierung, egal welche Ausbildung, völlig überfordert. Jeder, jeder. Ich schließe mich damit ein. Deswegen gibt es nur eins, man muss sich vernetzen über, zu Teams bilden innerhalb seiner eigenen Einheiten, aber über Grenzen, über Industrien, über Verwaltung. Verwaltung muss auch lernen, mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Also diese Teambildung und diese Vernetzungsfähigkeit, das wird die Kernkompetenz. Weil ich kann, auch wenn ich mich noch so tief eindenke, das merken auch, also die Cyber Security-Leute sind hochkompetitiv. Und jeder meint, er ist der Schlauste und der Beste. Aber auch die haben gelernt, es geht nur zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist der absolute Schlüssel. Wie kriegen wir es hin, effektiv zusammenzuarbeiten, weil die Problemstellungen gigantisch sind. Und keiner kann es mehr allein. Kein Bundesland kann es mehr allein. Keine Kommune kann es allein. Kein Staat kann es allein. Die Wirtschaft kann es nicht allein. Und ich glaube, das ist natürlich eine große Herausforderung. Wie schaffen wir das, auch diese Vernetzung hinzukriegen? Ja, wir kommen langsam schon zum Ende unseres Dialogs. Ein Thema wollte ich noch ansprechen, Herr Dr. Schmitz. Weil ich es interessant fand. Also wenn wir über Digitalisierung in der Verwaltung sprechen, reden wir meistens von Antragstellungen, Genehmigungen einholen, hin und her. Bei der Bundesagentur vor Arbeit gehen Sie schon den Schritt und sagen, auch der Kundendialog möchten Sie letztendlich digital gestalten. Also nutzen Sie digitale Medien. Das heißt, Sie gehen in Richtung auch das Beratungsgespräch letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wirklich im Form von Videokonferenzen dem Kunden anzubieten. Was ist da Ihre Erfahrung? Wie wird das genutzt? Und sind die Bürger in der Lage, damit umzugehen? Ja, ich denke schon. Also A, finde ich, dürfen auch Behörden mal experimentieren, Dinge ausprobieren. Also ich finde, es ist gerade schön gesagt worden, es muss nicht immer alles 100 Prozent sein. Und es gibt so zwei Facetten. Das eine ist, es gibt eine ganze Reihe an digitalen Dialogformen wie Bot-Technologien, die uns helfen können, weil ich finde, keiner muss mehr für eine Information sich eine halbe Stunde, ich finde, wir haben kein schlechtes Portal, aber gleichwohl, finde ich, kann die Antwort zu mir kommen. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Während der Pandemie haben wir das sehr schnell live gestellt. Dann haben wir einen Rüffel aus dem Ministerium bekommen, weil ein, zwei Sachen nicht rechtskonform waren, haben wir dann auch überarbeitet. Jetzt ist er nicht mehr ganz so flott in der Sprache, aber er wird sehr gerne genutzt. Zweite Erfahrung, wir haben einen Voice-Bot für unsere Callcenter gebaut während der Pandemie, weil unsere Callcenter sind übergelaufen. Und wir können keine Arbeitnehmerüberlassung machen, das geht bei uns nicht. Das heißt, du konntest montags, das war, und das war unglaublich. Und da haben wir was anderes erlebt. Dadurch, dass wir keine, faktisch keine Cloud-Technologie nutzen, mussten wir das Ding wieder in die Garage zurückschieben. Wir hätten 20 Prozent des Call-Volumens nutzen können. Das, was du sagst, ist total wichtig. Wir brauchen für solche Kommunikationswegen moderne Zugang wirklich zu Cloud-Infrastrukturen, vertrauenswürdig, sicher. Aber ohne das verlieren wir das bisschen, was wir erreicht haben. Das war so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt heißt, digital kommunizieren heißt nicht unpersönlich, das sage ich immer. Und wir haben aus der Not geborenen Video-Gateway aufgebaut. Da haben wir mittlerweile eine halbe Million Beratungsgespräche drüber geführt. Und ich muss sagen, das wäre sonst wahrscheinlich nicht so schnell möglich gewesen. Wir haben, und ich habe mich extra nochmal erkundigt, 97 Prozent Weiterempfehlungsquote. Also keiner wird gezwungen. Und wir haben eine halbe Million Gespräche, wir haben 190.000 Kunden-Feedbacks. Und das zeigt nochmal, dass eine Beratung gerade im ländlichen Raum, auch eine virtuelle, durchaus als positiv genommen werden, weil ich nicht erst zwei Stunden mit dem ÖPNV in die Dienststelle muss. Und wir sagen aber gleichwohl, im Erstgespräch, wenn es darum geht, ein umfassendes Profiling zu lassen, dann sagen wir schon, ist ein persönliches Gespräch gut. Das ist ein anderes Look and Feel im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir können sehr, sehr viele Dinge eben auch digital machen, ohne dass wir jemanden zwingen. Und da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gesammelt. Sehr spannend. Gut, wir sind leider am Ende der Zeit. Ich versuche nochmal ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Ich denke, wir sind alle der gleichen Meinung. Es ist Bewegung drin. Es ist aber auch noch viel Luft nach oben und noch ein langer Weg zu gehen. IT ist kein Selbstzweck. Es ist keine Wunderwaffe. Wir müssen Verwaltungsmodernisierung mit Digitalisierung Hand in Hand denken. Wir müssen das Ganze ganzheitlich angehen. Wir müssen den Menschen mitnehmen. Wir müssen die Kundenreise erlebbar machen, auch den digitalen Change aktiv begleiten. Und wir müssen die digitalen Komponenten möglichst schnell auch in die Fläche bringen, dass sie in die Anwendung kommen. Ich denke, ab und zu ein bisschen mehr Mut hilft uns allen. Ab und zu mal 80-20 denken, ein bisschen Pragmatismus. Das aus der Pandemie mitnehmen, was wir mitnehmen können, um einfach auch die Geschwindigkeit nach vorne zu retten. Insofern, ja, es gibt viel zu tun. Ich bin weiterhin zuversichtlich. Wir haben die nächsten Tage hier im Zukunftskongress, um die Themen weiter zu vertiefen. Es bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen an Sie, liebes Publikum, aber natürlich selbstverständlich an Sie hier oben auf der Bühne. Vielen Dank für den guten Dialog. Durchaus auch offen, selbstkritisch und pragmatisch. Ja, und Ihnen allen wünsche ich noch spannende Gespräche. Es ist heute früh schon mal gefallen, man erinnert sich ja kaum noch zurück, dass es mal Zeiten gab, wo so ein Dialog gar nicht möglich war. Insofern nutzen Sie die Zeit, genießen Sie es und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß hier auf dem Zukunftskongress und nochmal vielen Dank. 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 Gerade in Deutschland oder der Public-Sektor in Deutschland ist einer der größten weltweit. Ich bin ehrlich gesagt sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, eine gemeinsame Strategie nicht nur zu verabschieden, sondern auch Rahmenbedingungen zu formulieren, von Bundesseite zusammen mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden. Wir treten mit einer Stimme auf und das darf ich vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin sehr froh, dass Steffen Selbisch das Thema richtig gepusht hat. Dadurch ist Fahrt reingekommen. Es ist jetzt so, dass wir in der Umsetzung uns befinden. Wir haben nicht mehr einfach nur Papier beschrieben, sondern gehen in die Umsetzung und klar ist, dass uns Souveränität wichtig ist. Das heißt, wir treten mit einer Auftraggeberfähigkeit auf den Markt auf, der uns in die Lage versetzt, beste Angebote generieren zu lassen. Dazu gehört das Thema Open Source. Dazu gehört ganz klar das Thema die Zusammenarbeit mit Hyperscalern. Dazu gehört Public Cloud, Private Cloud. Dazu gehört es auch in der Möglichkeit zu sein, mal Plattformen zu wechseln. Mir ist bewusst, das findet in der Praxis vielleicht nicht allzu oft statt, aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, auch mal zu wechseln. Und deswegen achten wir gerade auf diese Souveränitätsaspekte in besonderer Maße. Und das ist eine Mischung, also die Verwaltungs-Cloud-Strategie besteht ja aus drei Säulen. Und insofern ist es eine Mischung aus Zusammenarbeit mit Hyperscalern und den anderen Komponenten. Souveränität heißt nicht Autarkie. Das heißt, wir sind nicht so vermessen, dass wir beide jetzt eine Private Cloud aufbauen, die dann mit dem Schritt hält, was alles noch draußen ist. Aber es bedeutet eben Auswahlmöglichkeiten, Wettbewerb aufrechterhalten, Lizenzbedingungen zu generieren, die uns in die Lage versetzen, auch in der Verwaltung Dinge mal auszutauschen. Und ich bin sehr froh, dass wir mit dem ETZ-Bund da auf Bundesebene einen Akteur haben, der natürlich mit Blick auf die Private Cloud-Umgebung, aber auch als Cloud-Broker eine wichtige Rolle einnimmt und einnehmen wird. Und das Gleiche gilt natürlich im Föderalismus. Wir sprechen eben auch mit den Ländern mit einer Stimme, wenn ich an GAF Digital und andere Initiativen denke oder auch an die FITCO, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Wir gehen ja gerade auch in ein Umsetzungsprojekt, das bereits dieses Jahr ein gemeinsames Service-Portfolio zur Verfügung stellen soll. Also das macht unwahrscheinlich viel Freude, zu sehen, was da für Bewegung drin ist. Klar ist aber auch, wir werden noch Jahre mit diesem Thema beschäftigt sein, denn selbst wenn wir die Infrastruktur haben, die eigentliche Cloud-Strategie kommt dann erst, wenn wir sagen, nämlich alles, was neu programmiert wird, muss Cloud-Ready sein sozusagen und wir müssen die Bestandslandschaften durchgehen, denn das Ganze ist auch ein ET-Sicherheitsthema. Ja, Herr Seewisch, sind denn, wenn Sie die digitalpolitischen Rahmenbedingungen Ihres Partners im BMI anschauen, die aus Ihrer Sicht schon vollständig? Oder müssen wir für diesen Aspekt zukünftiger Innovation weitere digitalpolitische Rahmenbedingungen schaffen in diesem Land? Na, wir müssen vor allen Dingen flexibel bleiben, wir müssen offen bleiben, wir müssen pragmatisch bleiben und wir müssen natürlich diese Strategie auch immer wieder anpassen. Und ich bin dem BMI und Markus Richter sehr dankbar, dass wir jetzt eben einen dynamischen Ansatz gefunden haben, dass wir uns verschiedene Optionen erarbeiten wollen, dass wir uns verschiedene Instrumente, Möglichkeiten erarbeiten wollen. Und Ihr Panel heißt ja Innovation durch Souveränität, man könnte es aber auch umdrehen und sagen Souveränität durch Innovation. Darum geht es im Endeffekt auch. Und mir ist offengestanden wichtig, dass wir in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in der Bundesregierung nicht immer wieder neue Lastenhefte schreiben, neue Strategien schreiben, die im Prinzip in dem Moment, wo sie fertig sind und verabschiedet wird, schon wieder in der Regel veraltet sind, sondern dass wir jetzt einfach im Prozess lernen, dass wir in die Prozesse kommen als Verwaltung, dass wir im Prozess lernen und dass wir in diesen Prozessen dann auch offen bleiben für das, was uns eigentlich am Ende des Tages gemeinsam eint, nämlich dass wir unsere Verwaltung digital machen müssen und diesen Digitalisierungsprozess schaffen wir nur, wenn wir in der Tat uns nicht zu sehr immer daran orientieren, was wir uns mal vor zwei Jahren oder einem Jahr oder sechs Monaten vorgenommen haben, sondern wo wir jetzt stehen und was wir in den nächsten sechs Monaten, in dem nächsten Jahr und in den nächsten zwei Jahren erreichen wollen. Darum geht es und da ist Markus Richter und das BMI ein Partner, mit dem das BMF offen gestanden sehr gerne zusammenarbeitet. Wir haben ja immer eine eher dienende Rolle, wir geben ja das Geld, das ist nicht unwichtig, sage ich jetzt auch mal an der Stelle, aber wir wollen natürlich auch sehen, dass mit dem Geld das Richtige passiert und da stehen wir momentan und da sehen wir, dass im BMI da momentan auch dieser Ansatz, dieser neue Ansatz auch gelebt wird und dafür sind wir dankbar. Gut, ich wechsle mal ganz kurz zu meiner Kollegin Frau List, mal aus der Perspektive der Wirtschaft. Wie ist denn dort die Sicht auf eine souveräne Cloud? Gibt es dort Nachfrage nach solch einem Service? Ja, auch in der Privatwirtschaft ist man natürlich eine Reise gegangen mit dem Thema Cloud. Von einer Cloud-Only-Strategie zu einer Cloud-First-Multi-Cloud-Strategie mittlerweile, die immer noch verschiedene Facetten auch beinhaltet. Und es gibt ja auch in der Privatwirtschaft Unternehmen, die den kritischen Infrastrukturen zugeordnet werden, von dem Wasser- zu den Energieversorgern, Netze etc. Also auch dort gibt es eine starke Nachfrage nach einer Souveränität für besondere Anwendungen. Gleichzeitig auch der Pharma-Bereich, wenn man sich den vorstellt, auch dort stark reguliert. Auch dort wird mit sehr sensiblen Daten hantiert. Das heißt, man ist sich auch dort sehr klar, dass man vieles mittlerweile schon in die Public Cloud transferieren und migrieren kann, dort betreiben kann und damit auch von den schicken neuen Services profitieren kann. Gleichzeitig weiß man aber natürlich auch, dass man bestimmte Anwendungen heute immer noch on-premise behält. Also immer noch vor Ort in eigenen Rechenzentren. Denken Sie an alles, was mit dem Betrieb eines Kernkraftwerks zu tun hat. Während zum Beispiel eine Trading-Plattform eines Energieversorgers sehr wohl in der Cloud sein kann. Also auch da wird sehr klar differenziert. Ist es denkbar, dass souveräne Cloud-Lösungen in Zukunft die reinen On-Premise-Lösungen ablösen? Ich denke, an vielen Stellen ja. Hundertprozentig wird das nicht funktionieren, aber ich denke, an vielen Stellen wird das sicherlich der Fall sein können. Herr Dr. Richter, wenn Sie an die Cloud-Strategie unseres Landes denken, haben Sie denn auch die Wirtschaft im Hinterkopf bei den strategischen Überlegungen? Ja, klar. Ich meine, wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass auch viele Initiativen entstehen mit Blick auf die Wirtschaft. Und für mich ist entscheidend, dass wir einen gemeinsamen, wertebasierten Ansatz fahren. Und das trifft die Wirtschaft genauso wie den Public Sector. Da spielen wir keine Sonderrolle. Aber klar ist auch, mit Blick auf Wirtschaft und diejenigen, die Services anbieten, auch für den Public Sector, streiten wir eine Phase der Disruption ein. Also das muss uns allen bewusst sein. Wir sind gerade in der Phase der Digitalisierung. Mit viel Kraft digitalisieren wir Prozesse, von denen ich mir manchmal wünschen würde, dass sie ein bisschen, sagen wir mal, einfacher sind. Wir sind dabei, Prozesse zu harmonisieren dafür. Und es kommt dann die Frage natürlich der Resilienz, Skalierbarkeit. Und dann liegt auf dem Tisch die Frage der gemeinsamen Betriebsumgebungen. Und dafür ist die Cloud-Infrastruktur auch in dem Multi-Cloud-Ansatz gemeinsam auch mit Ländern und Kommunen ganz wichtiger Ausgangspunkt. Und das bedeutet Disruption pur. Und ich weiß, dass sowohl in der Wirtschaft als auch in der Verwaltung da Ängste mit einhergehen. Und ich kann alle nur dazu aufrufen, sich diesen Prozess nicht einfach dazu zu stellen und zu sagen, naja, ich bin doch ein relevanter Player, das werde ich auch in zehn Jahren noch bleiben. Nein, ich möchte den Mehrwert hören. Welchen Mehrwert kann welcher Dienstleister in diesen Prozess einbringen, sodass wir schneller, besser und flexibler werden zum Beispiel? Diese Frage muss sich jeder Einzelne für sich beantworten und zu spinnen im Netz machen. Und leider erlebe ich es immer wieder, dass es auch einzelne Player gibt, die einfach Mauern um sich hochziehen und so ihren kleinen Puzzleteil festhalten, weil sie denken, das ist mein USB, den bewahre ich jetzt. Meine Prognose ist, das Ding wird sterben. Also wer jetzt nicht auf Kooperationen Wert legt und gemeinsam sich öffnet, das gilt auch für Hyperscaler, was Multi-Cloud anbelangt, was Auswechselbarkeit anbelangt, der wird es ein Stück weit schwer haben. Und ich kann sagen, dass wir in Deutschland absolut Role Model sind. Ich glaube, dass wir auch bei diesem Prozess mitführend sind in Europa, gerade was auch die Komplexität anbelangt. Wir haben mit dem BSI einen großen Enabler dieser Bewegung, auf den viele in Europa schauen. Und ich glaube, wir haben alles in der Hand, hier auch ein Beispiel nicht nur für Wirtschaft, sondern auch für Europa zu liefern. Ich bin ja auch im Austausch mit vielen CIOs aus der EU. Und da brauchen wir uns in keiner Weise verstecken. Trotzdem müssen wir ganz konsequent mit engen Zeitleisten an diesen Themen weiterarbeiten. Und da ist der Austausch mit der Wirtschaft essentiell. Ja, eins der ganz konkreten Projekte, an dem die Wirtschaft arbeitet, ist die Delos Cloud. Von nun schon vor dem letzten Zukunftskongress angekündigt, soll es eine souveräne Cloud-Umgebung schaffen, völlig abgekoppelt von dem amerikanischen Hyperscaler-Mutterkonzern, nach deutschem und europäischem Recht, sodass Datenschutz und Souveränitätsanforderungen erfüllt werden. So, jetzt sind diese BSE-Linien ganz schön anspruchsvoll und da wird intensiv daran gearbeitet, wie ich weiß. Aber jetzt fragen wir einfach mal den Alexander höchstpersönlich, wie steht es denn um das Projekt? Wann kommt sie denn? Also, vielleicht ein bisschen ausholend, weil so ein paar Sachen gerade gesagt wird, vielleicht ein paar Sachen auch vorher mal definieren. Digitale Souveränität ist ja ein wunderbarer Begriff und jeder versteht mehr oder minder was anderes darunter. Die gute Sache ist, und da stimme ich Herrn Dr. Richter zu, dass wir in Deutschland durch das BSI wirklich eine Definition für den öffentlichen Bereich gefunden haben, sagen, das ist das, was wir hier verstehen. Das ist einfach mal wichtig, weil es auch andere Definitionen gibt. Und auch gerade in der Wirtschaft gibt es andere Definitionen, die sagen, Souveränität ist für mich, was auch immer, verschiedene technische Möglichkeiten, von Speicherung in Deutschland zu Verarbeitung in Deutschland und so weiter und so fort. Also, war mir einfach nochmal wichtig zum Definieren. Zu deiner Frage, Frank, ich glaube, die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wann ist die souveräne Cloud in Deutschland nutzbar? Und was heißt nutzbar? Nutzbar heißt aus meiner Sicht vier verschiedene Sachen. Erstens, wir brauchen eine technische Verfügbarkeit, klar. Zweitens, weil wir in den Definitionen des BSI unterwegs sind, brauchen wir eine Überprüfung und entsprechende Freigabe durch das BSI. Drittens, wir brauchen die entsprechenden Netze. Und viertens, wir brauchen auch die Readiness auf Neudeutsch, also sprich die Klarheit und die Prozesse auf Seiten der Nutzerinnen und Nutzer. Und das sind sowohl natürlich die IT-Dienstleister des öffentlichen Bereiches, als natürlich dann auch die Ministerien, die Behörden und so weiter und so fort. Und gerade der letzte Punkt wird aus meiner Sicht momentan massiv unterschätzt. Also, über was reden wir? Wir reden darüber, dass wir eine klassische Datenstrategie, eine Datenklassifikation brauchen. Wir glauben nicht, dass am Ende des Tages alles, auch das hat Herr Dr. Richter gerade schon angesprochen, notwendigerweise in einer, wie auch immer definierten, souveränen Cloud tatsächlich an Daten sich befinden muss. Wir glauben, dass unsere Kunden das gesamte Spektrum, und eben ist es gerade schon angeklungen, von einer Private Cloud über Hybrid über Public Cloud zu einer souveränen Cloud entsprechend bespielen. Und wenn man das ganze Kontinuum bespielen möchte, dann gehört natürlich auch dazu, dass man sich ganz klar darüber ist, welche Daten gehören wohin. Ein Punkt. Ein zweiter Punkt, und auch das ist ja Gegenstand unserer Diskussion, wir reden über ganz viele Applikationen, ehrlich gesagt Tausende. Und da gehört dann auch zur Wahrheit dazu, man muss vorher definieren, welche Applikationen müssen denn in welche Cloud? Oder vielleicht brauche ich die auch mehrfach, vielleicht brauche ich eine Version der Applikation in der souveränen Cloud und eine Applikation in der Public Cloud. Und dann kann man sich auch noch die Frage stellen, wie möchte ich denn die Applikation eigentlich in die Cloud heben? Also eine bestehende Applikation, erstens virtualisiert, zweitens konterinisiert oder zum dritten vielleicht sogar Cloud-Native neu aufgebaut. Und wenn wir die Fragen dann beantwortet haben, dann sind wir, glaube ich, am spannendsten Punkt. Und ich will das zu Frau List vielleicht gerade nochmal sagen. Ich habe dann gerne mal meine Kolleginnen und Kollegen gefragt, die im wirtschaftlichen Bereich die großen DAX-Konzerne betreuen und sagen, Mensch, wie lange hat es denn bei euch gedauert? Und vielleicht können Sie es bestätigen, vielleicht haben Sie eine andere Erfahrung. Die sagen, also die großen Konzerne, die wirklich Vollgas gegeben haben, jetzt könnte man sagen, nicht die Komplexität haben, die wir hier vor uns haben, mindestens 24 Monate. Und ich sage dann immer gerne mal 50% Public Sector Aufschlag, mache dann drei Jahre. Und wenn ich das bei Kunden sage, sagt der eine oder andere, machst du bitte 100% Aufschlag, dann wären wir bei vier Jahren. Also das, was ich sagen will, ist, es geht nicht nur um die technische Verflügbarkeit, da mache ich mir am wenigsten Sorge. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, deswegen hat mir der Beitrag von Dr. Schneider eben von der Allianz so gut gefallen, die Zusammenarbeit von allen Playern zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich alle Fragen beurteilen können, alle Fragen beantworten können und möglichst schnell in die Nutzbarkeit kommen. Also das ist mein Petitum wirklich. Und ich glaube, das ist etwas, da können wir alle miteinander besser werden, das noch enger miteinander abzustimmen und enger zusammenzuarbeiten. So, bevor ich zur Delos weitergehe, die dann ja auf die technische Verfügbarkeit angewiesen ist, habe ich kein Datum gehört. Also ich gehe davon aus, dass wir, wenn sich jetzt an Anforderungen nichts ändert, Klammer auf, ich komme aus Hamburg, ich habe bei der Elbphänomene vieles gesehen, wir sind vor der nächsten Bundestagswahl, ist die Verfügbarkeit da. Das ist nicht das Thema. Ich würde ganz spannend finden, wie gesagt, wenn wir die Runde machen, wann haben wir die Nutzbarkeit? Wann sind alle so weit, dass sie sich tatsächlich nutzen können? Und ich glaube, das ist die spannendere Frage. Ja, also noch vor der nächsten Bundestagswahl werden wir technisch verfügbar sein und Ihr Unternehmen wird dann diese technische Leistung sozusagen anbieten über die IT-Dienstleister, über die wir gerade eben auch noch sprechen. Ich finde die Frage ganz spannend. Also an welchen Themen wird denn gerade gearbeitet, um hin zu den Cloud-Transformationen, die da kommen, dann diese technische Verfügbarkeit auch in eine Nutzbarkeit zu bringen? Also das ist im Grundprinzip, denke ich, alles richtig, Alex. Da sind viele Bereiche, vor allem das Thema Netzwerk ist ja eins, das wir gerade anschauen. Ich glaube, das Stichwort ist aber erstens, wir müssen es parallelisieren, also das eine nicht vom anderen abhängig machen. Je früher wir technisch verfügbar sind, desto früher kann das BSI prüfen, desto früher kann jemand anfangen, darauf zu üben. Und das Zweite ist, das ist ja nun tatsächlich, wie beide Staatssekretäre erwähnt haben, in den letzten Jahren hat ja ein deutlicher Wandel stattgefunden. Also wir haben früher zugegebenermaßen in der Wirtschaft sehr rigide Anforderungen bekommen, wie etwas zu machen ist. In der heutigen Zeit in diesem Projekt arbeiten wir, vor allem mit dem BSI-Bau, mit ihren beiden Häusern und den Dienstleistern, auf der Frage, was muss erreicht werden und wie kann es denn tatsächlich dann gemacht werden, ist etwas, was den Dienstleistern, den Technologieanbietern überlassen wird. Das ist ein entscheidender Punkt. Wir wollen eben nicht Innovation bremsen, zu deiner Eingangsfrage, sondern wir wollen die Innovation nutzbar machen, ohne die Souveränität aufzugeben. Und das funktioniert nur, wenn ich technisch bei der Innovation am Standard bleibe und dann eine gewisse Freiheit schaffe, wie es denn umgesetzt wird. Das Zweite ist, dieses Projekt hat ja ganz, ganz viele Facetten. Da geht es ja nicht um den Aufbau einer technischen Plattform alleine und den späteren Betrieb. Zum Beispiel das ITZ-Bund ist stellvertretend für die gesamten IT-Dienstleister in Deutschland, aktiver Teil des Projektes, um genau sich diesen Fragen von Anbindung über, wie sieht meine Rolle dann zukünftig aus, wie sehen die Prozesse aus, über all diese Dinge Gedanken zu machen. Unsere Aufgabe ist es als Dienstleister, sämtlichen IT-Dienstleister in der öffentlichen Hand auf Bund, Länder und kommunaler Ebene, ein Angebot zu geben, aus dem sich die IT-Dienstleister bedienen können, aber dann nicht müssen, weil es in der Multicloud ganz, ganz viele Facetten gibt. Summa summarum, je früher wir mit dem BSI technisch an der Plattform arbeiten können, desto früher können wir auch bestimmte Fragen, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, da müssen wir auch ehrlich sein, wir kennen heute noch nicht mal alle Fragen, geschweige denn alle Antworten. Da wird es uns im Netzwerkbereich, in der Bund-Länder-Kopplung, in allen möglichen Bereichen, werden uns Fragen ereilen. Ich bin nur sehr, sehr zuversichtlich, dass die Art und Weise der Zusammenarbeit der letzten Jahre von einer hohen Geschwindigkeit geprägt war, von einem hohen Vertrauen und eben auch von Rahmensetzungen über die Cloud-Platform-Requirements, die deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie und vielen anderen, die Novellierung der VSA und nicht mehr wie früher, in dem, ich sage euch jetzt mal, was ihr tun müsst und dann geht nur dieser eine Weg. Herr Silwisch, jetzt wird ja dieses Projekt in Ihrem Hause auf Seiten des Staates begleitet. Wie ist denn aus Sicht des Auftraggebers die Sicht auf das souveräne Cloud-Projekt Delors? Also mir ist ganz wichtig und dem BMF ist ganz wichtig, dass wir das Projekt nicht überladen, indem wir versuchen, alle komplexen Fragen, die uns immer schon beim Thema der Verwaltungspontanisierung und IT umgetrieben haben, versuchen, über dieses Projekt zu lösen. Damit würden wir es töten. Das muss uns klar sein. Wir brauchen jetzt ein hohes Ambitionsniveau und das bedeutet, wir wollen so schnell wie möglich den Einstieg in diese souveräne Cloud-Lösung schaffen und das heißt auch, dass wir alle hochkomplexen Fragen, die sich damit auch verbinden, versuchen, jenseits der Souveränität, also die Souveränitäts- und Sicherheitsfrage ist natürlich für uns prioritär, aber dass wir die Frage, welche verschiedensten Verwaltungsabläufe, wie jetzt alles in dieses Projekt packen, wenn wir das machen, dann werden wir den Erfolg nicht generieren. Also müssen wir schauen, dass wir das, was auf Angebotsseite möglich ist, möglichst so reduzieren, dass wir eine Art Basic-Paket, eine Grundversorgung haben, mit dem wir erstmal einsteigen können und der öffentlichen Verwaltung einige ganz grundlegende Produkte, der Firma Microsoft und ich darf vielleicht sagen, SAP ist ja bei Ihnen auch noch mit im Boot, dass wir diese Angebote haben, die im Prinzip jeder Verwaltungsbeamter in Deutschland, egal was er macht, benötigt. Jeder benötigt dieses Basic-Paket. Aber wir müssen jetzt nicht für jedes Zuwendungsfall, wir müssen jetzt nicht für jede spezielle Behörde, die wir in Deutschland haben, glauben, dass wir deren Probleme alle schon in dieser Cloud-Lösung lösen müssen. Ich habe auch den Ländern sehr offen gesagt, die auch verschiedenste Überlegungen und Fantasien haben, was man jetzt im DELUS-Projekt alles lösen kann. Auch da habe ich dafür plädiert, lasst uns doch jetzt erstmal einen Einstieg finden. Lasst uns doch jetzt mal die Dinge, die zu 80 Prozent die Anforderungen eines ganz normalen Verwaltungsbeamten in Deutschland, egal ob Bund, Lander- oder Gemeindeebene, dass wir diese Leistung tatsächlich bereitstellen können. Und dann können wir gerne über alles Weitere sprechen. Ich will keine Elbphilharmonie bauen bei DELUS, sage ich ausdrücklich, mir würde schon ein gut funktionierendes Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus reichen, die wir mit der DELUS hier gemeinsam erarbeiten können. Darum geht es im Endeffekt. Das wollen wir erreichen. Und deswegen wollen wir das auch deutlich vor der Bundestagswahl 2025 schaffen. Und ich glaube, wenn da alle sich jetzt auch ein Stück weit in diese Logik mit einbringen, und ich habe sehr ermutigende Signale aus den Ländern dazu, von den CEO-Kollegen von Markus Richter, das BMI spielt da mit, DELUS ist bereit, diesen Weg jetzt erstmal zu gehen. Also wenn wir diese Komplexität jetzt etwas reduzieren und nicht versuchen, sozusagen alle Probleme der Verwaltungs-IT jetzt über dieses Projekt zu lösen, dann kann uns das auch gelingen. Aber wir müssen dann auch bereit sein, auch Eigeninteressen des Bundes, der Länder, der Gemeinden auch ein Stück weit zurückzustellen. Und der Bund muss auch auf Augenhöhe mit den Ländern und den Kommunalen Spitzenverbänden versuchen jetzt, dieses Projekt voranzutreiben und eben nicht versuchen, jetzt auch dort wieder die üblichen, sagen wir mal, Gefechtslagen auszufechten. Das bringt uns nicht weiter, sondern es ist jetzt Tempo angesagt, es ist Komplexitätsreduzierung angesagt, es ist jetzt auch Ambition angesagt, dann werden wir das schaffen. Also ich bin da eigentlich ganz guten Willens und auch ganz guter Überzeugung, dass wir das schaffen können, wenn wir jetzt nicht 500-seitige Lastenhefte schreiben, sondern wenn wir uns das auf die Umsetzung dieser ganz klaren Einstiegslösung jetzt erstmal konzentrieren. Ja, Pragmatismus, weniger ist mehr und dann bewegen wir uns auf die Nutzung zu, aber die Nutzung schaffen wir nur mit den großen IT-Dienstleistern dieses Landes, weil wir müssen ja die Leistung irgendwie in die Fläche bringen. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Kranstädt. Sie wissen, das ist jetzt auch schon eine geraume Zeit, dass die Cloud auf Sie zurollt. Wie bereiten Sie sich denn unter anderem auf Delos und andere Cloud-Fragestellungen vor? Ja, es wurde ja gerade schon gesagt, für uns als IT-Dienstleister fängt mit der Verfügbarkeit von Cloud-Plattformen die Arbeit eigentlich erst an. Nur was man auch sagen muss, wir stehen ja nicht an Punkte Null. Wir haben ja schon Clouds, wir nutzen Clouds. Wenn man sich das nochmal anguckt, die deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie beruht im Wesentlichen auf drei Säulen. Eine Public Cloud, eine Private Cloud und eben als Sonderkonstruktion der souveränen Cloud. Wir haben eine Private Cloud im Bund, die funktioniert, die im Einsatz ist, die genutzt wird. Wir haben genauso Public Cloud-Angebote, die wir damit auch kombinieren zum Teil und bei den Ländern sieht es nicht so viel anders aus. Das heißt, wir fangen nicht an Punkte Null an. Natürlich wird es noch eine Herausforderung sein, die spezifischen Angebote, die wir jetzt aus der Delos Cloud dann auch beziehen wollen, in das Gesamtportfolio zu integrieren. Aber auch dafür arbeiten wir schon von Anfang an in dem Projekt mit, sodass ich davon ausgehe, dass wir nicht vier Jahre brauchen werden, um aus der Cloud, der Delos Cloud nach Verfügbarkeit auch tatsächlich ein nutzbares Angebot für unsere Kunden zu generieren. Dafür würde ich jetzt auch meine Hand ins Feuer legen an dieser Stelle. Vor allem dafür, dass wir uns ja auch hier für ein iteratives Vorgehen entschieden haben. Das heißt, wir werden die tatsächlich die Kernapplikationen, die wir hier eben auch aus der Microsoft-Welt weiter nutzen wollen und brauchen, integrieren. Das wird nahtlos integrierbar sein in den Bundesclient. Das wird also in Form von Release-Wechsels integriert werden, das Backend sukzessive iterativ in die Cloud migriert werden. Das heißt, das wird nicht als Big Ben irgendwann Ende des Jahrzehnts kommen, sondern es wird sehr zeitnah kommen in dem Moment, wo wir eben auch die Verfügbarkeit haben und die entsprechenden Freigaben vom BSI, was übrigens auch parallel zum Aufbau jetzt dann schon ab nächstem Jahr in Prüfzyklen gemeinsam mit uns die Delos-Installationen begutachtet. Ja, das freut mich persönlich sehr zu hören. Es besteht Hoffnung, dass es alles sehr viel schneller geht, als wir schon so manches Mal befürchtet haben. so eine Einführung von Cloud-Diensten für die Verwaltung geht ja auch nicht spurlos an Ihrer eigenen Behörde vorüber. Das heißt, Cloud-Transformation ist auch immer eigene Transformation. Vielleicht geben Sie uns da auch nochmal einen kleinen Einblick in die laufenden Aktivitäten. Ja, wir haben dort uns schon 2015, als wir uns entschieden haben und auch den politischen Auftrag bekommen haben, eine Private Cloud für den Bund aufzubauen, für einen Greenfield-Ansatz entschieden. Das heißt, wir haben auf der grünen Wiese die Cloud komplett mit einer eigenen Betriebsorganisation im ITZ-Bund hochgezogen. Das hat sich bewährt, weil wir dort eben dann nicht langwierige Transformationsprozesse im Haus umsetzen mussten. Das heißt, wir haben im Moment zwei Welten im ITZ-Bund. Wir haben die Cloud-Welt, die sehr, sehr stark wächst und wir haben die Welt der klassischen Legacy-Anwendung. Dass die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist, diese Welten wieder miteinander zu verbinden. Das heißt, sowohl die Neuentwicklung, wo sich entsprechende Strukturen schon gebildet haben, die Cloud-spezifische Entwicklung weiter auszubauen, aber genauso eben auch einen Weg zu finden, eine Migrationsfahrt für die Altverfahren, die in die Cloud zu bringen und dabei natürlich auch die ganzen Strukturen, die Betreuungsstrukturen dieser Verfahren anzupassen, mitzunehmen. Auch da sind wir schon sehr weit. Wir werden dieses Jahr die ersten Bestandsverfahren aus der Finanzverwaltung in die Bundescloud, in die Betriebsplattform Bund migrieren. Dort werden wir diese Migrationsprozesse, die wir bei uns im ITZ-Bund aufbauen, erstmalig pilotieren und die werden dann auch zumindest im Groben übertragbar sein auf andere Cloud-Plattformen. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Heidinger, Sie sitzen jetzt hier in einer Doppelrolle als einziger Vertreter der Länder. Wir haben gerade gehört, die Zusammenarbeit und das Vorgehen mit den Ländern wird ganz positiv bewertet. Sie sind aber auch gleichzeitig Präsident in unserem bevölkerungsreichsten Bundesland des größten IT-Dienstleisters. Also an Sie zunächst mal die Frage auf Ihre eigene Organisation und Behörde. Wie stehen Sie denn auf dem Weg in die Cloud? Ja, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, als Dienstleister hier zu sitzen und nicht als Landesvertreter. Das habe ich ja vier Jahre, durfte ich ja NRW im IT-Planungsrat auf der Arbeitsebene vertreten, habe also insofern auch, ich sage mal, diese Arbeitsebene, dieses Gremium sehr intensiv kennengelernt. Jetzt bin ich in der Dienstleisterrolle, das heißt, ich habe jetzt ganz andere Kontakte. Ich muss mit Behörden sprechen, die Bedarfe haben. Ich habe mittelbaren Kontakt auch zu den Bürgerinnen und Bürgern und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Jahr bei IT NRW, wo ich viele Behörden besucht habe, viele Kontakte hatte, ist das Ambitionsniveau, was im IT-Planungsrat mit Blick auf Cloud-Strukturen anbetrifft, nicht ausreichend. Da muss es deutlich schneller gehen. Ich glaube auch nicht, dass die Behörden, die Bürgerinnen und Bürger damit zufrieden sind, jetzt auch zu warten, bis für eine Delos Cloud, die dann vielleicht 25 fertig wird, erste nutzbare Fälle dann in 26. Das ist einfach zu langsam. Und das ist insgesamt, wir sprechen ja auch über Innovation und Cloud als Innovation, wobei ich mich schwer tue, immer noch davon über Innovation zu reden, Cloud-Technologie Ende der 1990er Jahre. Und das ist eines der Kernprobleme, was ich in der Verwaltung insgesamt sehe. Wir haben, und ich habe mich mit dem Leiter der AG Cloud Computing und die digitale Souveränität des IT-Planungsrates unterhalten und habe mal gefragt, was war denn die Intention, überhaupt diese AG zu gründen? Da kam die Aussage, ja, weil wir Angst hatten, dass wir demnächst die proprietäre Software nur noch aus Hersteller-Clouds herausbekommen. Das heißt, man reagiert nur. Man hat Angst, dass irgendwann man irgendwann seine Systeme nicht mehr betreiben kann, weil man gar keine andere mehr bekommt. Man sieht es aber gar nicht als Chance. Und ich sage, Cloud Computing ist eine Riesenchance für die Verwaltung, endlich Tempo zu machen und endlich mal auch, was die Umsetzung OZG anbetrifft, endlich mal wirklich das, was Politik seit Langem verspricht, auch umzusetzen in der Geschwindigkeit. Dafür brauchen wir Cloud-Technologie, also Cloud als Chance. Und am Ende, warum hat die Privatwirtschaft Cloud-Technologie ins Leben gerufen? Da geht es natürlich um Kosten. Also Sie haben einen zentralen Betrieb, Sie können ihn ortsunabhängig machen, Sie haben in der Wartung und Pflege solcher Systeme geht es schnell, die Implementierung geht unglaublich schnell, Sie können skalieren in den Cloud-Systemen. Das sind am Ende ja die Gründe gewesen, warum die Privatwirtschaft auch Cloud-Systeme gebaut hat. Das sind aber eigentlich ja, wenn ich mal über den Eva-Gedanken nachdenke, im Bereich der digitalen Verwaltung, genau die Dinge, die wir ja eigentlich haben wollen und die wir über Eva ja realisieren wollen, nämlich die schnelle Skalierung, wir wollen schnelle Implementierung in den Kommunen, in 11.000 Kommunen, da müssen wir schneller werden und da ist die Cloud-Technologie etwas, was wir als Plattform-System wunderbar nutzen können, um Eva zu realisieren, also diese einer für alle Services und da ist das System einfach, muss man sagen, da muss man ambitionierter rangehen. Wir müssen dieses Tempo ganz anders gehen als Dienstleister, weil die Kunden werden nicht mehr warten. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen aus NRW, ein Landesumweltamt, sagt, hat eine Software zum Hochwasserschutz und nach der Hochwasserkatastrophe in NRW, wo Menschen, auch viele Menschen gestorben sind, wird man politisch nicht mehr darüber nachdenken, ob ich Hochwasserschutz mache, ja oder nein und wenn es eine Software, die das unterstützt, nur noch aus der Cloud gibt, dann ist klar, man holt sich dieses Cloud-System und es sind ja auch keine persönlichen Daten, also keine, die einen sehr hohen Schutzbedarf hätten, also insofern die Frage, müssen wir nicht viel mehr und aktiver und agiler mal an dieses Thema rangehen und Dinge möglich machen und da muss das Tempo sich deutlich erhöhen, weil das Ambitionsniveau, glaube ich, reicht den Behörden, das ist meine Sicht jetzt im engen Kontakt mit denen, für den wir die Dienstleistungen machen und auch die Bürgerinnen und Bürger reicht das Ambitionsniveau nicht aus, wir müssen da einfach viel schneller werden und ich glaube, dass wir das mit Cloud-Technologie auch gut können. Herr Dr. Richter, wir müssen schneller werden, ein flammendes Plädoyer für die schnellere Nutzung der Public Cloud, also immer dann, wenn personenbezogene Daten nicht im Kontext einer Fragestellung sind, was können wir denn da noch tun, was können wir denn tun an Rahmenbedingungen, um den Weg der Verwaltung in gegebenenfalls auch die Public Cloud noch zu beschleunigen? Also ich glaube, dass die Rahmenbedingungen gelegt sind, auch das BSI spricht nicht mehr von roten Linien, sondern von Anforderungen an Cloud, das ist schon ein Unterschied und natürlich wird heute schon Public Cloud genutzt, also ich erlebe es jetzt selten, dass Bürgerinnen und Bürger mir erzählen, wann kommt die eigentlich die Cloud, sondern die möchten wissen, wann habe ich meinen Service hier vor Ort digital, aber das ist ein eigenes Thema, das haben wir vorhin schon aufgerissen. Für mich ist wichtig, dass wir mit Tempo vorangehen, aber die Welt ist eben nicht ganz so leicht, dass man sagt, ach, kaufen wir irgendwo mal ein bisschen Public Cloud ein und schieben unsere Daten rüber und dann wird alles gut, sondern wir haben ganz klar definierte Arbeitspakete, die strukturiert abgearbeitet werden und da darf ich in dem Zusammenhang sagen, dass wir natürlich nicht nur mit der Delos Microsoft sprechen, sondern auch mit einer Google, genauso wie mit AWS, Oracle und anderen. Für mich geht es darum, schnell Lösungen zu generieren, um unsere Bedarfe zu decken. Das betrifft Infrastructure as a Service, genauso wie Software as a Service, wo wir ein Spezifikum, gerade mit Blick auf Microsoft, auch die Herausforderung haben, souverän und sicher, auch in der Zukunft, das zu haben, was wir einfach zwingend brauchen. Und deswegen ist das Stichwort Parallelisierung. Wir arbeiten das nicht alles wie ein Wasserfall hintereinander ab, sondern wir haben die Strategie, wir haben quasi alles verabschiedet, was man dafür braucht und Beschlüsse einstimmig überall gefasst. Wir sind jetzt in der Umsetzung. Ja, alleine der Einkauf, wenn ich das mal so nennen darf, wenn ich jetzt an Delos denke oder auch an andere, das wird mit Sicherheit anderthalb, zwei Jahre dauern. Das kann ich jetzt schon prognostizieren. Auch die technische Verfügbarkeit muss gewährleistet sein. Wir haben jetzt gerade bei mir ein Einkaufsteam verortet unter der Gesamtsteuerung des BMF in dem Projekt, um auch hier Entscheidungswege abzukürzen. Also wir nehmen sozusagen die unnutzen Wartezeiten raus. Aber klar ist, es gibt trotzdem Arbeitspakete, die wir sauber, rechtssicher abarbeiten. Und auch dadurch ebnen wir einen Weg in Europa. Und wir sind, das will ich nochmal betonen, aktuell tatsächlich führend in dieser Struktur in Europa. Ich freue mich, dass wir mit Frankreich einen engen Schulterschluss haben. Wir tauschen uns mit allen da aus. Aber wir sind tatsächlich diejenigen, die auch diese Rahmenbedingungen selber fortschreiten. Meine Prognose ist, wir haben genug Beschlüsse. Wir haben die Rechtslage. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir haben die Arbeitspakete definiert. Jetzt müssen wir in parallelen Strukturen losgehen. Und das heißt zum Beispiel, wenn wir konkret Verträge abschließen, Rahmenverträge abschließen, aus denen wir abrufen, dann schließen wir selbstverständlich auch Konditionenverträge, die die Länder und Kommunen für sich eins zu eins nutzen können, um die Abrufe genauso zu gestalten. Das heißt, wir, auch wenn wir es für den Bund aktuell machen, kaufen ja nicht nur für den Bund ein, sondern faktisch für den ganzen Föderalismus und treten damit auch mit einer gewissen Machtmarkt auf. Und ich freue mich, dass der Markt sehr in Bewegung ist. Aber das findet auf Augenhöhe statt. Und wenn ich das noch sagen darf, weil viele auch immer Angst haben vor Abhängigkeiten. Ja, natürlich wollen wir keine einseitigen Abhängigkeiten. Aber dass in einem Vertragskonstrukt auch Abhängigkeiten da sind, ist selbstverständlich beidseitig. Wir führen diese ganzen Verhandlungen, Gespräche auf Augenhöhe. Ich kann nur sagen, wir werden sie zum Erfolg führen. Unsere Ambition ist es, möglichst kompakt und schnell zu machen. Aber wir können die Welt jetzt auch nicht so simplifizieren, dass wir sagen, morgen ist alles da. Da müssen wir schon realistisch sein, aber mit einer klaren Zeitleiste, die wir hier verfolgen. Das haben wir vorhin gehört, dass die technischen Rahmenbedingungen noch in der Legislatur da sein werden. Jetzt lernen wir, dass auch an den Bezugswegen und den rechtlichen Rahmenbedingungen schon intensiv gearbeitet wird. George, jetzt bist du ja auch sehr erfahren im Thema der Cloud-Transformation und selbst wenn es rechtlich und technisch möglich ist, sind die Behörden für eine Reise in die Cloud gegebenenfalls noch nicht bereit. Was würdest du denn empfehlen, mit was sollte man heute auf der inhaltlichen Perspektive starten, beginnen und loslegen? Also zum einen halte ich den Vorschlag vom Herrn Staatssekretär Seewisch für sehr sinnvoll, sich mal zu überlegen, was sind denn die großen gemeinsamen Nenner, die wir quer über die Verwaltung haben und die zu adressieren. Der zweite Schritt ist ja, dass mit der DVS auch die Art und Weise, wie zukünftig Applikationen geschrieben werden sollen, wie die ausgebracht werden sollen, klar definiert ist. Das kann man heute schon tun, weil das ist auch völlig unabhängig von unserem Projekt. Das funktioniert sowohl in Dr. Kranstädts Bundescloud als auch in einem öffentlichen Anbieter, in einem anderen Hyperscaler. Und drittens für sich selber, und da gibt es, glaube ich, keine einheitliche Antwort, weil das wird beim Dr. Heidinger anders sein, als es im Land Bayern oder auf der Bundesebene ist, festzustellen, wo stehen wir denn? Was kommt denn auf uns auch im demografischen Wandel zu? Welche Skills brauchen wir in der Zukunft? Also eine Art Assessment zu machen, Cloud Readiness, wo stehe ich, wo möchte ich hin? Was ist das Gap, das wir schließen müssen? Und was sind denn vor allen Dingen meine Applikationen und meine Datensätze, um die ich mich kümmern muss? Wir müssen ja neben IT-Sicherheit und Souveränität auch noch mal so ein paar Fragen auch im Geheimschutz im Auge behalten. Und es ist nicht so einfach, da bin ich bei Ihnen, Dr. Richter, zu sagen, ich schiebe jetzt mal alles in die Public Cloud und was ich dann da nicht lassen kann, schiebe ich später woanders hin. Da habe ich dann schon einen kleinen Schaden angerichtet. Also in der Summe eine ganz ehrliche und vielleicht auch einheitliche, das wäre vielleicht doch mal ein Vorschlag, ist Zustandsbestimmung, wo stehe ich, wo muss ich denn dann irgendwann sein? Da gibt es auch einen Vertreter im Projekt, der sicherlich Aussage dazu treffen kann in den nächsten Monaten, wo wir denn hin müssen. Und mal ganz nüchternes Assessment zu machen, wenn ich große monolithische Finanzapplikationen habe, die wunderbar laufen, dann ist das wahrscheinlich nicht der erste Case, den wir migrieren müssen. Sondern sich dann zu überlegen, was sind denn wirklich die großen Standards und alles andere kann man dann auch tatsächlich mal auf einer Roadmap ausbringen. Und in Summe müssen wir einfach herausfinden, wo wir stehen. Im Übrigen, das ist ein Punkt, Alex, da bin ich bei dir, wir können durchaus in der Public Cloud anfangen, jetzt auch zu testen und zu üben. mit Nicht-Produktiv-Daten, mit unkritischen Applikationen. Ich glaube, das würde an vielen, vielen Punkten helfen, auch zur selbst definierten Standortbestimmung sich einen Schritt vorwärts zu bewegen, wenn man einmal anfängt, wirklich hands-on damit zu arbeiten. Herr Sibisch, wie bereiten Sie denn Ihren nachgeordneten Bereich und gegebenenfalls auch Ihr eigenes Haus auf diese Cloud-Transformationsreise, die vor Ihnen liegt, vor? Also ich meine jetzt nicht nicht das ITZ-Bund, das ist ja sehr gut selbst aufgestellt, sondern Ihre ganzen Fachbehörden, die sich ja irgendwann auch auf diese Reise begeben werden. Also wir bereiten uns im BMF insoweit darauf vor, dass wir ja mit dem ITZ-Bund als dem zentralen Dienstleister für uns momentan auch in einem strategischen Dialog sind, wie wir das ITZ-Bund auch noch stärker ertüchtigen können, diese Prozesse auch für unsere Verwaltung sozusagen ein Stück weit auch vorzukonzepieren, dann auch sehr viel an Integrationsleistung auch der Verwaltung in die Prozesse dann sicherzustellen. Weil ich glaube, bei der Komplexität, die wir vor uns haben, insgesamt, Bund, Länder und Gemeinden, macht es keinen Sinn, dass wir, ich war auch mal Staatssekretär im Land, es macht keinen Sinn, dass wir das in den üblichen Kampfeslinien ableisten. Also nach dem Motto, der Bund sagt, macht was, dann sagen die Länder, das dauert uns alles zu lange, außerdem muss der Bund wieder alles bezahlen, dann sagen die Länder wiederum, ja, das wollen wir aber alles nicht und so weiter und so fort. Also diese üblichen Schlachtordnungen, glaube ich, haben uns einfach in den letzten Jahren auch zu lange aufgehalten. Deswegen bin ich absolut dafür, dass Tempo ganz entscheidend ist, absolut, ich gebe Ihnen da absolut recht und dass die Länder und Kommunen auch darauf warten, dass hier etwas passiert, dass der Bund auch vorangeht, nur wir werden es nur gemeinsam schaffen. Also es wird nicht so funktionieren, dass sich einer auf die Galerie setzt und sagt, jetzt lassen wir den Bund mal voranmarschieren, gucken mal, wie das ausgeht und wenn es klappt, ist es wunderbar und wenn es nicht klappt, haben wir ja schon immer gewusst, sondern und das erlebe ich von den Staatssekretärskollegen der Länder auch, angefangen mit dem Vorsitzenden des IT-Planungsrates über den Kollegen aus Bayern, aus anderen Ländern, dass die alle sagen, wir wollen jetzt bei diesem Projekt mal zeigen, dass wir das anders machen wollen, dass wir auch Prozesse stärker parallelisieren wollen, dass wir einsteigen wollen, dass wir anfangen wollen und dass wir sozusagen jetzt nicht mit der üblichen Diskussion, was ist sozusagen am Ende ein Gesamtkonsens, für den wir zwei, drei Jahre brauchen und dann reden wir erst über die technischen Möglichkeiten, die dann in der Regel gar nicht abbildbar sind, weil die Komplexität unseres Staatsaufbaus sich nicht in solchen Prozessen abbilden lässt, das ist der falsche Weg und deswegen plädiere ich dafür, dass wir einfach uns ein Stück weit jetzt hier gemeinsam ehrlich machen, sagen, das ist eine sehr komplexe, herausfordernde Aufgabe, lasst uns versuchen, das gemeinsam anzugehen, lasst uns mit den low-hanging fruits anfangen, die da sind, lasst uns das Ganze deutlich in der Komplexität reduzieren, lasst uns einen Einstieg finden und dann ist das in der Regel auch so, dass dann, wenn das mal auf der Bundesebene funktioniert, wenn es in drei, vier, fünf Ländern funktioniert, wenn es in den einen oder anderen Kommunen funktioniert, dann zieht der Rest auch immer nach. Das ist bisher immer passiert, weil natürlich jeder sieht dann auch, dass es eine funktionierende Lösung und will daran auch partizipieren. Aber das war eigentlich nicht eine Ausgangsfrage, sondern das war im Prinzip das, wozu ich noch ein bisschen jetzt provoziert war, noch mal etwas zu sagen, weil ich glaube wirklich, dass wir uns diese Art der Schlachtordnung nicht mehr leisten können, weil das kostet am Ende Zeit. Ich war mal vor 15 Jahren im IT-Planungsrat, also 2010, glaube ich, 2013. Ich glaube, die Diskussionen waren damals schon so, wie sie heute zum Teil immer noch sind und dass das die Kolleginnen und Kollegen dort auch ein bisschen frustriert, dass man immer wieder über die gleichen Dinge diskutiert, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber dann lasst uns doch jetzt anders machen und an diesem Projekt mal damit anfangen, mit guter Laune, mit Ambition, mit Freude, dann kriegen wir da vielleicht auch gemeinsam was hin. Ich zumindest als jemand, der eine Länderperspektive lange eingenommen hat, jetzt auf Bundesebene tätig ist, kann uns nur dazu aufrufen, dass wir jetzt mal versuchen, die Dinge anzugehen, voranzugehen und nicht weiter darüber zu diskutieren, was in der Vergangenheit war. Herr Heidinger, Sie zucken schon. Ja, also dafür wäre ich total bayernsäbisch. Das ist genau das, was wir jetzt als Dienstleister auch machen, weil wir keine andere Chance sehen. Die Kunden wollen von uns Lösungen. Sie wollen sie jetzt schnell, weil die Kunden stehen unter Druck. Der Fachkräftemangel kommt und der kommt rasant und schlimmer als bei den Bundesbehörden. Deswegen ist da vielleicht die Not noch nicht so groß. In den kommunalen Behörden, in den Landesbehörden, da ist die Altersstruktur wesentlich schlechter noch als in den Bundesbehörden. Das heißt, da passiert jetzt echt was. Und da müssen wir als Dienstleister Lösungen bringen und zwar jetzt schon. Und ich kann als Dienstleister nicht mehr sagen, 26 haben wir vielleicht die ersten Dinge, die wir erproben. Wir müssen jetzt was anbieten. Das tun wir auch. Wir versuchen, und das ist, muss man auch sagen, ich habe festgestellt, wie viele Behörden schon ihre Cloud-Services nutzen und dass wir überhaupt gar keinen Überblick mehr haben. Und das hat Auswirkungen auf die Sicherheit. Und das können wir uns nicht mehr erlauben. Wir müssen das endlich wieder steuern, das ganze Thema. Und dazu müssen wir jetzt auch klare Linien haben, wie wir als Dienstleister in das Thema reingehen. Und wir bauen Dinge jetzt auf und wir müssen jetzt zügig Angebote bringen, damit wir den Behörden helfen, dass sie ihre Probleme lösen. Und die deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie, ja, die ist auch absolut zu befürworten, aber es ist im Kern eine Container-Plattform-Zusammenschluss. Und das wird wieder zu langsam sein, weil wir werden, wenn sie jetzt nur Container-Plattformen haben, bis wir mal all unsere Lösungen umprogrammiert haben auf Microservices, da gehen wieder zehn Jahre ins Land. Das heißt, wir haben nun mal jetzt viele Bestandsverfahren, wo wir trotzdem unter Nutzung von Cloud-Technologie diese in die Nachnutzung bringen müssen. Und ich kann nicht mehr warten, bis die Container-Plattformen und die dafür erforderlichen Systeme zur Verfügung stehen. Das ist alles viel zu langsam. Die Kunden machen uns Druck, die haben Not. Und das ist leider immer das, was in der Verwaltung funktioniert. Wenn der Druck groß genug ist und die Not groß genug ist, dann verändert sich auch was. Und wir müssen auch mal die Rechtsprechung in den Blick nehmen im Bereich der Vergabekammern und bei den Verwaltungsgerichten zu den Themen. Und da sind viele Vergabeverfahren jetzt mittlerweile gescheitert, die US-Anbieter oder EU-Tochterfirmen von US-Anbietern ausgeschlossen haben mit Hinweis auf den US-Patriot Act. Und das ist dann auch letztendlich rückgängig gemacht worden. Entsprechend der OLG-Beschluss vom September 2022 hat eine klare Linie. Und die werden wir jetzt auch umsetzen müssen, dass wir viel mehr solche Angebote, weil es auch das Vergaberecht und rechtliche Rahmen es auch zulässt, werden wir viel mehr solche Services auch unseren Kunden anbieten müssen. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass die IT-Landschaft im Land völlig zerfasert, indem wir überhaupt keinen Überblick mehr haben, wer welche Cloud-Services. Wir wollen endlich ein zentrales Angebot für unsere Kunden schaffen, auch im Sinne der Cloud-Inkubation, indem wir Verfahren aus Public Cloud heraus über uns den Behörden anbieten, damit wir überhaupt noch einen Überblick behalten. Und das funktioniert nur, wenn sie Tempo machen. Ansonsten sagen die Behörden, O-Ton, wenn ihr mir nichts anbietet, dann hole ich es mir direkt aus der Cloud. Und das ist Fakt. Und das müssen wir endlich mal realisieren. Wenn wir das nicht endlich hinbekommen, den Behörden ein Angebot zu machen, ihnen zu helfen, dann sind all die Entwicklungen, die wir sonst toll planen, gehen am Ziel vorbei und die Realität wird dann diese Planungen überholen. Davon bin ich fest überzeugt. George und Alex, das müsste ja eigentlich Musik in euren Ohren sein. Vielleicht noch zwei kurze Abschlussstatements als Replik. Gerne. Also auch da kann ich nur zustimmen. Es hat aber einen gewissen Grund bei aller Geschwindigkeit, die wir alle haben wollen und die wir auch gerne erhöhen wollen, warum es ein bisschen länger dauert, dieses Projekt so zu konzeptionieren, wie es auch die öffentliche Hand konzeptioniert hat. Weil es nicht darum geht, einen einzelnen Dienst freizugeben, sondern eine Plattform freizugeben. Also all diese Einzelklärungen vor die Klammer zu stellen, um eine Plattform zu schaffen für die IT-Dienstleister, die rechtssicher, ohne erneute Prüfung, unter bestimmten Rahmenbedingungen genutzt werden kann. Und das gilt für Standarddienste, IAS-Services, das gilt für proprietäre SaaS-Lösungen und das gilt dafür, dass man neu entwickelte Dienste oder auch existierende portieren kann. Der wirklich entscheidende Punkt ist, nicht jedes Mal neu prüfen zu müssen, vom Datenschutz über BSI, LSI, wem auch immer, sondern eine generelle Freigabe hinzukriegen. Und das kann man sich, natürlich technisch sind Sie deutlich tiefer drin als ich, vorstellen, dass das komplex ist, das zu schaffen. Es ist aber, glaube ich, glauben wir alle, der absolut richtige Weg, um aus diesem ewigen Zyklus rauszukommen, und Innovation hat ja auch einen Aspekt, schnell etwas umsetzen zu können und nicht drei Jahre zu brauchen, um durch alle möglichen Prüfverfahren durchzulaufen. Das ist der eine Teil und die Zeit sollten wir uns nehmen. Können wir da schneller werden? Ja, aber das betrifft uns alle. Das ist der zweite Aspekt. Das betrifft uns auch in der Wirtschaft. Also es ist ja nicht immer nur die Verwaltung, sondern man kann auch, das zeigt sich in diesem Projekt auch schon meiner Meinung nach, da gibt es einen sehr frühen und starken Invest von Microsoft, diesen Weg überhaupt loszugehen. Das macht nun auch nicht jeder. Es gibt jetzt viele, die jetzt mittlerweile sagen, wir machen das auch, aber da stecken ein paar Jahre Investitionen und Arbeit drin. Das betrifft uns aber auch alle in der Wirtschaft, nämlich zusammenzuarbeiten und sich zu überlegen, was braucht denn generell die öffentliche Hand, was braucht die Verwaltung, ohne immer primär auf die Partikularinteressen zu achten. Wenn wir eine Plattform schaffen, auf der jede Applikation läuft, auf der jede Technologie läuft, dann haben wir den Zeitdruck rausgenommen und dann kann man in Ruhe mal arbeiten. Und natürlich wird es eine zweite und dritte Plattform geben und diese Learnings werden auch bei der Geschwindigkeit helfen, diese aufzubauen. Aber jetzt müssen wir mal in den ersten Schritt gehen und zwar schnell. Ja, ich würde zumindest mal zusammenfassen für mich, ich nehme hier ganz viel Motivation mit und das ist großartig. Ich nehme den Willen mit, zu vereinfachen, klasse, pragmatisch an das Thema ranzugehen und ich verstehe, es ist ein großer Wille da, es ist auch ein großer Druck vom Markt da und ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit nicht notwendigerweise so einen gemeinschaftlichen Konsens, dass wir sagen, es liegt an uns, das jetzt zu machen. Und ich glaube, wenn wir dann wirklich, und das zu meinem Punkt von vorhin, wenn wir jetzt zusammengehen und sagen, wie kriegen wir die maximale Geschwindigkeit, wo können wir gegebenenfalls sagen, hier gehen wir bewusst ein Commitment ein, was uns ein bisschen schneller macht und vielleicht uns gar nicht wehtut, vielleicht ziehen wir das ein oder andere schöne Schleifen noch später ein bisschen hinterher, aber jetzt wollen wir einfach mal Geschwindigkeit im Rahmen dessen, was für uns wichtig ist, dann finde ich, ist das der absolut richtige Ansatz und da sollte uns nichts mehr stoppen. Von daher, ich bin begeistert. Herr Kranstädt, vielleicht noch ein Schlussstatement von Ihrer Seite. Was müssen wir denn in diesem Jahr noch konkret erreichen? Also wir haben sehr viel erreicht und ich bin sehr sicher, dass wenn wir im kommenden Jahr mit ersten Dingen in den Pilotbetrieb gehen von der Delos Cloud, dass ein Knoten platzt. Cloud und die Bereitschaft auf Cloud zu entwickeln, ist etwas, was fundamental auch die gesamte Softwarebranche, die für den öffentlichen Dienst arbeitet, verändern wird. Genauso wie die Schnittstelle zu den Kunden in die Behörden hinein. Und es ist wichtig, elementar wichtig, dass jetzt klar wird, die Cloud kommt und es klar wird, wie die Cloud aussehen wird. Und ich bin sicher, dass wir jetzt tatsächlich dann auch dafür sorgen, dass sowohl bei der Softwareentwicklung sich massiv Dinge ändern, dass dort die Dinge jetzt auch praxisnah erprobt werden können und genauso eben auch in die Behörden reingegangen wird, dort eben die Geschwindigkeitsvorteile, die wir eben aus der Cloud haben, sich nicht mehr Gedanken machen müssen für die Infrastruktur, dafür sorgen wird, dass all die Dinge, die wir sonst hier so häufig auf den Kongressen diskutieren, wir müssen agiler werden, wir müssen iterativ vorgehen, wir müssen mit Software, mit Fehlerkultur entwickeln, überhaupt tatsächlich in der Masse jetzt auch erst realisierbar wird, wenn wir die Cloud haben. Insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Enabler, dass wir jetzt Klarheit haben mit der deutschen Verwaltungs-Cloud-Strategie, dass hier Jahreszahlen dran stehen und dass die Dinge endlich greifbar werden. So, ich stelle großen Konsens, was den Geschwindigkeitswunsch angeht, großen Konsens auch, weniger ist mehr, das Projekt kleiner zu halten, um es erfolgreich zu machen und ich überlasse jetzt der Dame das Schlusswort, um nochmal aus der Perspektive der Industrie vielleicht für die nächste Iteration den einen oder anderen Wunsch loszuwerden, was so eine souveräne Cloud denn können sollte. Ja, die souveräne Cloud aus der Sicht der Wirtschaft, was wir bei vielen unserer Kunden sehen, ist natürlich, dass die souveräne Cloud relativ zeitnah immer die gleichen Services wie eine Public Cloud zur Verfügung stellen können muss. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass auch in regulierten Industrien, Pharma, ich habe es vorher genannt, verschiedenste Bereiche, auch den kritischen Infrastrukturen unterliegen, dass dort auch diese Services genutzt werden, weil auch für spezielle Anwendungen, die nach wie vor einen hohen Datenschutz erwarten, hohe Sicherheitsanforderungen haben, ist es essentiell, dass auch dort die neuesten Automatisierungsmöglichkeiten, aber eben auch neue Lösungen rund um Sprachmodelle, Chatbots oder Generative AI zur Verfügung stehen. Das wäre mein Wunsch an dieser Stelle. Dann hoffen wir alle, dass im ersten Schritt die Verwaltung und im nächsten Schritt auch die Industrie von einer souveränen Cloud, gerne auch einer Delos Cloud, profitieren wird. Ich danke den Diskutanten, den beiden Staatssekretären und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Genau, für die Präsentation selbst haben wir hier einen Flicker. Ja, super. Das wird dann von uns hinten auch geschaltet. Perfekt. Und wenn ich dann umschalten wollen würde auf die Mentimeterumfrage? Genau, also entweder, also ich nehme mal an, Sie haben wahrscheinlich in Ihrer Präsentation drin so oder so irgendwie den Mentimeter-Link zumindest noch. Genau, den QR-Code. Genau, der wird gezeigt und dann wissen wir hinten ja natürlich auch, dass wir dann danach irgendwie auf die Umfrage umschalten. Im allergrößten Notfall sollten wir es jetzt nicht mitbekommen, dann gerne einfach nochmal das mit einbauen, dass jetzt so dann die Mentimeterumfrage zu sehen sein soll. Das kann ich dann einfach so anschließen. Genau. Hier zu kurzem in der HDMI-Farbe. Ich habe das nicht. Super, den kann ich dann einfach hier. Genau, falls Sie noch Strom brauchen sollten, den gibt es hier theoretisch auch noch. Ja, den müsste eigentlich halten. Wenn Sie einmal noch Ihre Auflösung umschalten könnten, dass wir das bei uns Fullscreen haben und dann ist es bei Ihnen zwar ein bisschen kleiner. Ja, das ist ein bisschen kleiner. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, hallo in die Runde. Herzlich willkommen am frühen Nachmittag hier zu unserem Vortrag, zu unserem Best-Practice-Dialog, Ende zur digitalen Digitalisierung neu gedacht. Welche Rolle spielen Plattformen und wie passen sie in ein Ökosystem? Zunächst einmal, ich würde mich kurz vorstellen, mein Name ist Dennis Leer, ich komme vom BMI-Referat TV 2.2, noch recht neues Referat, da gehe ich später nochmal drauf ein und bin da hauptsächlich für die Rahmenarchitektur verantwortlich. Und neben mir steht... Ja, ich bin Zehra Österk von der Senatskanzlei in Hamburg und mich kennt man, glaube ich, vor allem in diesen größeren Kreisen für das Thema Modul F. Und für die, die noch Plätze suchen hier vorne, haben wir noch ganz viel frei. Kommen Sie gerne nach vorne. Super, genau. Keine Scheu haben, wir beißen hier vorne auch nicht. Ich würde mal loslegen wollen, und zwar mit einer ersten Aussage. Die OZG-Umsetzung wurde bisher unter anderem ausgebremst durch das Fehlen eines verlässlichen Fundaments aus Basisdiensten und Schnittstellenstandards. Das würde ich einfach mal kurz stehen lassen und vielleicht, wenn wir jetzt in den Vortrag einsteigen, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, was es damit auf sich hat. Zunächst einmal, bei der OZG-Umsetzung haben wir viele Sachen schon erreicht. Natürlich, wissen wir ja auch alle, gibt es noch Herausforderungen und Hindernisse. Und hier sind exemplarisch mal zehn Herausforderungen dargestellt, die ab 2023 noch zu lösen sind. Ich möchte gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, nur auf ein paar wenige. Aber es fängt zum Beispiel an mit keinem einheitlichen Zielbild. Wir haben eine heterogene IT-Landschaft. Wir haben teilweise zumindest fehlende Backend-Anbindungen. Wir haben ganz unterschiedliche Stellen der Digitalisierung. Es geht so weit, dass wir auch vielleicht eine lückenhafte Bereitstellung von zentralen Standards und Schnittstellen haben. Und wir haben vielleicht noch nicht ganz so viele oder vielleicht sogar fehlende Partizipationsmöglichkeiten. Und gerade der letzte Punkt, den ich erwähnt habe, fehlende Partizipationsmöglichkeiten, da liegt mit ein Schlüssel. Nämlich um Innovationen herein- oder auch voranzubringen, ist es ganz wichtig, das Wissen und die Fähigkeiten aus allen Bereichen mitzunehmen. Doch nun, erst einmal zum Referat DV22. Ich hatte es eingangs erwähnt, es ist neu gegründet, Anfang des Jahres. Und was ist unser Auftrag? Unser Auftrag ist es, durch die strategische Konzeption der IT-Architektur und Basisdienste und so weiter, die Innovationskraft des Staates zu stärken und dabei auch spürbare Erleichterungen im Alltag für Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und auch für die Verwaltung selber zu schaffen. Und wie machen wir das? Wir haben dazu drei zentrale Kernwerte uns vorgenommen. Das sind hier dargestellt, das ist die Vertrauenswürdigkeit, die Effizienz und die digitale Souveränität. Zum Beispiel wollen wir durch verbindliche Standards einen Rahmen für Plattformensysteme schaffen und auch sichere, barrierefreie, nutzerfreundliche, digitale Services schaffen. Durch eine modulare Rahmenarchitektur wollen wir zentrale Basiskomponenten wiederverwenden, mitnutzen und ein arbeitsteiliges Vorgehen ermöglichen. Und durch offene und klar definierte Schnittstellen wollen wir Interoperabilität schaffen und natürlich auch ein marktoffenes Ökosystem für alle Beteiligten schaffen. Da rein zählen zum Beispiel auch Plattformen. Und bevor wir jetzt in die Plattform einsteigen, möchte ich nochmal ganz kurz drei Dimensionen des Begriffs vorstellen. Wir können quasi den Begriff Plattformen so grob in drei Dimensionen einteilen. Die erste Dimension wäre der Marktplatz. Der Marktplatz wäre eine Plattform für bestehende Prozessdigitalisierungen. Also ganz plastisch, was heißt das? Zum Beispiel EV-Online-Dienste, Fachverfahren werden darüber angeboten, rechtliche, organisatorische, technische Rahmenbedingungen sind gesetzt. Die zweite Dimension hingegen, gehen wir eine Ebene tiefer, da sprechen wir von einer Prozessplattform. Eine Prozessplattform für die Verwaltungsdigitalisierung oder Verwaltungsprozesse. Was soll das heißen? Auf dieser Prozessplattform werden zum Beispiel die Online-Dienste und die Fachverfahren im Low-Code, No-Code-Ansatz entwickelt. Auf diesen Prozessplattformen oder mit Hilfe dieser Prozessplattformen werden die Basisdienste, Basiskomponenten standardisiert angebunden. Und gleichzeitig gibt es auch eine Vorgabe von Prozessregeln und einer Art Governance. Das alles sind die Prozessplattformen hier in der Dimension 2 betrachtet. Und dann gibt es noch die dritte Dimension. Das sind die Infrastrukturplattformen. Da sind wir schon sehr tief, sehr infrastrukturnah. Das sind zum Beispiel, die sind dafür da, um neue Funktionalitäten zu entwickeln, neue Basisdienste. Und all das, um die Plattformen auch ein Ökosystem zu schaffen, brauchen wir eine verbindliche, bundeseinheitliche Rahmenarchitektur. Und hier ist mal ein Zielbild dargestellt, was wir jetzt angefangen haben zu entwickeln. Das ist noch ein Arbeitsstand. Wir werden das fortan weiterentwickeln. Gleich vorweg, einige von Ihnen sicherlich erkennen darin die föderale IT-Landschaft, wieder, die IT-Landkarte. Das ist darauf aufgesetzt, tatsächlich. Ein Stück weit weiterentwickelt. Zum Beispiel haben wir explizit Low-Code, No-Code-Plattformen, Online-Fachverfahren reingenommen. Visa ist ein Arbeitsstand, den wir jetzt fortschreiben werden. Und vielleicht ganz kurz dazu. Für dieses Zielbild haben wir nicht auf der grünen Wiese angefangen. Ich habe es eingangs gerade schon gesagt. Wir haben eben verschiedene Standards mit aufgenommen, verschiedene Rückmeldungen, Kritiken. Natürlich auch politische Rahmenbedingungen haben wir mit aufgenommen oder fließen mit ein. Und eben auch, was schon getan wurde natürlich. Das ist alles, wie wir das machen wollen. Und das Was, was wir machen wollen, da haben wir jetzt den Ansatz gewählt. Wir gucken wirklich ganz klar auf die Nutzenden. Also wir zentrieren uns auf die Nutzenden und haben dafür vier relevanten Gruppen im Fokus. Das sind einmal die Bürgerinnen und Bürger, das sind die Organisationen und Unternehmen, das sind natürlich auch die IT-Entwickelnden, die Betreibenden und auch die Verwaltungsmitarbeitenden selber. Also zum Beispiel bei den Bürgerinnen und Bürgern, was erwarten die? Sie erwarten ein hervorragendes Erlebnis bei der Nutzung auf einer modernen Betriebsumgebung. Sie erwarten einen hohen Automatisierungsgrad. Für die Organisationen und Unternehmen sieht es ähnlich aus. Die haben vielleicht zusätzlich noch den Aspekt, dass sie sich an ihre bestehenden Systeme anbinden können, das heißt über eine Maschine-zu-Maschine-Schnittstelle, um zum Beispiel eben auch Massenantragsverfahren durchzuführen und entsprechend auch die Bescheide zu verarbeiten. Die IT-Entwickelnden und die Betreibenden, die möchten möglichst einfach an die IT der öffentlichen Verwaltung herankommen. Also sprich, sie brauchen die Dokumentation, vielleicht von Schnittstellen an die relevanten Komponenten herankommen, vielleicht eine Entwicklungsumgebung, die sie nutzen können. Denn damit können wir dann wirklich eine Partizipationsmöglichkeit schaffen und die Innovation vorantreiben, dass sowohl vielleicht Start-ups daran teilnehmen können, als auch natürlich die IT-Unternehmen oder IT-Dienstleistern. Und bei den Verwaltungsmitarbeitenden, da ist natürlich der Fokus zum einen auf der Verarbeitung von Anträgen, das heißt auch hier wieder möglichst Integration in die bestehenden Fachverfahren. Aber es gibt darüber hinaus noch eine andere Sichtweise und das würde ich jetzt gerne hier ein bisschen ausführlicher darstellen. Wir haben uns die Sache angenähert, wir haben quasi die Bedürfnisse der nutzenden Gruppen mal aufgeschlüsselt und dann hier anhand fiktiven Personas vorgestellt. Also zum einen, die Sachbearbeiterin Julia in diesem Beispiel, was möchte sie? Sie möchte Bürgerinnen und Bürgern einen hervorragenden Service bieten, sowohl analog als auch digital. Gleichzeitig möchte sie auch die Bearbeitung der Anträge so effizient und unkomplizient und schnell wie möglich gestalten. Wenn nämlich das schneller funktioniert, bleibt mehr Zeit für die vielleicht eigentliche Aufgabe, nämlich den Kontakt mit den Bürgern und Bürgern. Die andere Person ist unser Einkäufer Thomas. Der arbeitet quasi in einer Behörde, hat eigentlich zwei Aufgaben. Zum einen hat er die Aufgabe, innerhalb der Behörde zum Beispiel Fachverfahren anzubieten, um genau das zu bewerkstelligen, eine schnelle Bearbeitung. Und zum anderen hat er auch die Aufgabe, digitale Serviceangebote zu stellen, also quasi die Online-Dienste zu schaffen. Und um hier die Vision, das Vorhaben ein bisschen plastischer zu machen, haben wir uns für ganz übergeordnete User Journeys, abstrakte User Journeys entschieden. Hier mal ein Beispiel von dem Einkäufer oder von der Einkäuferin, um Online-Services und IT-Lösungen bereitzustellen. Können wir uns vorstellen, in einer Kommune zum Beispiel, ist der Einkäufer Thomas und er muss jetzt eben genau das bewerkstelligen, was würde ihm wirklich helfen. Zum Beispiel, wenn er den Online-Service anbieten will, erstmal eine Möglichkeit zu suchen, was gibt es eigentlich schon, Recherche, vielleicht auf einer vertrauenswürdigen Umgebung, einem vertrauenswürdigen Marktplatz. Wenn er dort fündig wird, dann freut er sich, das ist jetzt hier abgebildet mit dem Grünen. Wenn nicht, kann er vielleicht einen Gesuch auf einem schwarzen Brett hinterlassen, hat er einen Online-Dienst gefunden, kann er den so konfigurieren, dass es eben für seine Behörde entsprechend passt. Danach stellt sich die Frage, wie werden die Anträge bearbeitet, brauche ich vielleicht noch ein Fachverfahren dazu. Auch hier wieder das gleiche Vorgehen. Erstmal gucken, was gibt es. Ich finde eins, ich freue mich, ich finde keins, ich kann ein Gesuch auf einem schwarzen Brett hinterlassen. Dann kann ich das Fachverfahren, wenn ich eins habe, konfigurieren. Und schließlich, quasi mit einem Klick, kann ich sagen, okay, ich veröffentliche beides. Sowohl mein Online-Dienst als auch mein Fachverfahren, wenn gewünscht. Und da natürlich sind Prozessplattformen sehr gut für geeignet. Man könnte sich vorstellen, dass man eben tatsächlich den Antragsbearbeitungsprozess einmal modelliert und auf Knopfdruck fallen beide raus, sowohl der Online-Dienst als auch das Fachverfahren. Und an dieser Stelle, da kommen wir dann in den Bereich der IT-Entwickelnden und der Betreibenden. Und wie so etwas aussehen kann, um jetzt Fachverfahren tatsächlich bei der Verwaltungsditalisierung effizient umzusetzen, das kann uns, glaube ich, Sarah erzählen, oder? Sehr, sehr gerne, denn ich bin nicht nur wunderschöne Deko, sondern bin auch für Inhalt hier. Und möchte etwas zu meinem Lieblingsthema aktuell, Modul F erzählen, modulare Lösungen für Fachverfahren. Warum passt es eigentlich hier in das Thema rein? Weil es eine Plattform ist und weil wir damit das ganze Thema Ökosystem mit unterstützen. Und fangen wir mal an bei dieser Grafik und dieser Darstellung. Wenn wir uns mal die komplette Strecke des OZG vorstellen, dann wäre es ja ganz toll, wenn es vom Antrag, der digital gestellt werden kann, über die interne Verwaltung, die ebenfalls digital abläuft, idealerweise miteinander verbunden, hin zu einer Veraktung gehen würde. Das wäre der Traum schlechthin. Wir haben gesagt, als wir mit unserem Thema gestartet sind, Modul F steht nämlich für modulare Lösungen für Fachverfahren. Das heißt, wir haben uns auf den Teil Fachverfahren fokussiert. Und an der Stelle haben wir gesagt, wir nehmen den Teil interne Fachverfahren, also alles, was die interne Sachbearbeitung anbelangt und vor allem, was die kleinen Use Cases sind. Das heißt, so etwas wie ein SAP oder große, gute Fachverfahren, die es bereits auf dem Markt gibt, die meinen wir gar nicht an der Stelle, sondern wir haben uns auf die kleinen Fachverfahren und die kleinen Use Cases fokussiert. Das kommt daher, dass wir, als wir in Hamburg mit dem Thema gestartet sind, festgestellt haben, dass wir ganz, ganz viele gute Digitalisierungen für interne Verwaltung schon haben. Wir haben aber auch eben diese vielen Use Cases, wo wir noch keine Digitalisierung haben. Wir nennen das bei uns gerne die Digitalisierung Stiefkinder. Das sind dann solche Use Cases, wo wir mit einem Word dann dazwischen arbeiten, mit Outlook. Outlook ersetzt dann unser Fachverfahren gemeinsam mit einem schönen Makro. Bei diesen Use Cases haben wir beobachtet, dass das, was da passieren muss, in den Schritten relativ gleichartig ist. Das heißt, wir haben hier in der Regel bei unseren Fachverfahren, obwohl wir natürlich alle super individuell sind. Jede Verwaltung für sich ist ganz besonders. Aber in den Grundwerten dessen, was wir machen, sind wir alle eigentlich relativ gleich. Und dieses Prinzip haben wir uns dann zu eigen gemacht und gesagt, wäre es nicht toll, wenn wir eine Plattform hätten für alle Verwaltungen, wo wir bestimmte Funktionen schon mal vorentwickeln, die immer wieder bei solcher Fachverfahrenserstellung benötigt werden, sodass beim tatsächlichen Use Case ich einfach nur noch die entsprechenden Funktionen zusammenführe und dann ein Fachverfahren habe. Das heißt also, ich nehme für meine Anwendungserstellung einen Baukasten, wo schon bestimmte Funktionen da sind, füge mir die Bausteine so zusammen, wie ich sie brauche, um dann zum Beispiel einen Antragsprozess in der internen Bearbeitung mit der Prüfung des Antrags, also erstmal der Erfassung des Antrags, der Prüfung des Antrags, sowie der Freigabe und Genehmigung vielleicht auch einer Bescheiderstellung entsprechend zur Verfügung zu haben. Und noch viel besser ist es, wo muss ich hinklicken? Da. Und noch viel besser ist es, wenn ich einen gewissen Grad an Konfiguration auch auf dieser Plattform zulasse. Denn ich habe es gesagt, in unseren Grundzügen sind wir uns alle irgendwie gleich, aber wir haben eben ein paar Spezifika, die dann doch anders sind und konfigurativ entsprechend angepasst werden können sollten. Das heißt, wir müssen nicht alle ein rotes Haus bauen, wir können auch ein blaues Haus bauen, wir können ein kunterbuntes Haus bauen. Das ist am Ende das, was so eine Plattform am Ende des Tages zulässt. Warum ist es wichtig, dass so eine Plattform in ein Ökosystem integriert wird? Wenn Sie sich an die erste Grafik von mir heute erinnern, das war die Gesamt, wie sollte eigentlich das OZG aussehen? Das bedeutet, wenn ich einen Online-Dienst habe, der nicht mit meinem Fachverfahren sprechen kann, dann ist das nicht gut. Wenn ich eine Lösung und die interne Sachbearbeitung mache, aber nicht dann wiederum mit weiteren Bereichen kommunizieren kann, die ich benötige, um eine komplette Ende-zu-Ende-Digitalisierung abbilden zu können, dann ist das auch nicht gut. Das heißt, dieses ganze Thema Schnittstellen, Kommunikation mit Umsystem ist absolut unerlässlich, wenn wir ein gutes Ökosystem von diversen Plattformen deutschlandweit nutzen können möchten. Hier vielleicht noch mal ein Beispiel. Ich hatte es eben schon angedeutet, was meinen wir eigentlich mit solchen Modulen? Was versteckt sich dahinter? Das sind nicht die tatsächlichen Module, die Sie hier sehen, sondern das sind entsprechende Modulobergruppen, die so ein bisschen deutlich machen, in welche Richtung das Ganze eigentlich bei uns gehen soll. Das heißt, wir haben vor allem den Fokus im Moment auf das ganze Thema gelegt, wie die interne Sachbearbeitung ideal als Folge von Online-Diensten durchgeführt werden kann. Das heißt, wir haben hier so etwas wie Vorgangs- oder Antragsverwaltung, Dokumentengenerierung, Dokumentenverwaltung, eine Stammdatenverwaltung, Berechtigungsverwaltung. Das ganze Thema Auswertung ist hier relativ wichtig, aber eben auch so etwas wie Eingangs- und Ausgangskanäle. Bei den Modulen haben wir grundsätzlich darauf geachtet, dass das Ganze wiederverwertbar ist und dass es in die entsprechenden Infrastrukturen mit eingebunden werden kann und auch diese mit berücksichtigt werden können. Wann macht so ein System für uns ebenfalls Sinn? Nicht nur, wenn wir entsprechend unsere Umsysteme berücksichtigen, sondern wir haben noch einen zweiten Faktor, auf den wir Wert gelegt haben, nämlich auf das Thema Wiederverwendbarkeit. Das heißt, neben der Plattform selber, auf dessen Basis ich mir individuell meine selbstentwickelten Fachverfahren erstellen kann, kann ich ja auch sagen, das Fachverfahren, was ich hier entwickelt habe, das ist so super, das sollten alle bekommen können, sodass man auch die Möglichkeit hat, auf der Plattform selber zu sagen, ich stelle hier ein Fachverfahren zur Nachnutzung beziehungsweise zur Wiederverwendung für andere Verwaltungen bereit. Denn wir glauben, dass bestimmte Use Cases nicht nur in einer Verwaltung relevant sind, sondern auch in unterschiedlichen Verwaltungen. Das heißt, wir tragen diesen Plattformgedanken noch einen Schritt weiter und sagen, wir sehen das auch als eine Plattform, wo wir Sachen miteinander teilen können. Und darauf möchte ich hier jetzt an der Stelle nochmal kurz eingehen. Warum haben wir gesagt, wir möchten so eine Plattform gerne deutschlandweit für alle Verwaltungen zur Verfügung stellen? Erstmal ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass wir als Hamburger Verwaltung sagen, das machen wir jetzt, weil es ist eine Lösung von Verwaltung für Verwaltung. Warum eigentlich? Naja, wer kennt Verwaltung besser als Verwaltung selber? Das war unser Hauptgrund und außerdem glauben wir, dass wir das gar nicht so schlecht machen bisher. Ein anderer Grund, warum wir gesagt haben, wir hätten gerne so eine Plattform innerhalb so einer Gesamtstrategie, wie wir sie im Moment verfolgen, um das ganze Thema zu lösen, ist das ganze Thema Ausschreibung. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Deshalb haben wir ganz klar gesagt, so eine Plattform müssen wir über ein zentrales System zur Verfügung stellen, sodass alle leicht und ohne Probleme überhaupt daran kommen können. Das heißt, wir haben geguckt, welche Lösung haben wir im Moment in Deutschland und arbeiten zum Beispiel mit der GAV Digital, mit dem GAV Digital Marktplatz zusammen, um dieses Thema lösen zu können. Denn über den GAV Digital Marktplatz können wir bereits 80 Prozent aller Verwaltung erreichen, was schon mal top ist. Das ganze Thema Nachnutzbarkeit, wie gesagt, wir hätten das Ganze auch nur für Hamburg machen können, wäre ein bisschen langweilig. Wir haben gesagt, lassen wir doch alle davon profitieren, von dieser Grundidee und lassen wir das Wissen von alle in diese Idee mit einfließen, denn nur so wird es eine Lösung, die langfristig deutlich besser gestellt ist, weil je mehr gute Ideen und Bedarfe von allen Bereichen in so eine Lösung einfließen, desto besser wird sie mit der Zeit. Wir haben gesagt, so eine Plattform ist auch deshalb relevant, in so einem Gesamtkontext, weil wir das ganze Thema Datenschutzbetrachtung machen können. Wir sind in einem BSI-zertifizierten Rechenzentrum, haben das Ganze als Software-as-a-Service aufgebaut. Wir achten auf bundesweite Standards und versuchen auch Standards dadurch noch weiter zu fördern, indem wir solche Plattformen einsetzen und je mehr Plattformen so etwas machen und auch versuchen, entsprechend Standards mit zu berücksichtigen, desto besser funktioniert so ein Ökosystem in der Gesamtheit miteinander. Und zuletzt, wenn wir solche Plattformen gemeinsam nutzen, können wir viel besser in den Austausch miteinander kommen zu guten Lösungen, zu Best Practices, aber auch zu, wie macht man das eigentlich? Wie können wir da eigentlich vorgehen und wie lösen wir dieses Problem jetzt? Das war mein Teil, den ich mitgebracht habe zum Thema Modul F und ich glaube, ich habe schon zu schnell geklickt, wahrscheinlich, ne? Alles gut, perfekte Überleitung, spare ich mir einen Klick. Genau, wir wollen ein bisschen mit Ihnen auch ins Gespräch kommen. Schon wahrscheinlich ihr probtes Mittel. Wir haben hier eine Mentee-Umfrage vorbereitet. Gerne den QR-Code scannen oder auch per Hand eintippen. Zugangsdatenadresse stehen links daneben. Und wie gesagt, wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen und haben zwei sehr offene Fragen formuliert und die erste würde ich dann einfach mal jetzt stellen. Kurz vielleicht an die Regie. Wir bräuchten jetzt den anderen Laptop hier vorne. Perfekt. Die erste Frage, welche Herausforderungen sehen Sie? Eingangs hatte ich über Herausforderungen gesprochen. Gerne können Sie dies bestätigen, ergänzen, kommentieren. So, da kommt schon ordentlich was rein. Ich versuche mal nebenbei ein bisschen zu schauen, was haben wir da. Ich habe ganz viel über Standards gelesen, Schnittstellen. Am Anfang auch Schulungsbedarf, modulare Architektur sehe ich hier recht groß gerade. Einigung erzielen, Austausch, Fachkräfte, Egoismen. Kosten. Ja, das sind alles Punkte tatsächlich. Die sehe ich auch. Die sehe ich auch. Also von daher zeigt mir das schon mal, dass wir hier in die richtige Richtung denken und genau das ist auch ein Punkt, was in der Rahmenarchitektur mit berücksichtigt werden muss. Die verschiedenen Interessenslagen und wie man die eigentlich abbilden kann und gleichzeitig an einem gemeinsamen diskutiert. Ich würde noch ein, zwei Punkte auch kommentieren wollen. Darf ich? Aber natürlich, natürlich, natürlich. Okay, ich mache einfach. Ich habe da so ein paar Sachen gesehen, die ich nochmal super spannend finde, so etwas wie das Thema Skalierung. Ja, Skalierung ist eine der größten Herausforderungen, glaube ich, wenn wir so übergreifende Lösungen einsetzen möchten. Ich habe föderale Strukturen gesehen. Föderale Strukturen hindern uns nicht daran, Plattformen ins Leben zu rufen und Lösungen ins Leben zu rufen, die für alle nutzbar wären. Wenn wir einmal geklärt haben, wer das initiieren möchte, weil da ging es auch um Ressorthochheit. Wir haben es ja auch hinbekommen mit Modul F. Das machen wir ja nicht für Hamburg. Das machen wir übergreifend. Das heißt, ich glaube, man muss sich nochmal überlegen, bei welchen Themen, mit denen man sich eh befasst, möchte man auch nochmal einen Schritt weiter gehen und gucken, wie kann ich daraus eine Lösung machen, die für alle sinnhaft nutzbar sein könnte. Das heißt, die Grundstrukturen dafür haben wir im Grunde schon. Wir brauchen nur manchmal noch den Mut, es tatsächlich auch zu tun. Aber ich glaube, das Thema Skalierung wird nochmal ganz spannend und da werden sicherlich nochmal Themen spannend sein, wie kriegen wir eigentlich Infrastruktur, also tatsächlich richtig technisch so hin, dass wir cloudartiger Bereitstellung hinbekommen können, weil eben dort Skalierung eine ganz große Rolle mitspielen kann und auch das ganze Thema befeuern kann. Ich hatte gerade noch was gesehen. Prozessoptimierung habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Das geht ja auch die Richtung, auch da sind die Plattformen, ich hatte es eingangs erwähnt, Cera hat es auch nochmal vorgestellt, natürlich sehr gut geeignet, weil da natürlich gewisse Prozessregeln vorgegeben wären. Man kann einzelne Sonderlocken machen sicherlich, man muss sie dann vielleicht selber machen. Hat man eben Plattformen, kann man eben tatsächlich davon profitieren, dass viele andere das machen, das würde eben auch die Kosten dann oder kann die Kosten senken. Dazu gehört eben eine Prozessoptimierung, das geht mit einher und das bringt uns, glaube ich, generell voran, dass dann eben die Abläufe wirklich eben auch ein Stück weit schneller funktionieren können. Ja, vor allem, glaube ich, ist wichtiger als Prozessoptimierung, Prozesskritik und Prozessstandardisierung, weil je mehr wir standardisieren, desto mehr können wir auch miteinander teilen und auch von Standardlösungen nutznießen. Das ist vielleicht nochmal ein Impuls, den ich gerne in die Runde mitgeben würde. Aber an erster Stelle brauchen wir den Prozess tatsächlich. Also diese Frage sollten wir wirklich immer stellen. Genau, und einen Punkt hatte ich noch gesehen, offene Standards zum Beispiel, das hatte ich ja auch eingangs erwähnt. Ja, das ist genau richtig. Wir brauchen eben tatsächlich auch Möglichkeiten, diese Standards eben einzusehen. Es geht ein Stück weit noch mehr. Es müssen eben tatsächlich auch rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Auch das ist ein Aspekt, der mit betrachtet wird, der allein über die, ich sage mal, offene Standards hinausgeht. Also nur offene Standards alleine ist gut, aber reicht nicht. Gut, es sind schon eine ganze Menge Antworten, 187. Es wird langsam weniger, mal gucken, ob es noch... Ich hoffe, die 181 sind nicht nur von einer Person, also, ich bin doch sehr fleißig. Sonst wäre, genau, fleißig, wie ich habe gesagt, auch gut, auch in Ordnung. Okay, 57 Personen habe ich jetzt gerade gehört. Man kann es wohl rausfinden. Wir wissen auch, wer es ist, aber kein Problem, wir veröffentlichen es nicht. Gut, geht einher, Fachkräfte, klar, kennen wir auch. Wenn jeder alles macht, da reichen auch die Fachkräfte schon nicht aus. Gut, ich würde fast mal sagen... Vielleicht sage ich noch zum Thema Austausch über Modul F, habe ich gerade gelesen. Nach dem Vortrag sind wir am BMI-Stand, ich und meine Kollegen. Wir sind zu viert, also kommen Sie üppig vorbei, wir werden alle Fragen zum Modul F gerne beantworten. Ein bisschen Eigenwerbung, danke. Genau, BMI-Stand, ganz vergessen zu erwähnen, haben wir natürlich auch, ihr seid dabei. Gut, dann würde ich fast mal sagen, wir gehen zur nächsten Frage über. Boah, sind noch gut in der Zeit. Jetzt tatsächlich, das waren die Herausforderungen und jetzt, welche Potenziale sehen Sie in solchen Prozessplanungen, oder Herangehensweisen, als wir gerade vorgestellt haben, auch hier beteiligen Sie sich gerne Rege. Genau, es sind wahrscheinlich ähnliche Aspekte wie bei den Herausforderungen. Auch hier habe ich gerade gesehen, würde ich einen gleich herausgreifen, Rechtssicherheit ist natürlich richtig. In der Verwaltung müssen wir rechtskonform arbeiten, von daher ein sehr wichtiger Punkt. Ich mag aber eigentlich, dass die Schnelligkeit, Effizienz und die Synergie so ein bisschen im Zentrum bleiben. Ich gucke mir auch gerne an, was so ein bisschen daneben steht. Bei vielen Aspekten, Schnelligkeit, Effizienz, das ist natürlich genau richtig. Das ist ja auch ein Riesenvorteil bei Prozessplattformen, oder bei Plattformsystemen. Nun, manchmal tatsächlich, habe ich erlebt, wird vielleicht oft vergessen oder zu spät daran gedacht, dass noch andere Aspekte wichtig sind, die dann vielleicht erst spät in der ganzen Umsetzung auffallen und dadurch vielleicht Verzögerungen aufkommen. Deswegen fand ich eben auch die kleineren Punkte sehr interessant. Ich würde vorschlagen, da wir noch ein bisschen Zeit haben, Dennis, was meinst du, wenn wir noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum zulassen, sofern denn welche gegeben sind? Ja, hätte ich auch gerade gedacht. Vielleicht gehen wir jetzt wirklich mal in die Runde, um ein bisschen in den Dialog zu kommen. Hat denn jemand eine Frage, die er gerne an uns loswerden möchte? Wir kommen rum. Ah, erste Reihe, das ist gut. Der Weg ist kurz. Hallo. Ich bin vom SAS-Institut und habe die Frage, ob Sie auf Ihrer Plattform über das Modul F auch schon so weit denken, die Daten, die da entstehen, als Open Data dann zur Verfügung zu stellen. Es kommt drauf an. Also ich glaube, grundsätzlich wollen wir uns in die Richtung bewegen. Wir haben ja schon solche Plattformen. Das heißt, bevor wir da jetzt was Eigenes bauen, würden wir eher gucken, wie können wir das, was schon da ist, anknüpfen und quasi die Daten so da, wo es auch Sinn macht, so bereitstellen, dass sie dann auf den entsprechenden Open Data Plattformen bereitgestellt werden können. Aber noch ist es nicht gegeben. Das ist noch eine Baustelle. Gut, weitere Fragen? Hat noch jemand eine Frage? Wow, hätte ich gar nicht gedacht. Oder traut sich niemand? Da müssen wir es ja nicht in die Länge ziehen, ne? Ja, wenn es keine Fragen gibt, soweit. Ah, doch, ja. Na, der Hamburger Kollege, was will er denn? Dann laufe ich hin. Machst du. Wie viele Verfahren mit Modul F habt ihr denn jetzt schon am Start? Das Schöne ist ja, dass wir die Plattformen bereitstellen und wie viele Verfahren darüber bereitgestellt werden, das erfolgt dann in den jeweiligen Verwaltungen. Und wir sind ja noch nicht gestartet mit dem Produkt. Der Produktstart ist in zwei bis drei Wochen, ich muss mal nachzählen, Anfang Juli geplant. Und es wird auch eine Veranstaltung geben, wo wir das kundtun. Wir haben diverse Use Cases schon betrachtet und Produktions-Ready. Und die warten jetzt darauf, dass der Produktstart losgeht. Und wir haben aus der kommunalen Ebene Fachverfahren, wir haben aus Landesverwaltung Fachverfahren bereits. Wir haben aus Bundesverwaltung schon erste Use Cases. Wir haben zum Beispiel einen Antrag auf Handelsbezeichnung für Fische. Das kam sehr natürlich. Da geht es darum, dass wir natürlich in Deutschland beantragen müssen, wenn wir mit Fischen handeln möchten und denen einen anderen Namen geben möchten als den lateinischen Namen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mit einer Goldforelle in den Handel gehen möchten und das ist aber nicht der offizielle Name, da müssen wir sowas beantragen. Klingt banal, ist ein relativ standardisierter Use Case. Wir haben Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung, der schon auch ein Use Case ist, der auch nachgenutzt werden kann von anderen Verwaltungen, weil es auch für andere interessant ist. Wir haben vor kurzem eine Anfrage rund um das ganze Thema Weinbau bekommen. Also es sind so spezielle Use Cases. Lotterie hatten wir. Kannst du mir aushelfen, Sophie? Was hatten wir noch so? Tierhaltung. Also Sie sehen einfach, dass die Themen, die ich gerade aufgelistet habe, so unterschiedlich sind. Und trotzdem kann man das mit der Plattform aufgrund dieser Basisbausteine für unterschiedliche Use Cases relativ gut zusammenstellen. So, ich bin gerade hier vor unterwegs im Publikum und hier ist noch eine Frage. Ja, Gunter Holley von der Heinrich-Böll-Stiftung. Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Low-Code-Nutzung und wie viel Nacharbeitung ist dann immer noch nötig? Mit der Low-Code-Nutzung meine Erfahrungen und wie viel Nacharbeit nötig ist. Wir haben eine Low-Code-Plattform vom Markt genommen. Wir haben eine Ausschreibung gemacht. Wir sind immer noch sehr stolz drauf. Eine europaweite Ausschreibung in vier Monaten. Rechtskonform. Durchgeführt und haben auf Basis des Produktes A12 von MGM quasi unser Produkt Modul F aufgebaut. Ich erzähle das deshalb, weil wir quasi mehr Richtung No-Code gegangen sind. Das heißt, wenn Ihr Prozess mit den Standardbaustellen von Modul F abdeckbar ist, haben Sie so gut wie keine Nacharbeit mehr. Wenn er nicht mit den Standardbausteinen abdeckbar ist, die wir aktuell im Angebot haben, dann haben Sie noch mal den tatsächlichen Anpassungsbedarf mit Low-Code und das hängt dann je nach Komplexität und Aufwand Ihres Prozesses davon ab. Hier vorne noch eine Meldung. Ja, mich würde interessieren, ob das Modul F auch in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellt wird, um ausländische Verwaltungen zu informieren. Also die Frage war, ob wir das bei einer Entwicklergemeinschaft zur Verfügung stellen, um auch ausländische Verwaltungen zu berücksichtigen. Bisher haben wir das nicht geplant, weil wir gesagt haben, wenn wir in Deutschland erst mal das Ganze sauber hinbekommen und skaliert bekommen, sind wir schon mal happy und das Ausland ist uns erst mal egal. Die machen viele Dinge ja eh schon besser. Insofern. Aber wir haben auch schon Anfragen aus Österreich und der Schweiz bekommen, sodass wir früher oder später wahrscheinlich auch in die Richtung denken werden. aber unser Fokus ist tatsächlich, weil wir selber Verwaltung sind und kein Produkthersteller, wollen wir natürlich erst mal den deutschen Markt und die deutschen Verwaltungen bedienen. Entwicklungszusammenarbeit möchten wir auch erst mal hinbekommen innerhalb Deutschlands, weil die Herausforderung bei so einem Ökosystem, jetzt kommt meine persönliche Meinung vor allem zu tragen, ich finde den romantischen Gedanken von wir entwickeln alle zusammen an einer Plattform und können das sicher betreiben. Wunderschön. Ich glaube bloß, dass er praktisch mit einigen Hürden verbunden ist, sodass wir uns bei Modul F entschieden haben, erst mal eine zentrale Entwicklung durchzuführen, bis wir diese Hürden so gelöst bekommen, wie wir es hinbekommen können, tatsächlich in einer Entwicklergemeinschaft, da möchten wir gerne hin, das Ganze entwickeln zu können, aber eben so hinzubekommen, dass wir trotzdem eine sichere und den ganzen Anforderungen genügende Infrastruktur als Software-as-a-Service bereitstellen können, sodass keiner unserer Kunden sich Sorgen machen muss, funktioniert das Ganze, ist das Ganze sicher und genügt es unseren Standards und Vorgaben. Deshalb, wir wollen da hin, noch sind wir nicht da. Gut, ich würde sagen wollen, tatsächlich ist die Idee eines marktoffenen Ökosystems, dass es sozusagen auch mehrere Platten voneinander geben kann, dass es nicht nur an einer entwickelt werden muss. Das ist vielleicht auch noch mal, um das noch mal ein bisschen zu schärfen. Gut, weitere Fragen, Anmerkungen? Oh, da vorne, danke. Ja, wie sieht es mit Wiederverwendbarkeit von, sage ich mal, Prozessen aus, wenn wir Prozesse in Hamburg wahrscheinlich digitalisieren und dann aber auch andere Kommunen, Landkreise, Länder sehr unterschiedliche Prozesse dann zum Teil haben, können Sie dann Ihr Produkt wiederverwenden oder muss es dann wiederum von relativ weit vorne begonnen werden? Nee, die ganze Idee der Plattform ist ja so gestrickt, dass Prozesse unterschiedlicher Natur mit den gleichen Bausteinen zusammen gesteckt werden können. Und wenn wir zum Beispiel einen Prozess für denkmalrechtliche Genehmigungen haben, das war das, was ich vorhin meinte mit Prozessstandardisierung und Prozesskritik, das, was wir da in Abarbeitungsschritten machen, da sind wir in den Ländern nicht so unterschiedlich. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle noch mal lernen, uns auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen und zu sagen, na ja, wenn ich es wiederverwenden möchte, dann muss ich vielleicht von der einen oder anderen Schleife Abstand nehmen, die ich glaube, ganz dringend zu benötigen. Unsere Erfahrung im Austausch mit den Verwaltungen war, dass sie gesagt haben, wir sind happy, dass wir hier jetzt überhaupt eine digitale Lösung haben. Und wenn das bedeutet, dass wir die letzten 20 Prozent nicht machen müssen, können, dann ist das so. Und im nächsten Schritt haben wir festgestellt, dass sie häufig diese letzten 20 Prozent dann auch gar nicht mehr haben wollten, weil sie nicht wirklich notwendig waren. Insofern glaube ich schon, dass das Thema Standardisierung hier eine Rolle spielt. Und die Plattform selber ist wie gesagt modular aufgebaut und ich kann unterschiedliche Prozesse, wenn sie wirklich andersartig sind, damit auch wunderbar abbilden. Ich würde vielleicht mal ergänzen wollen, tatsächlich, was dann vielleicht, zumindest aus meiner Sicht heraus, das Entscheidendere, das Entscheidendere an dem Ganzen ist. Es wurde gesagt, eine Prozessoptimierung oder Prozesskritik, was ich hier auch schon gerade ausgeführt hatte, zu überdenken, wie sieht mein Prozess aus, muss ich alles genauso machen, wie ich es vielleicht bisher mache. Das ist eigentlich mit das für mich Entscheidendere, da einen Prozess aufzustellen, der dann eben ein gewisses Maß an Standardisierung oder Vereinheitlichung erfahren hat. Denn was ist der Vorteil davon? Ich sage mal, mit 011 gibt es jetzt eine Umgebungsplattform, ein System, vielleicht möchte ich ja irgendwann mal was anderes nehmen. Kann ja vielleicht passieren. Was ist das Entscheidende? Für mich ist das Entscheidende, dass man dann standardisierte Abläufe hat, wirklich der Prozess ist klar, dass der modelliert wurde. Mit dieser Modellierung kann auch ein anderes Tool bespielt werden. Das heißt, was man hier dadurch hat, durch diese Prozesskritikoptimierung, ist eigentlich eine gewisse Wahlfreiheit. Eine Wahlfreiheit, die wiederum auf die Digital-Souveränität einzahlt. Also quasi, wenn man jetzt zum Beispiel Modul 11 nimmt an dem Beispiel, dann ist man ein Stück weit abhängig, keine Frage. Aber wie kann man es gestalten, um einen möglicherweise Wechsel mit so wenig Aufwand wie möglich oder wie nötig umzusetzen? Ich glaube, für ein anständiges Ökosystem sind hier vor allem auch Hersteller mit in der Pflicht, mit uns gemeinsam zu überlegen, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wenn wir unterschiedlich, weil wie gesagt, was Dennis gesagt hat, stimmt, Modul F ist super, aber eben nicht die einzige Lösung, die es auf dem Markt gibt. Und an der Stelle müssen wir einfach gucken, wie kriegen wir es hin, dass solche Plattformen so miteinander kommunizieren und sich austauschen können, dass sie in einem Gesamtsystem auch gemeinsam funktionieren können. Und ich glaube, das wird nochmal ein richtiger spannender Faktor, ein richtiger Knackpunkt werden, wie wir es dann auch hinbekommen können, trotz unterschiedlicher Infrastrukturen und Lösungen, die da funktionieren, das so zu gestalten, dass die sich auch untereinander austauschen können. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz entscheidender Faktor, mit dem wir uns in Zukunft auch befassen werden müssen. Und viele der klassischen Low-Code-Anbieter kennen das, weil ich diesen Appell häufiger auf der Bühne starte. Lassen Sie uns dazu auch unbedingt in den Dialog kommen. Genau. Und vielleicht, ich gucke mal auf die Uhr, wir sind jetzt ganz gut dabei. Eine letzte Frage können wir uns vielleicht noch geben. Wenn es keine gibt oder im Nachgang, ich bin noch ein bisschen am BMI-Stand. Sierra, du warst glaube ich auch noch da. Wir sind auch mit dem Model F-Team am BMI-Stand. Kommen Sie gerne vorbei, wenn Sie noch Fragen haben. Genau. Ansonsten, die Rahmenarchitektur ist ein spannendes Thema, bleibt ein spannendes Thema und davon hängt viel ab und deswegen müssen wir schon alle gemeinsam arbeiten. Von daher wünsche ich Ihnen noch viel Spaß hier auf dem Zukunftskongress und wie gesagt, wir sind am Stand, da können wir uns wiedersehen. Bis dahin. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich über Standardisierung reden. Und es gibt ja auch viele unterschiedliche Themen, was Standardisierung angeht. Wir wollen uns heute mal versuchen, das Thema ein bisschen einzugrenzen und noch ein bisschen herzuleiten. Das kennen Sie bestimmt alle. Wir leben in einer komplizierten, nein, wir leben in einer komplexen Welt. Also ich weiß gar nicht, ob das die letzte Version ist, die Sie da sehen. Es gab ja immer wieder mal Iterationen. Ich glaube, auf keiner einzigen Iterationen ist es weniger geworden. Ich glaube, es ist immer mehr geworden. Und das ist nicht mehr kompliziert. Das ist tatsächlich komplex. Kompliziert wäre es, wenn Sie, sagen wir mal, auf der linken Seite was einspielen, dann passiert ein bisschen Magie. Und auf der rechten Seite kommt etwas raus, was erwartbar wäre. Es kommt eine Lösung raus. Und das ist aber nicht so. Das ist eher ein komplexes System mit vielen Akteuren. Um mal bei dem Bild zu bleiben, in einer komplexen Welt, schieben Sie links was rein. Was rauskommt, können Sie nicht vorhersagen. Sie können doch nicht mal her sagen, an welcher Stelle es jetzt rauskommt. Kommt es rechts raus, links an irgendeiner Ecke. Komplex, wir wissen es nicht. Und in so einer Welt bewegen wir uns gerade. Wir alle. Manchmal ist das gar nicht so bewusst, aber das ist durchaus das, wo wir täglich agieren. Und was ist unsere Antwort als Verwaltung darauf, wie wir mit dieser Komplexität umgehen? Das alte Fighting Fire with Fire Prinzip. Wir begegnen Komplexität mit Komplexität. Wenn wir was vorhaben, machen wir uns alle erstmal Gedanken darüber, welche Gremienstrukturen wir brauchen, um gute Lösungen zu produzieren. Wir machen uns weniger Gedanken darüber, wie wir effiziente Strukturen aufbauen können, um wirklich Projekte gut durchzuziehen. Dieses Fighting Fire with Fire Prinzip kann funktionieren, muss es nicht zwingend. Denn wenn Sie ein Gegenfeuer legen, können Sie nie so genau vorhersagen, aus welcher Richtung kommt denn jetzt der Wind? Wird er das Feuer wirklich da abbrennen lassen, wo ich das gerne möchte? Es kann auch anfangen zu regnen. Es kann irgendetwas passieren. Das heißt, man kann es nicht wirklich kalkulieren. Aber es gibt da noch andere Wege. Die Feuerwehr kennt effiziente Wege, um Feuer zu löschen. Die machen das nicht immer mit so einem Gegenfeuer, sondern im Zweifel nutzt man einfach Wasser. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir auch einen Fokus drauf legen sollten. Was sind, wenn wir uns Themen der Standardisierung annähern oder Registermodernisierung oder wie die ganzen Großprojekte eigentlich heißen, wenn wir uns darauf konzentrieren, wie können wir in effizienten Strukturen gute Lösungen erarbeiten. Und wie wir das im Bereich der Standardisierung machen, auch das Bild sieht jetzt noch ein bisschen kompliziert aus. Aber da versuchen wir eigentlich, die Themen, die zusammengehören, auch auf sinnvolle Art und Weise miteinander zu verbinden. Und ein Thema davon ist die Standardisierung. Und die hat viel auch mit Produktmanagement zu tun und natürlich auch viel mit Architekturmanagement. Und was wichtig ist, ist gerade bei Standardisierung, aber auch bei den anderen Blöcken auch, dass wir klare und transparente Prozesse definieren. Dass wir klare und transparente Erwartungen, also Lösungen vorhersagen können und auch produzieren. Dass wir klare Verantwortlichkeiten, wer hat eigentlich an welcher Stelle was zu tun, und dass wir für maximale Transparenz sorgen. Und wie das geht, das war er denen jetzt mein Kollege Tobias Schuh. Ja, vielen Dank. So, dann, ja, Standardisierung, Standardisierungsagenda. Wir haben einen neuen Lebenszyklus erarbeitet und versuchen hier mit klaren Rollenbeschreibungen und entsprechenden Hilfsmitteln Struktur zu schaffen. So, die Frage ist mal in die Runde. Wer hat dieses Bild in den vergangenen Monaten schon mal gesehen? Okay, es sind jetzt noch nicht so viele. Gut, wir haben es schon ein paar Mal gezeigt. Im Fachkongress des IT-Planungsrats und auch bei FITCO stellt vor. Für den Rest erzähle ich jetzt auch noch mal kurz, was damit gemeint ist. Der Lebenszyklusprozess regelt das Leben eines föderalen IT-Standards, nämlich von der Idee zu Beginn mit einer Bedarfsmeldung über die Umsetzung, die Genehmigung und dann den Regelbetrieb, also dann, wenn ein IT-Standard aktiv genutzt wird, bis hin, dass wir auch mal sagen, ein Standard wird nicht mehr benötigt. Das Ganze ordnen wir ein in ein Prozess-Framework. Sie sehen hier wieder den Lebenszyklus, ganz oben. Darunter diverse, ein Prozessstrang, der beschreiben soll, dass hier die Aktivitäten, die darin laufen, auch iterativ, idealerweise auch agil laufen. Wir stellen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, die sehen wir unten stehen, wie zum Beispiel ein Definition of Ready, was verschiedene Fragestellungen mit sich bringt, die beantwortet werden sollen, bevor wir sagen, okay, es macht Sinn, einen IT-Standard umzusetzen. Und das zieht sich auch mit den anderen Hilfsmitteln durch, sodass wir immer wissen können, ja, wenn wir etwas tun, ist es dann auch sinnvoll, kann es nachgenutzt werden, können andere damit umgehen. Ja, damit bringen wir vor allem Struktur rein. Das Ganze können Sie übrigens auch nochmal nachlesen, deswegen erzähle ich gar nicht so viel im Detail, sondern, genau, wir haben dazu inzwischen eine Online-Dokumentation erstellt. Sie können gerne mal mit dem Smartphone zücken und mal gucken, ob Sie den QR-Code scannen können. Sie kommen dann direkt auf die Seite drauf, natürlich das Smartphone optimiert. Und ansonsten kann man sich das dann auch hier nochmal abtippen. Aber ganz einfach zu merken, docs.fitco.de slash Standardisierungsagenda. Genau, da finden Sie eigentlich alles genauer nochmal beschrieben, sodass Sie sich das jetzt nicht alles merken müssen, außer dass es sowas gibt. Ja, genau. Und ja, Struktur schaffen wir damit. Was wir aber auch noch erreichen wollen, im nächsten Schritt, das ist Transparenz. So, und wie wollen wir das tun? Wir haben mal eine Konzeptidee ausgearbeitet, wie eine Informationsplattform für föderale IT-Standards aussehen könnte. Sehen wir es? Es ist wieder der Lebenszyklusprozess zu sehen. Das heißt, wir ordnen einmal alle IT-Standards des IT-Planungsrats dem jeweiligen Lebenszyklusphase unter. Zum Beispiel eine Bedarfsmeldung in der ersten Stufe. Das könnten zum Beispiel Referenzarchitekturen sein für Antragsprozesse. Es sind aber auch Dinge in Umsetzung oder auch Dinge im Regelbetrieb, wie zum Beispiel X-Domea. So, und dann interessiert aber auch, wer macht da irgendwas? Und das zeigen wir dann hier zum Beispiel mit entsprechenden Rollen. Zum Beispiel ein Bedarfsträger oder auch ein Umsetzungsteam oder auch ein Betreiber wie die Cosit. Ja, und dann interessiert möglicherweise noch weitere Informationen, zum Beispiel gerade bei IT-Standards, die sich in der Umsetzung befinden. So, dann sind natürlich aggregierte Informationen relevant oder auch interessant. Das haben wir hier zum Beispiel angedeutet mit diesen 80 Prozent, die zum Beispiel sagen, andeuten sollen, okay, hier wird ein Fortschritt der Umsetzung dargestellt. Ja, und wenn Sie dann aber noch mehr Detailinformationen haben wollen, genau, dann sehen Sie hier so ein Detailview dann angezeigt, wenn man dann ein konkretes Element auswählt. Und da ist natürlich neben detaillierteren Beschreibungen oder kürzeren oder detaillierteren Beschreibungen, je nachdem, dann auch das Ziel, dass wir hier weiterführende Links anbieten, zu Spezifikationen, zu Dokumentationen, aber auch für so Dinge, die wir auch zukünftig einfordern wollen, zu Testumgebungen oder Referenzimplementierung. Das ergänzt sich dann auch wieder gut mit bestehenden Systemen, wie das X-Repository für die X-EV-Standards. Das würde dann hier zum Beispiel in der Verlinkung dann dieser Weg dann aufgebaut werden. Ja, und jetzt stellen wir uns mal vor, naja, wir haben ja jetzt in sechs Monaten schon bald wieder Weihnachten und Sie haben jetzt drei Wünsche frei, was wir bis dahin machen. Und jetzt zücken Sie wieder Ihr Smartphone, scannen Sie da den QR-Code ein oder wenn das nicht funktioniert, können Sie auch die URL eingeben. Und Sie finden dann, genau, dann auf dem Smartphone im Browser dann einen Button, wo dann unten rechts Informationsplattform draufsteht. Da klicken Sie drauf und dann können Sie drei Schlagworte eingeben. Ja, und genau, das machen Sie einfach mal. Und wenn dann die ersten Antworten reinkommen, dann werden wir uns mal schauen, was da so an Wünschen genannt wird. Und noch ein kleiner Punkt, Tobias, du hattest das gerade schon gesagt, wir versuchen mit dem Prozess eine maximale Transparenz reinzubringen, also quasi auch was Erwartbares dann am Ende rauszubekommen und nicht in einer komplexen Welt zu sein, sondern die Komplexität zu reduzieren. Wir haben diesen Prozess schon mit vielen Stakeholdern diskutiert, würden aber das jetzt auch gerne nochmal nutzen, um auch von Ihnen nochmal eine Meinung abzuholen. Also nutzen Sie bitte gerne die Möglichkeit, uns mitzuteilen, also drei Schlagworte. Und da würden wir gerne auch mit Ihnen noch ein bisschen ins Gespräch kommen, um mal zu gucken, wo sitzen denn hier die Bedarfe vielleicht von Ihnen, wo drückt Ihnen bei der Standardisierung ganz besonders der Schuh, was Sie jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben. Also welche Anforderungen hätten Sie an Transparenz oder welche Anforderungen hätten Sie noch an einen Prozess? Fehlt da vielleicht auch was an den Prozessschritten? Also uns ist es sehr wichtig, in den Dialog zu kommen, mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Von daher machen Sie gerne von der Möglichkeit Gebrauch. So, dann gucken wir mal, gibt es schon Antworten? Ich muss gerade mal gucken und dann würde ich auch die Regie nämlich bitten, dann auch den Screen umzuschalten. Genau, da ist er schon, da oben, jetzt, ja, wunderbar. Genau, eigentlich macht er das. Ich gucke nochmal kurz. So, manchmal scheitert die Technik. Genau, Refresh hilft. So. Genau, jetzt kommt ein bisschen mehr, also mein Browser wollte nicht mehr. Genau, also. Jetzt sehen wir schon diverse Rückmeldungen. Was sehen wir so an großen Worten? Verbindlichkeit ist ganz groß. Standardschnittstellen, Voraussetzungen, Big Picture, ja. Genau, sehen wir mal, was spannend ist. Blue Prince habe ich gelesen. Governance. OZG 2.0, ja, ist ein wichtiger Sinn. DSGVO, ja, das finde ich mal ein interessanter Aspekt. Genau, aber Verbindlichkeit, ja, ist auch ein sehr starkes Wort, was hier genannt wird. Und, genau, Delos, Cloud wird genannt. Ja, wobei ich hätte jetzt mal fast erwartet, dass Cloud an sich hier genannt wird. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Fit Connect ist ein Produkt. Aber fangen wir mit Verbindlichkeit an. Also Verbindlichkeit haben ja die meisten von Ihnen. Ich glaube, wir können noch mal ein Mikro nehmen. Thema Verbindlichkeit. Verbindlichkeit im Sinne von, welcher Standard ist gültig? Wie lange gehen Standards? Welche Standards werden abgelöst? Oder was genau meinen Sie mit Verbindlichkeit? Mag jemand? Oh. Da müsste die Technik das Mikro noch anmachen. Hallo? Ne, Modest, das funktioniert vielleicht. Hinsichtlich Verbindlichkeit stellt sich die Frage, der IT-Rat oder der IT-Planungsrat gibt es vor, dass die Behörden für den Austausch zum Beispiel X-Domea verwenden sollen. Wenn Sie das nicht tun, warum auch immer, ist keine Sanktionierung dahinter. Das heißt, eigentlich ist es ein, Entschuldigung, Papiertiger, wenn keine Sanktionierung hinter der vermeintlichen Verbindlichkeit steht. So zumindest wird das in Teilen wahrgenommen. Und da wäre meine Frage, wie kann die Verbindlichkeit erhöht werden, um mehr Standardisierung in den Dokumentenaustausch zum Beispiel zu bringen? Das ist ein Thema, was bei uns immer wieder aufkommt. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr gute Frage. Ich antworte mal drauf. Verbindlichkeit. Zumindest mal bei IT-Standards ist es erstmal ganz wichtig, dass eine hohe Akzeptanz erreicht wird. Weil, naja, ich kann viel spezifizieren, wenn es keiner nutzen kann oder keiner einen Mehrwert entsprechend erkennt oder sieht, kann man formal viel Verbindlichkeit erklären, ob es dann trotzdem jemand umsetzt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Also deswegen ganz hohe Akzeptanz ist ganz wichtig. Aber das ist nur ein Element. Das andere Element ist auch eine leichte Zugänglichkeit. Sie haben es vielleicht gesehen, wir haben jetzt hier auf dieser Informationsplattform zum Beispiel gesagt, wir wollen Testumgebungen, wir wollen Referenzimplementierung, das sind natürlich Elemente, die wir bisher bei föderalen IT-Standards bisher wenig gesehen haben oder werden erst nachträglich jetzt alle bei einigen jetzt entwickelt. Wenn aber die Zugangshürden verringert werden, dann können es auch zum Beispiel Dienstleister dann auch in ihre Produkte, in ihre Fachverfahren zum Beispiel auch einbauen. Und dann wird Verbindlichkeit auch, die ein IT-Planungsrat ja auch erklären kann zur Anwendung, zumindest mal in seinem Verantwortungsbereich, dann auch greifbarer und kann auch besser umgesetzt werden. Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Also ich glaube einmal, ja, es ist freiwillig. Es gibt keine Standardisierungspolizei. Also ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. So kann auch sein, dass es sie gibt. Aber nein, also sowas gibt es nicht. Also von daher ist es natürlich erst mal an uns selbst, in der Verwaltung dafür zu sorgen, dass ein Standard eingesetzt wird. Und ich glaube, das können wir auch, indem wir, wenn wir zum Beispiel Dienstleistungen ausschreiben, sehr genau auf solche Standardisierungen oder standardisierte Schnittstellen abstellen und auch genau die von den IT-Dienstleistern verlangen, dass sie eingebaut werden. Das ist das eine. Und zum anderen hängt es natürlich auch immer von der Qualität der Standards an sich ab. Also ich glaube, wir brauchen wirklich Standards, die auch wiederum von IT-Dienstleistern, ich formuliere es mal so salopp, gerne eingebaut werden. Also die man schnell und einfach nutzen kann. Und auch dafür soll der Prozess dienen. Ja, was sind noch ein paar Elemente, die hier stehen? Voraussetzungen ist hier oft genannt worden. Wer kann da vielleicht noch mal ein bisschen genauere Frage stellen oder warum hat jemand von Ihnen oder viele von Ihnen Voraussetzungen reingeschrieben? Was meinen Sie damit? Hält jemand die Hand hoch oder? Nein, noch nicht. Voraussetzungen. Mag da jemand was dazu sagen? Okay. Okay. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, Tobias? Es gibt noch ein paar andere interessante Begriffe. Du weißt mir aus. Ja, ja. Wenn wir uns natürlich auf einer Informationsplattform Dinge reinstellen und dann steht hier zum Beispiel, da hatte ich es gerade gelesen, Souveränität. Was würden Sie sich da konkret wünschen? Wann haben wir die Souveränität in der Standardisierung erreicht? Niemand? Komm, Sie lassen uns mal ein bisschen diskutieren. Also ich glaube, Souveränität haben wir dann erreicht, wenn wir Standards produzieren, die nicht herstellerspezifisch sind, sondern die wir A, Open Source veröffentlichen, die für jedermann frei zugänglich sind, die man vielleicht sogar mit einer Community zusammen entwickeln oder weiterentwickeln. Also tatsächlich öffentliche Entwicklungsprojekte, die von jedem einsehbar sind und auch davon profitieren. Und wir uns dann nicht in irgendeiner Art und Weise binden oder festlegen. Und ich glaube, wenn wir ja die Entwicklung der Standards, wenn wir das zusammen betreiben können und wenn wir das auch immer wieder fortschreiben können in einer transparenten Art und Weise, dann haben wir eine echte Souveränität. Ich sehe keine Widerworte. Gut? Gut. Wir wollen natürlich nicht nur über Informationsplattformen diskutieren. Herr Kremer hat ja schon ein paar andere Aspekte auch aufgezeigt. Und wir wollen gerne mit Ihnen auch dazu in den Dialog gehen. Und was haben Sie da eventuell noch für Fragen, die wir jetzt ein bisschen genauer nochmal beleuchten sollen? Wir sehen es leider im Licht nicht immer so, wenn sich jemand meldet. Da meldet sich jemand. Moment, ich komme mal mit dem Mikro hin. Jan-Philipp Schröder hier. Wir entwickeln mit GAVA eine No-Code, Low-Code-Plattform und zwar komplett Open-Source und frei zugänglich. Und da stehen wir gerade auch an dem Punkt, man sieht es hier ab und zu mal auf der Folie, der API ist. Also wir wollen jetzt zum Beispiel die X-Datenfelder und auch den harmonisierten Baukasten der Datenfelder einbinden. Und das Einzige, was ich quasi vorfinde als Entwickler, ist eine 150-Seiten-PDF-Dokumentation und Excel-Files. Und ich frage mich halt, oder meine Erwartungshaltung von einem modernen digitalen Staat wäre natürlich, dass ich das als API zur Verfügung gestellt bekomme und das auch anzapfen kann. Und die auch versioniert ist, dass ich direkt sehe, okay, die Änderungen sind reingekommen und ich muss entsprechende Anpassungen vornehmen. Was hindert uns aktuell daran, diese APIs zur Verfügung zu stellen und wieso müssen wir auf Excel zurückgreifen? Ja, das E&E-Government steht für Excel. Also, ich glaube, im Bereich der Standardisierung müssen wir auch, und da bin ich komplett bei Ihnen, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen umstellen auf dem, was wir bislang gemacht haben. Das war bis heute sicherlich auch gut und richtig, so wie wir das gemacht haben. Aber wie das halt eben so ist in der IT, die Welt dreht sich und sie dreht sich verdammt schnell. Und ich glaube, wir müssen einfach auch da lernen, uns schneller auf neue Technologien einzustellen. Das bedeutet nicht, das ist ein Sie mit dem Ausdruck, ich komme vom Dorf, aber dass wir jeder Saudi, der das Dorf getrieben wird, hinterherlaufen müssen, das sicherlich nicht. Wir müssen da schon abwägen, was wir machen. Aber gerade das Thema APIs ist mit Sicherheit ein wichtiges. Das ist auch eigentlich nichts Neues mehr. Das ist schon lange etablierter Markt. Der Vorteil davon ist, dass es viel schneller geht. Die Dokumentation ist viel geringer. Man kann viel schneller adaptieren. Also von daher bin ich da vollkommen bei Ihnen. Und ja, das stimmt. Da müssen wir vielleicht grundsätzlich an unserem Standardisierungsprozess eventuell auch nochmal was einphasen, dass wir uns zielgerichtet neuen Technologien zuwenden. Und jetzt sind Sie, ich kann es schlecht erkennen, aber ich schätze mal auf jeden Fall jünger als ich. Das wäre jetzt auch keine Kunst. Jetzt sind Sie ein relativ junger Entwickler. Und ich glaube, wir haben in der öffentlichen Verwaltung überhaupt einen Fachkräftemangel, auch einen Nachwuchsmangel, gerade in dem Bereich. Und Sie können mich jetzt korrigieren, aber wenn ich junge Leute von der Uni für den Job in der Verwaltungs-IT begeistern will und habe die Wahl, ob ich Ihnen eine schlanke, gut dokumentierte, auf einer Website und keinem PDF-API presentiere oder 150 Seiten PDF hinlege, wenn ich nur die 150 Seiten PDF hinlege, wird es schwer mit der Nachwuchsgewinnung. Okay, Sie nicken, vielen Dank. So, haben wir noch Fragen im Raum? Und ich darf vielleicht die Regie bitten, wieder auf die andere Präsentation zurückzuspringen, weil da kommen noch ein paar Folien. Ja, gibt es noch Fragen, die Sie mit uns diskutieren wollen? Zu Zusammenspiel, Architektur, Produktmanagement, Standardisierung oder auch dem Portfolio-Management, was wir schon auf der einen Folie skizziert haben. Ich würde gerne wissen, ja. Nur eine kurze Frage, ist es vorgesehen oder bereits installiert, eine Online-Veranstaltung, wo Erfahrungsaustausch in der Anwendung von FitConnect stattfindet? Oder sind das immer begrenzte Teilnehmerkreise mehr Interne Art? Gibt es da so eine offizielle Veranstaltung? Die Frage war jetzt, gibt es offizielle Veranstaltungen für einen heterogenen Teilnehmerkreis, speziell auf FitConnect? Das war die Frage, genau. Magst du? Soll ich? Okay. Ja, also ja, gibt es, gab es auch schon und wenn da noch Wünsche bestehen, dann einfach an unser Produktmanagement FitConnect schreiben. Die Mailadresse ist ganz einfach, fitconnect.fitco.de und da einen Wunsch äußern und dann können wir das wieder machen. Also wie gesagt, wir haben das auch schon getan und natürlich auch immer für alle offen. Also keine reine verwaltungsinterne Veranstaltung, sondern jeder, der Lust hat. Also gerne Anforderungen schreiben und dann setzen wir sowas nochmal auf. Weitere Fragen? Es gibt doch bestimmt ein paar IT-Dienstleister hier im Publikum, oder? Fachverfahrenshersteller? Niemand? Okay. Ich glaube, es ist zu heiß heute Nachmittag. Das war ein Versuch. Haben Sie noch Fragen an Themen? Oder war das alles leicht verständlich? Ist das alles okay? Also eingängig? Ist das auch okay? Also, dann sind wir happy. Also wenn das passt, wenn das mit dem Prozess passt, erstmal grundsätzlich. Grundsätzlich. Also, das heißt nicht, dass es jetzt in Stein gemeißelt ist. Wir gehen ja raus, wir wollen das diskutieren, beteiligen Sie sich gerne. Ich kann auch verstehen, dass man in so einem Auditorium da nicht immer seine freie Meinung äußern will. Vielleicht sogar, wenn sie kontrovers sein sollte, auch alles gut. Aber dann wenden Sie sich gerne an. Und wir haben vielfältige Kontaktmöglichkeiten. Schreiben Sie den Kollegen gerne an. Der kriegt selten E-Mails. Der freut sich über jede Einzelne. Und dann drehen Sie mit uns in Kontakt und formulieren Ihre Wünsche dann gerne nochmal, die wir dann versuchen auch und nicht versuchen, sondern die wir aufnehmen werden und dann auch im Prozess überführen werden und natürlich auch in das Modell einbauen werden. Keine Frage. Genau. Also Feedback ist immer erwünscht. Und auch auf den Dingen zum Beispiel auf der Online-Dokumentation finden Sie da entsprechende auch entsprechende Bereiche, wo Sie dann die E-Mail-Adressen finden. Sie dürfen da jederzeit Anregungen bringen oder auch sagen oder schreiben, wenn Sie irgendwas nicht richtig verstanden haben. Wenn Sie auch jetzt beim Fachkongress vielleicht jetzt nicht in der größeren Runde, sondern in der kleineren Runde diskutieren wollen, oder nochmal Fragen stellen wollen, da bieten wir auch Sprechstunden am Stand des IT-Planungsrats an. Und genau, also jetzt läuft gerade noch was zum Thema, ja, das ist heute schon FitStore und Marktplatz. Das ist jetzt um 16 Uhr. Genau. Und ab morgen dann, wenn Sie konkret Fragen haben zur Standardisierungsagenda, da stehe ich gerne nochmal drüben am Stand, also hier auf derselben Ebene, Ebene 1, nur auf der anderen Seite sozusagen, zur Verfügung. Und da können wir gerne auch nochmal in Einzelgespräche reingehen. Morgen dann um 11 Uhr statt PVG ist heute schon dann 115. und alle anderen Termine dann folgen und können auch auf der Webseite der FitCo auch nochmal gefunden werden. Auch am Mittwoch sind wir nochmal da mit föderaler IT-Architektur. Moment. Genau. Mit PVG und FitConnect und GavData. Und wenn Sie halt Fragen haben, stehen wir jederzeit zur Verfügung und versuchen dann entsprechend auch Ihnen adäquat zu antworten. So, aber wenn wir Sie jetzt schon mal alle hier haben und vor allen Dingen Sie haben uns jetzt mal hier und wir lösen uns jetzt mal ein bisschen von dem Prozess, also ein bisschen Zeit hätten wir noch, können Sie uns jetzt mal löchern zu allen Fragen der Standardisierung, die Sie sonst noch auf dem Herzen haben, die wir jetzt gar nicht gestellt haben. Haben Sie noch irgendwelche Anliegen? Ganz allgemeine Anliegen zu fragen. Ja. Jürgen Kollatz vom Beitragsservice ARD ZDF Deutschlandradio. Wir haben immer so ein bisschen das Problem, da wir ja nicht in der formalen Verwaltungshierarchie drin hängen, uns als Bedarfsträger irgendwo einzubringen. Sprich, was müssten wir denn tun, damit wir einen Bedarf melden können, der dann auch im Rahmen der Standardisierung umgesetzt werden kann? Vielen Dank. Sehr gute Frage. Tobias, das betrifft den Prozess. Okay. Akustisch nicht ganz verstanden. Da oben auf der Bühne hören wir es nicht so gut. Welche Rolle haben Sie? Ich bin immer innerhalb des Beitragsservice beauftragter für die Digitalisierung mit öffentlichen Stellen. Beitragsservice ehemals GEZ, vielleicht dann leichter. Ja, Bedarfsträger. Ja, grundsätzlich bewegen wir uns jetzt erstmal im Kontext des IT-Planungsrats. Das heißt, ist natürlich jetzt nicht komplett Bundesrepublik Deutschland, sondern sind alle föderalen Themen. Und auch erstmal nur die fachunabhängigen und die fachübergreifenden Themen. So, was aber in Diskussion ist und auch was wir als Angebot aussprechen wollen, dass wir auch zum Beispiel auf Fachministerkonferenzen zugehen wollen, sodass die auch entsprechend zumindest mal diese Prozesse auch nutzen. Was das dann im Detail bedeutet, muss man dann ausdiskutieren. Aber grundsätzlich wäre es so, alle diese diesen Prozessen nutzen, ja, können dann auch ihren Bedarf melden, adressieren, erstmal in die Diskussion gehen, das ist ganz wichtig. Und wir hatten, Sie haben das vielleicht gesehen in dem Lebenszyklus, wir haben auch entsprechende Rollen definiert, zum Beispiel ein Standardisierungsboard. Da sollen dann Expertinnen und Experten dann mit in die Diskussion gehen, wo man dann gemeinsam schaut, ja, macht das Sinn oder macht das auch keinen Sinn. Gibt es noch Fragen? Nein? Ich sehe jetzt keine Hand. Gerne auch noch allgemeine Fragen. Die Sie schon immer mal loswerden wollten. Ja, mein Name ist Nathalie Schollmeyer von der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen und wir arbeiten an der Digitalisierung der Personalverwaltung. Und wir haben den Bedarf bereits identifiziert, dass es eben diese Standardisierung in den Prozessen geben muss. Es scheitert aber ein bisschen an der Bereitschaft, von dem bisherigen Prozess im jeweiligen Ressort abzuweichen. Und da ist jetzt die Frage, was für eine Idee, was für einen Ansatz hätten Sie für das tägliche Doing, um da einen Standard zu entwickeln? Spannende Frage zum Schluss. Vielen Dank. Also spontan würde ich sagen, der erste Schritt wäre, den Bedarf mal zu melden, und zwar auf einer breiten Basis, also vielleicht bei uns. Erstmal einfach sagen, wir haben den Bedarf und dann gemeinsam überlegen, wie man diesen Prozess gut gestalten kann. Und vor allen Dingen auch, Sie haben angesprochen, wenn es Vorbehalte gibt, etwas zu ändern in Abläufen, dann hilft meistens so ein bisschen das Prinzip, die Betroffenen zu beteiligt machen, also aktiv mitzuarbeiten an der Veränderung. Und das würde ich vielleicht noch verknüpfen mit jetzt nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern dann lassen Sie uns ein Bedarfskremium größer aufziehen, vielleicht mit Interessenten aus ganz Deutschland, die an dem Thema arbeiten möchten. Und das könnte ein Anreiz sein, auch diese Strukturen vielleicht ein bisschen aufzubrechen, gemeinsam an einem neuen Standard zu arbeiten, sich mit Kollegen auszutauschen. Und oftmals kommt über so eine Arbeit an einem Fachstandard, wo jeder seine Fachlichkeit ja auch einbringen kann und auch damit beweisen kann, das ist wichtig, was wir hier tun. Und also oftmals kommt darüber auch eine Akzeptanz. Die Widerstände entstehen häufig dadurch, dass etwas getan wird in meiner Fachlichkeit und ich kann nicht mitreden. Von daher, wenn wir das an der Stelle aufbrechen können, wäre das, glaube ich, ein ziemlich guter Weg. Aber der erste Schritt, Bedarf melden und dann können wir uns Gedanken über so ein Bedarfskremium machen. Gibt es noch weiter Fragen? Ansonsten würde ich sagen, das Licht ist auch schon angegangen. Es ist sehr heiß, wir schenken Ihnen zehn Minuten und ich würde sagen, wir holen uns ein Eis oder ein kaltes Getränk. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank. 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 Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zur Nachmittags-Session zum Thema Personalentwicklung und Fortbildungskonzepte. Es wird jetzt ein bisschen bunter. Das hat nicht nur was mit meinem Outfit zu tun, sondern es geht um ein ganz anderes Thema, nämlich um Personalarbeit in Krisenzeiten. Und da geht es nicht nur um die Krise Digitalisierung. Und da geht es nicht nur um die Krise Digitalisierung. Ich darf Ihnen vorstellen, Franziska Schölmerich, Professorin für New Work und Coaching an der SRH in Berlin. Das ist ein ganz neuer Studiengang. Total spannend. Total spannend. Und sie wird uns zu dem Thema Personalarbeit in Krisenzeiten einen Impulsvortrag geben. Vielen Dank. Im Anschluss daran machen wir beide ein kleines Interview und dann stehen wir Ihnen natürlich gerne mit Fragen zur Verfügung. Franziska Schölmerich sagt von sich selbst, sie ist Passionate for New Work and Regenerative Business. Sie betreibt einen eigenen Podcast mit dem Titel Business for Future. und wir beide kennen uns aus dem Bereich Klimaschutz. Wir sind beide so kleine Aktivistinnen, aber wir versprechen Ihnen, dass wir uns nicht an der Bühne festkleben werden. Das können wir, glaube ich, zusichern. Alles klar, ja. Vielen Dank, Anke, für diese Einführung. Gerne. Ich lege los. Du legst los. Wunderbar. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, hier oben, wo ich Sie auch sehen kann. Ich weiß, dass es draußen sehr attraktiv ist, in der Sonne mit einem Eis am Wasser zu sitzen. Nichtsdestotrotz sind einige von Ihnen jetzt hier nach oben gekommen. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Personalarbeit in Krisenzeiten sprechen, was vielleicht ein Thema ist, was Sie auch beschäftigt, was Sie berührt, was Sie bewegt aktuell. Und um da einzusteigen, möchte ich mit einer kleinen Geschichte anfangen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Genau, so ein typischer Montagmorgen. Wie sieht der bei mir aus? Ich arbeite im Homeoffice viel. Bin auch ab und zu mal an der Hochschule im Büro oder irgendwie unterwegs in Organisationen. Aber heute Morgen zum Beispiel war ich im Homeoffice, habe mir meinen Kaffee fertig gemacht, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt. Ich gucke aus dem Fenster, sehe Folgen von wochenlang zu wenig Regen in Berlin. Was wir sehen, sieht eher nach Steppe aus als nach grünem Gras. Ich kriege die Updates von den neuesten News vom Krieg in der Ukraine. Mein Mann ruft an, teilt mir mit, dass die Kita heute früher schließt, weil es da Personalmangel ist. Das ist jetzt kein besonderer Tag, sondern es ist eigentlich fast einmal in der Woche oder noch häufiger so. Ich sehe, dass die AfD Rekordwerte in ihren Umfragen erzielt. Ich sehe Updates von Überschwemmungen in Italien, von Waldbränden in Kanada, von Bränden in Brandenburg und so weiter. Und dann sitze ich da und klappe meinen Laptop auf. Da sehe ich wieder die E-Mails vom Wochenende oder von der letzten Woche noch eintrudeln. Sehe so Einladungen zu Gremiensitzungen, sehe Fragen von Studierenden, sehe Anfragen für Workshops, verschiedene Veranstaltungen, an denen ich vielleicht teilnehmen könnte. Und dann überkommt mich manchmal so ein komisches Gefühl, frage ich mich manchmal, kann ich denn jetzt einfach so tun, als wäre nichts? Kann ich jetzt einfach so weiterarbeiten, wie immer, als würde um mich herum sich gar nichts verändern und so tun, als hätte meine Arbeit damit eigentlich nichts zu tun? Und vielleicht kennen Sie das, vielleicht haben Sie auch manchmal so dieses Gefühl, wenn Sie so im Arbeitskontext Ihre Routinen, Ihren Routinen nachgehen, sich mit Ihren E-Mails beschäftigen, in Teams zusammenarbeiten, in Organisationen, Teams führen und so weiter. Vielleicht denken Sie dann manchmal irgendwie, merke ich doch, da verändert sich was und eigentlich müsste ich oder müssten wir uns auch verändern, aber ich weiß gar nicht wie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei mir ist es so, mir kommen dann manchmal meine E-Mails ganz gelegen. Ich finde das dann ganz praktisch, so E-Mails mit hoher Priorität, wo ich denke, oder muss ich schnell darauf antworten, dringende Anfragen, wo ich schnell darauf reagieren muss, Workshops, die ich noch fertig machen muss und so. Das hilft mir dann manchmal ganz gut abzuschalten und mich abzulenken von allen möglichen Indikatoren für Krisen, die es um mich herum gibt. Und ich bin eigentlich auch eine sehr optimistische Person. Ich setze mich eigentlich sehr gerne mit der Zukunft auseinander. Ich finde es total spannend zu überlegen, wie könnte es denn werden, wie könnte es möglich sein, dass wir noch bessere Arbeitsbedingungen, beispielsweise ist etwas, was mich umtreibt. Wie können wir Arbeit noch menschenfreundlicher gestalten oder wie können wir insgesamt das Leben in unserer Gesellschaft noch lebenswerter gestalten. Und ich sehe auch positive Anzeichen. Ich sehe zum Beispiel, dass die Mehrheit der Menschen in der Schweiz sich jetzt gerade für ein Klimaschutzgesetz ausgesprochen haben. Ich sehe, dass wir so viele erneuerbare Energien wie noch nie zuvor produzieren. Und trotzdem gibt es diese Momente, wo es mir schwerfällt, komplett optimistisch zu bleiben. Und wo ich mich frage, okay, was bedeutet das denn eigentlich? Was bedeutet das für meine Arbeit? Was könnte ich vielleicht machen, um das, was ich in meiner täglichen Arbeit tue, mehr damit in Einklang zu bringen, was um mich herum passiert und was mich beschäftigt? Und genau darum soll es heute gehen, um diese Krisen, die uns alle beschäftigen. Das ist etwas, was ich auch nicht nur bei mir selber, sondern in meiner Arbeit mit Menschen in Organisationen immer wieder höre. Ich habe den Eindruck, eine lange Zeit hatten viele Menschen das Bild, das, was um uns herum passiert. Alle möglichen Krisen, Krieg, Inflation, Klimakrise und so weiter. Das beschäftigt mich vor allem so im privaten Kontext. Da kann ich mich engagieren, kann irgendein Ehrenamt vielleicht übernehmen, kann spenden, kann bestimmte Menschen speziell unterstützen. Aber das hat eigentlich mit meiner Arbeit nicht so viel zu tun. Das lasse ich erstmal außen vor. Und ich habe den Eindruck, da ändert sich gerade ein bisschen was. Immer mehr Menschen bringen diese Bedenken auch mit zur Arbeit. Immer mehr Menschen stellen Fragen, überlegen sich. Und das ist auch natürlich Teil der Erfahrung, die wir alle in der Pandemie gemacht haben. Was mache ich denn eigentlich in meinem Job? Was ist die Bedeutung davon? Welche Konsequenzen hat das, was ich tue für mich, für meine Freunde, für meine Familie, aber auch vielleicht noch etwas weiter in die Zukunft gedacht? Für Menschen, die in 100 Jahren vielleicht leben werden auf dieser Welt. Was sind die Konsequenzen? Und solche Fragen werden häufiger. Und darüber möchte ich mit Ihnen drüber sprechen. Was könnten denn Antworten sein? Beziehungsweise welche Rolle spielen Sie, wenn Sie in Organisationen mit Personal arbeiten? Vielleicht, weil Sie Führungskraft sind oder weil Sie auch direkt im Personalbereich arbeiten? So, ich gehe jetzt mal hier eins weiter. Was typischerweise passiert, wenn sich Menschen mit Krisen auseinandersetzen, sind so emotionale Vermeidungsstrategien. Natürlich ist das irgendwie unangenehm. Es macht keinen Spaß. Es fühlt sich nicht gut an. Es ist oft schmerzhaft und oft wissen wir gar nicht, wie wir mit den Emotionen umgehen können. Die entstehen, wenn wir schreckliche Nachrichten hören, wenn wir sehen, was um uns herum passiert. Was ganz typisch ist, ist sich abzulenken, wie zum Beispiel ich mit meinen E-Mails oder anderen dringenden Projekten, die ich dann angehe. Oder auch so dieser Gedanke, ist doch alles gar nicht so schlimm. Es gibt doch auch ganz positive Indikatoren, wie sich die Zukunft verändern könnte. Oder auch dieser Gedanke, ja, das kenne ich alles schon. Warum sollte ich mir jetzt das neueste Update über Mikroplastik im Meer durchlesen oder den Krieg in der Ukraine noch mal genauer anschauen? Ich habe doch alle Informationen, ich brauche nicht mehr. Oder auch die Idee, es wird schon alles gut werden. Wir sind ja als Menschen eine Spezies, die schon ziemlich anpassungsfähig sind und die sehr innovativ ist. Das heißt, vielleicht wird ja KI alle unsere Herausforderungen lösen. Es gibt auch so Momente, wo ich ganz fest daran glaube, dass wir tolle Sachen erfinden werden, die die Probleme, die wir gerade haben, lösen. Beziehungsweise es gibt da ja auch schon ganz tolle Innovationen, die in die Richtung gehen. Es gibt auch den Gedanken, den ich auch kenne, ja, mich wird es ja nicht so stark zumindest betreffen. Es gibt sicherlich einige Regionen in dieser Welt und bestimmte Gruppen von Menschen auch auf dieser Welt, die jetzt schon oder in absehbarer Zukunft kein besonders schönes Leben mehr auf diesem Planeten führen können. Aber mich wird es jetzt vermutlich gar nicht so direkt betreffen. Ich kann mir hoffentlich meine eigene Bubble schaffen, in der ich und alle, die ich kenne, irgendwie noch ganz gut leben können. Oder gleichzeitig auch, jetzt geht das gerade hier nicht weiter. Ah ja. Auch eine Tendenz und eine Strategie, die ich kenne, okay, ich will jetzt sofort was machen. Ich klebe mich jetzt hier auf der Bühne fest oder ich gehe zu irgendeinem Protestmarsch oder ich gründe eine Initiative oder ich mache eine neue Podcast-Folge, was auch immer. Also so diese Tendenz jetzt sofort. Und wenn ich jetzt sage, ich werde nie wieder fliegen, wird hoffentlich alles gut. All das sind so Strategien, die sind ganz menschlich, die sind total normal und die helfen uns, in dieser Flut von Krisenzuständen und Nachrichten irgendwie unseren Alltag auch noch meistern zu können. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, ja, mit der Zeit sind diese Strategien nicht mehr so zielführend. Es gibt immer mehr Menschen, denen das auffällt und immer mehr Menschen, die sagen, es klappt nicht mehr, ich kann mich nicht mehr ablenken, ich kann das nicht mehr ausblenden. Es beschäftigt mich sehr, die diese Sorgen und Bedenken mit zur Arbeit bringen, denen es schwerfällt, zumindest an manchen Tagen auch ihre Arbeit zu machen, weil sie mit ihren Gedanken bei bestimmten Krisen hängen bleiben. Und insofern ist es spätestens jetzt auch ein Thema, was uns im Arbeitskontext interessieren sollte und ganz besonders natürlich, wenn wir Personalverantwortung haben, wenn wir im Personalbereich arbeiten. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Krisen, wie eben schon gesagt. Wir könnten jetzt auf jede dieser Krisen noch mal genauer eingehen, um das nicht ausufern zu lassen. Schnappen wir uns mal eine davon, nehmen wir mal die Klimakrise. Dieses Bild ist ein Bild aus New York. New York liegt im giftigen Smog nach Waldbränden in Kanada. Für mich so ein Sinnbild dafür, dass wir mit unserer Art zu leben und auch unserer Art zu arbeiten, eigentlich kontinuierlich daran arbeiten, unsere Lebensgrundlage auf diesem Planeten zu zerstören. Und das ist, wie gesagt, natürlich was, was irgendwie eine gewisse schmerzhafte Erkenntnis ist, was nicht schön ist, sich das vor Augen zu halten, was Emotionen hervorruft wie Wut, wie Frust, wie Ärger, wie Angst, wie Hilflosigkeit, Ohnmacht und so weiter, die schwer sind für uns, ja, damit umzugehen und wo es tatsächlich auch gerade im Arbeitskontext oft nicht besonders viel Raum für gibt. Und gleichzeitig sind sie da und gleichzeitig ist mein Eindruck, je mehr ich mit Menschen in Organisationen spreche, zeigen die sich auch immer deutlicher. Meistens, kommt so ein bisschen auf den Kontext drauf an, passiert das nicht so in großer Runde? Meistens ist das eher in einem kleineren Setting, im Coaching, in Vier-Augen-Gesprächen, wo auch auf höheren Management-Ebenen, höheren Führungsebenen Menschen sagen, ja, ich sehe, es verändern sich Sachen und ich weiß auch, wir müssen irgendwie Sachen anders machen, aber ich weiß nicht wie. Ich habe das Gefühl, ich bin gewissermaßen gefangen in den Strukturen, in denen ich drin bin. Ich sehe gar keinen Spielraum. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und auch das ist so ein Zustand, der bei ganz vielen Menschen zu einem unangenehmen Gefühl, zu so einem Dissonanz erleben. Also dem, was ich wahrnehme, die Werte, die ich habe, passen eigentlich nicht zu dem, wie ich mich verhalte, führt und was natürlich eine ganze Menge auch an Energie kostet, damit umzugehen, die dann an anderer Stelle fehlt, um sich für sinnvolle Projekte einzusetzen. Mich interessiert, wie das bei Ihnen ist. Und dafür habe ich eine kleine Mentimeter-Umfrage vorbereitet. Es sind nur zwei Fragen, also nicht viel. Es geht erstmal darum, ist das ein Thema, was Sie beschäftigt? Und dann auch die nächste Frage, ist das was, wo Sie im beruflichen Kontext auch darüber nachdenken, welchen Beitrag könnten Sie leisten oder was könnten Sie da verändern? Genau, nutzen Sie gerne den QR-Code. Und dann sehen wir jetzt hier auch schon die Ergebnisse, die langsam eintrudeln. Also wir sehen jetzt hier die Form von einer etwas schiefen Normalverteilung mit einer Tendenz in Richtung, das ist ein Thema, was Sie beschäftigt, das ist was, wozu Sie sich Sorgen machen. Genau, jetzt hier nochmal im Vollbild. Also die Mehrheit von Ihnen sagt zumindest teilweise oder vielleicht auch ein bisschen stärker, ist die Klimakrise ein Thema, über das ich mir Gedanken mache. Dann bitte ich jetzt einmal auf die nächste Folie. Es gibt noch eine zweite Ergebnisfolie, die nochmal zu zeigen. Okay, genau, das ist die zweite Frage. Inwiefern mache ich mir Gedanken, wie ich mit meiner beruflichen Tätigkeit einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten kann? Hier sehen wir auch Tendenzen zu einer Normalverteilung, aber mit einer schiefe in die andere Richtung. Das heißt, einige von Ihnen oder der Großteil hat sich darüber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Das heißt, Sie sehen, und das ist ein Bild, was, glaube ich, relativ typisch ist in unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Arten von Organisationen. Sie sehen, da ist was, Sie machen sich Gedanken, das beschäftigt Sie. Aber dieser nächste Schritt, was hat denn das eigentlich mit meinem Beruf zu tun? Welchen Beitrag kann ich denn da leisten? Und wo ist denn da eine Verbindung? Das ist was, was zumindest für manche Menschen noch nicht ganz so offensichtlich ist. Vielen Dank für Ihre Abstimmung. Dann würde ich jetzt einmal zurück zur Präsentation gehen. Genau, danke. Es gibt mittlerweile schon ein Wort für diese Zustände, die ausgelöst werden durch Beschäftigung mit der Klimakrise ganz spezifisch. Das wird im klinischen Bereich unter diesem Stichwort Eco-Anxiety beschrieben. Das ist also dieser Zustand oder die Emotionen, die ausgelöst werden angesichts der globalen Bedrohung durch die Klimakrise und auch durch die Umweltzerstörung. Die Emotionen, die damit einhergehen, wie Sorgen, Ängste, Befürchtungen und so weiter, die massive Auswirkungen haben können. Also die tatsächlich bei Menschen dazu führen können, dass sie in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt sind, dass sie depressive Symptome entwickeln, dass sie Angstzustände erleben, dass sie posttraumatische Belastungssymptome entwickeln. Ja, dass sie insgesamt unter Stress, unter Schlaflosigkeit leiden und ihre eigene Gesundheit als schlechter bewerten. Und das zeigt sich auch im Arbeitskontext dadurch, dass Menschen immer mehr tatsächlich diese Sorgen, diese Bedenken mit zur Arbeit bringen, dass sie Fragen stellen, dass sie sich überlegen, was mache ich hier eigentlich, welche Konsequenzen hat das? Und das führt unter anderem auch dazu, dass bei manchen Menschen zumindest die Identifikation mit der eigenen Tätigkeit und auch die Bindung an den Arbeitgeber dadurch sinkt. Also es gibt manche Menschen, die dadurch so ein gewisses Distanz erleben, wahrnehmen. Da passt das, was sie tun und die Rahmenbedingungen nicht mehr so zu dem, was sie eigentlich spüren, was wichtig ist zu ihren Werten. Und dann kann es zum Beispiel auch zu Kündigungen kommen. Das haben wir auch im Kontext der Pandemie gesehen. Da gab es The Great Resignation in USA und in Deutschland eher so ein Phänomen, was man The Great Contemplation nennt. Also vielmehr in Frage stellen, was mache ich eigentlich, wo arbeite ich, was sind die Rahmenbedingungen, was ist meine Tätigkeit, welche Konsequenzen hat das? Und bei manchen Menschen der Wunsch nach Veränderungen beziehungsweise tatsächlich auch der Impuls zur Veränderung bei anderen, eher dann auch der Impuls, vielleicht auch zu gehen. Das heißt also, es ist wirklich ein Phänomen, was im Arbeitskontext angekommen ist und was daher auch ein sehr zentrales Thema ist für die Arbeit mit Personal insgesamt. Jetzt denken Sie vielleicht, ach, ich bin jetzt Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung, was habe ich denn damit zu tun? Das ist doch nicht mein Thema. Und welchen Beitrag kann ich da schon leisten? Und vielleicht haben Sie aber trotzdem manchmal dieses Gefühl, da stimmt was nicht und ich müsste eigentlich mich mehr darum kümmern und ich könnte vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle was anders machen. Und genau darum soll es heute gehen. Wo sind also Ihre Spielräume? Wo sind die Hebel, die Sie umlegen können? Wo sind die vielleicht kleinen, aber vielleicht größer werdenden Räume, auch wenn Sie in sehr starren Rahmenbedingungen arbeiten, wo Sie dennoch gestalten können und wo Sie dennoch was verändern können? Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Prozess, das ist klar. Das sind viele kleine Schritte. Und gleichzeitig können die aber trotzdem eine große Wirkung haben, können trotzdem sehr inspirierend wirken. Meine Erfahrung ist, wie eben jetzt hier auch schon gesehen, dass das wirklich ein Thema ist, was sehr viele Menschen beschäftigt, was viele aber noch nicht richtig ansprechen im Arbeitskontext. Das heißt, es braucht manchmal zum Beispiel einfach diese Person, die das Thema auf den Tisch bringt. Und dann ist ganz oft so die Reaktion, ja stimmt, ja, es beschäftigt mich auch sehr, was können wir denn machen? Und dann entsteht eine Verbundenheit, dann entsteht Energie. Also das ist ganz oft der erste Schritt, das Thema zur Sprache bringen, besprechbar machen und zu sagen, okay, hier ist Raum für dieses Thema. Ich habe ein paar Ideen, ein paar Inspirationen mitgebracht. Ich würde das gerne so ein bisschen, obwohl ich jetzt nicht auf jeden dieser Punkte eingehen werde, an so einem typischen Lebenszyklus, den Menschen in Organisationen haben, festmachen. Also starten wir hier oben mit diesem Thema Attraction. Wie werden überhaupt Menschen auf ihre Organisation oder ihr Team, Stellen, die sie zu besetzen haben, aufmerksam? Marketing im Prinzip. Und dann, wenn sie aufmerksam sind, wie rekrutieren sie dann die Menschen? Wie wählen sie diejenigen aus, die am besten passen? Wie bringen sie die in die Teams rein? Also was passiert im Onboarding? Dann das große Thema Entwicklung und auch Bindung der Mitarbeitenden. Und am Ende natürlich auch Trennung von Arbeitsverhältnissen. Wie gesagt, aufgrund der Zeit würde ich jetzt nicht zu jedem im Detail was sagen. Wir können aber gerne da auch im Nachgang nochmal in Fragen drauf eingehen, wenn sie das interessiert. Starten wir mal mit dem Thema Attraction oder Marketing. Was sind da so Ansatzpunkte? Da geht es darum, mal kritisch drauf zu gucken, wie stelle ich mich denn als Organisation oder auch als Team nach außen dar? Was steht auf der Website? Was erzähle ich bei Messen? Was steht in Stellenausschreibungen? Und kriegen denn die Leute mit, die sich dafür interessieren, was wir machen, dass auch dieses Thema Krise oder auch das Thema Klimakrise bei uns ein Thema ist und mitgedacht wird? Haben die das Gefühl, sie können da hinkommen und ihre Bedenken haben einen Raum und sie können vielleicht sogar tatsächlich einen Beitrag leisten durch ihre Tätigkeit in meinem Team? Ja, um dafür zu sorgen, dass in Zukunft vielleicht sogar noch schöner ist, auf dieser Welt zu leben als jetzt schon. Und wirklich mal drauf zu gucken und zu gucken, wie präsentiere ich mich denn da? Und es hat natürlich einen Effekt nach außen. Es beeinflusst natürlich, wie sie wahrgenommen werden und welche Menschen sich dann bei ihnen melden. Und es hat aber auch, und das ist mindestens genauso wichtig, einen sehr starken Effekt nach innen. Das heißt also, wenn sie die Fragen anfangen zu stellen, auch im Team, wofür stehen wir eigentlich, für welche Zukunft wollen wir gerne einstehen, dann führt das natürlich auch zu Reflexionsprozessen und zu Veränderungen im Inneren des Teams. Das heißt also, hier geht es einmal um die Wirkung nach außen, aber es geht natürlich viel auch um das Thema Bindung der Mitarbeitenden beispielsweise oder Identifikation der Mitarbeitenden. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, die so allgemein sind vielleicht, dass Sie die mit ein bisschen Veränderung vielleicht sogar auch nutzen können, aus unterschiedlichen Kontexten. Das erste ist von Rison Müller, das ist ein Hersteller für Elektrofahrräder, die zum Beispiel sagen, wir sind uns bewusst, dass die wachsende Bedeutung als Marke auf dem Markt eine große Verantwortung gegenüber Natur, Klima, Mensch und Gesellschaft mit sich bringt. Um diese Herausforderung anzunehmen, lenken wir die bestehende Unternehmenskultur weiter in eine Richtung, die ein nachhaltiges Denken und Handeln als Grundsatz hat. Das heißt also, hier wird ganz deutlich, denen ist das Thema Verantwortung sehr, sehr wichtig und Sie setzen zum Beispiel beim Thema Kultur, Unternehmenskultur an, um da zu einer Veränderung beizutragen, um da eine Transformation hinzubekommen. Oder das hier ist jetzt ein Beispiel von einer Beratung, die sagen, für uns ist es Priorität, die Erde als ein stabiles Ökosystem zu erhalten, indem wir für den Schutz von Boden, Wasser und Luft arbeiten. Somit setzen wir uns für einen schonenden Umgang mit Naturgütern ein. Das heißt also hier, wenn ich mich interessiere für dieses Unternehmen, weiß ich, denen ist der Umgang mit Ressourcen total wichtig. Ein achtsamer Umgang mit Ressourcen, was auch immer sie brauchen, um ihre Arbeit machen zu können. Darauf achten die, das ist für die ein großes Thema. Oder jetzt als letztes Beispiel nochmal, was uns antreibt, ist die Vision einer Welt, in der Unternehmen die Welt schöner und lebendiger machen und nicht zerstören. Auch hier kann man natürlich auch mit Organisationen der öffentlichen Verwaltung und so weiter ersetzen. Und auch hier wird für mich als Interessentin total klar, die nehmen sich wahr als Teil eines Systems, sowohl sozialen Systems, also sowohl als Teil der Gesellschaft, aber auch als Teil eines ökologischen Systems. Und es geht darum, insgesamt diese Systeme zu verbessern und dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft diese Systeme noch stabil funktionieren und den Beitrag, den ich als Organisation dazu leisten kann, auch tatsächlich zu leisten. So, soviel erstmal zum Thema Marketing. Dann haben wir das Thema Auswahl. Was machen Sie denn jetzt, wenn Leute kommen? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Leute auswählen können. Eine Möglichkeit wollte ich Ihnen mitbringen und das sind die sogenannten Inner Development Goals. Das ist so eine Art Kompetenzmodell aus unterschiedlichen Kompetenzbereichen und die sind im Kontext der Sustainable Development Goals entstanden. Vielleicht sagen die Ihnen was, die abgekürzt SDGs, 17 Bereiche, die die Vereinten Nationen entwickelt haben, also Mobilität, Energie, Leben im Wasser, auf dem Land, in der Stadt und so weiter, in denen verschiedene Ziele festgelegt sind, die bis 2030 erreicht werden sollen. Und die Idee ist jetzt hier, dass um diese Ziele zu erreichen, wir alle als Menschen, egal ob wir jetzt im Personalbereich oder nicht oder Führungsverantwortung oder nicht oder überhaupt in der Organisation arbeiten oder nicht, wir alle, wir müssen uns weiterentwickeln. Und wir brauchen bestimmte Kompetenzen, um mit diesen Krisen, in denen wir uns befinden und mit den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, umgehen zu können. Dafür ist dieses Kompetenzmodell ganz gut geeignet. Ich zeige jetzt ganz kurz diese groben Kategorien, gehe da aber später auch nochmal ein bisschen detaillierter darauf ein. Da geht es also einmal um die Beziehung zu mir selber, um das Sein. Wie klar weiß ich, was sind überhaupt meine Werte? Was ist mir wichtig? Habe ich so einen gewissen inneren Kompass? Wie klar kann ich reflektieren? Welche Bedürfnisse ich habe? Was mir Spaß macht? Und so weiter. Dann geht es um das Denken, kognitive Fähigkeiten. Inwiefern bin ich also in der Lage, mit komplexen Situationen umzugehen oder auch nicht in die Perspektive von anderen hinein zu versetzen? Dann geht es um die Beziehung zu anderen. Inwieweit schaffe ich es, eine Verbindung zu anderen aufzubauen und stabile Beziehungen mit anderen zu kreieren? Dann um das Thema Zusammenarbeit. Wie gut gelingt es mir, mit anderen zu kooperieren, gemeinsam an bestimmten Projekten zu arbeiten und so weiter. Und dann das Thema Handeln, Acting. Wie schaffe ich es durch Mut, durch Zuversicht, durch Optimismus tatsächlich auch ins Tun zu kommen, obwohl ich vielleicht noch nicht ganz genau weiß, wie der Plan aussieht. Das sind jetzt alles auch Kompetenzen. Die sind nicht komplett neu in dieser Kombination vielleicht schon. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Modell, um sich daran mal zu orientieren im Kontext der Personalauswahl, aber natürlich auch im Kontext der Personalentwicklung. So, ich mache jetzt mal einen Tick schneller mit Blick auf die Zeit. In Bezug auf das Thema Personalentwicklung, was ist da ein möglicher Ansatzpunkt? Ich habe mich bemüht, wirklich auch konkrete Beispiele mitzubringen. Eine, was insgesamt sehr wichtig ist aus meiner Sicht, ist Räume zu kreieren, wo Menschen die Möglichkeit haben, über das, was sie bewegt, wenn sie an die Zukunft denken, zu sprechen. Wo sie ihre Bedenken, ihre Sorgen, ihre Ideen und so weiter einbringen können. Und eine tolle Methode, mit der ich schon viel gearbeitet habe, das zu tun, ist das sogenannte The Week Experience oder The Week Projekt. Das ist ein Projekt, was von Frederic Lallou und Helene Guerin entwickelt wurde. Vielleicht sagt Ihnen der Name was. Frederic Lallou ist derjenige, der vor zehn Jahren das Buch Reinventing Organizations geschrieben hat, ist im New Work Kontext sehr bekannt. Vielleicht sagt es Ihnen aber auch nichts, ist dann auch nicht so wichtig. Und die Idee ist, dass man innerhalb einer Woche, deswegen heißt es so, in einer Gruppe sich dreimal für zwei Stunden trifft und einen gewissen Prozess durchläuft. Gemeinsam also in die Zukunft schaut und guckt, was kommt da eigentlich auf uns zu? Wie sieht das Leben vermutlich für uns als Menschen 2050 aus auf dieser Erde, wenn es ungefähr so weitergeht, wie die Prognosen es sagen? Und dann guckt, okay, was muss ich denn verändern? Wie kommen wir da raus? Wie können wir es besser machen? Und dann auch ganz konkret zu gucken, was bedeutet das für mich als einzelne Person? Wo ist mein Beitrag? Es geht in diesem Prozess ganz explizit darum, auch solche negativen Emotionen mal zuzulassen. Und das ist aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung echt so ein Knackpunkt, gerade auch im Arbeitskontext, wirklich mal zu zeigen oder zu spüren und das zuzulassen. Das ist nicht schön, das ist ziemlich schmerzhaft und unangenehm, aber das einmal zuzulassen, wie traurig oder wie wütend oder wie ängstlich oder wie hilflos man sich fühlt, wenn man sich mit dem, wie die Zukunft sein könnte, ja, auseinandersetzt. Und dann gleichzeitig, und deswegen ist es auch die Idee, dass man das nicht alleine macht, zu sehen, das geht anderen auch so. Ich bin da nicht alleine, da entsteht oft eine sehr enge Verbindung zwischen Menschen. Wir können uns da gegenseitig unterstützen, niemand von uns muss da irgendwie alleine durchgehen, sondern es geht wirklich darum, das auch in der Gruppe zu tun. Und dadurch entstehen ganz schnell eigentlich so Räume und Verbindungen zwischen Menschen, in denen sie über die Bedenken und über die Sorgen, die sie haben in Bezug auf in diesem Fall die Klimakrise, aber es kann auch jede andere Krise sein, in der sie sich austauschen können. Genau. So, dann ist es auch, auch das ist meine Erfahrung, natürlich sinnvoll, ganz spezifisch mit den Führungskräften zu arbeiten. Da ist es oft hilfreich, im ersten Schritt die dafür zu sensibilisieren, inwieweit hängt denn eigentlich, oder was bedeutet eigentlich die Bearbeitung von Krisen für sie als Führungskraft in ihrer Führungsrolle? Wenn die zum Beispiel das als ihre Rolle wahrnehmen, dass sie Rahmenbedingungen schaffen, damit Teams gut arbeiten können, dass sie versuchen, Hindernisse aus dem Weg zu schaffen und den Rahmen so zu gestalten, dass die einzelnen Menschen im Team ihre Arbeit gut machen können. Und dann gehört da natürlich auch zu, auf Bedenken einzugehen, auf Sorgen einzugehen, die die Menschen umtreiben und auch ein Stück weit an Verständnis einerseits zu zeigen und auch ein Stück weit an Orientierung zu geben und eine Antwort darauf zu haben, was bedeutet denn das für unser Team, wie gehen wir damit um? Wir wissen natürlich nicht ganz genau, wie es wird in fünf oder zehn Jahren, aber wir machen uns darüber Gedanken und haben erste Strategien, was das für uns bedeutet. Also erster Schritt ist so eine Sensibilisierung, zweiter Schritt ist oft so eine Art Workshop oder Training zu dem Umgang, wo man wirklich darauf guckt, was bedeutet diese Krise ganz speziell für uns, für unser Team, für unsere Organisation, welche Chancen vielleicht, welche Risiken gehen damit einher und was ist unsere Strategie? Wie gehen wir also damit um? Dann auch immer, aber auch speziell für Führungskräfte wichtig, da Gemeinschaften zu etablieren, also Communities, wo die sich untereinander austauschen können. Auch hier entsteht schnell dieses Gefühl, ich bin allein, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll und wie ich damit umgehen soll. Das überfordert mich, was ich da höre aus meinem Team, was soll ich denn machen? Und da ist es super hilfreich, wirklich Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Und dann auch da gibt es immer mehr Organisationen, die das machen, tatsächlich auch in Evaluations- oder in Feedbackprozesse diese Kompetenzen mit reinzunehmen. Also wirklich da spezifisch nach Vorbildfunktionen, Nachhaltigkeitskompetenz und so weiter zu fragen. Ich sehe übrigens, dass einige von Ihnen Fotos machen. Sie kriegen die Folien gerne auch im Anschluss über die Webseite, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ja, Sie können gerne auch weiter Fotos machen. Genau, dann auch zum Thema Entwicklung kann ich die Inner Development Goals, die IDGs empfehlen. Das sind relativ viele einzelne Kompetenzen. Hier sind die jetzt nochmal aufgeschlüsselt, die natürlich nicht alle auf einmal und parallel entwickelt werden können. Aber wenn Sie im Personalbereich tätig sind oder Führungsverantwortung haben, könnte es ein Ansatzpunkt sein, da mal drauf zu gucken und zu gucken, wo fange ich denn an? Was ist jetzt gerade aus meiner Sicht am wichtigsten? Ist es eher dieser innere Kompass oder das Thema Empathie oder das Thema Ausrichtung auf die Zukunft? Wo geht die Reise hin? Also da kann ich auch die Seite empfehlen. Die war auch auf der vorigen Folie. Gibt es zu allen einzelnen Kompetenzen nochmal konkrete Tools. Insgesamt so ein Toolkit, was Sie nutzen können und dann damit arbeiten können. Ja, und dann würde ich jetzt gerne, bevor wir nochmal auf das Thema Coaching zu sprechen kommen, mit Ihnen eine kleine Journaling-Übung machen. Vielleicht wissen Sie gar nicht, was das ist. Ich erkläre es kurz. Sie brauchen was zu schreiben. Am besten tatsächlich ein Papier. Also wirklich was, um nicht jetzt in Ihr Handy, sondern auf dem Papier was zu schreiben und einen Stift. Und es geht darum, dass ich Ihnen jetzt gleich Fragen stelle und Sie einfach das, was Ihnen zuerst in den Kopf kommt, aufschreiben. Es geht überhaupt nicht darum, dass Sie da jetzt so einen druckreifen Text, der später irgendwo veröffentlicht wird, produzieren, sondern es ist wirklich nur für Sie. Sie können gerne einfach nur Stichpunkte, vielleicht auch Sachen, die jetzt auf den ersten Blick etwas wirr oder nicht ganz so sinnvoll erscheinen, einfach aufschreiben, einfach das, was kommt, im Fluss notieren, ohne Rücksicht auf Satzzeichen, Grammatik, Rechtschreibung und so weiter. Ganz frei. Ja, genau. Also schnappen Sie sich gerne mal was zu schreiben. Und die erste Frage ist folgende. Was von dem, was bei meiner Arbeit um mich herum passiert, passt nicht so wirklich zu meinen Werten. Also wo haben Sie vielleicht in der letzten Zeit immer mal wieder gedacht, die Art, wie wir mit Ressourcen umgehen oder die Prozesse, die wir haben, was davon fühlt sich nicht so richtig stimmig an? Wo merken Sie, da gibt es irgendwas, was mich irritiert, was ich vielleicht auch Schwierigkeiten habe, anderen zu erklären, die mich danach fragen, wo sie in irgendeiner Form wahrnehmen, das passt eigentlich nicht so richtig zu dem. Und wenn ich selber entscheiden könnte, würde ich es anders machen. Das sind oft ja so Dinge, die dann schon so seit Ewigkeiten so sind und deswegen so sind, wie sie sind. Ja, ich gebe Ihnen mal eine Minute, sich dazu gerne ein paar Notizen zu machen. Das ist nichts, wenn Sie noch mal einen Punkt überlegen. Ja, ich gebe Ihnen mal ein paar Notizen. So, und jetzt sind Sie vielleicht noch nicht ganz fertig, das macht nichts. Ich würde trotzdem zur nächsten Frage übergehen. Was wäre eine Sache, die ich ändern könnte, die für mich wirklich bedeutsam wäre? Gucken Sie einfach mal, welche Gedanken kommen da auf. Ohne das jetzt großartig zu bewerten, machen Sie sich mal ein paar Notizen, was Ihnen da in den Kopf kommt. Amen. 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 So, und dann als letztes bei dieser einen Sache. Was wäre mein nächster Schritt, so konkret wie möglich? Was wäre was, was Sie vielleicht schon morgen oder, wenn Sie jetzt morgen weiter hier sind, sagen wir mal am Donnerstag erledigen könnten? Amen. 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 So, ich würde jetzt am allerliebsten natürlich bei Ihnen allen wissen, was Sie da jetzt aufgeschrieben haben. Geht nicht. Deswegen die Kurzversion. Frage in die Runde. Gibt es jemanden, der was teilen möchte? Gedanken, die Sie hatten? Irgendeine Erkenntnis, irgendwas Spannendes, was vielleicht auch hier für den Rest der Runde spannend sein könnte? Wer möchte was teilen? Wenn nicht, macht es auch nichts. Dann lassen wir es einfach so. Und dann nehmen Sie es für sich einfach mit. Ja, dann noch ein kurzer Kommentar zum Thema Coaching. Das ist so eine typische Übung, die man natürlich auch im Coaching machen kann. Meine Erfahrung ist, gerade in Krisenzeiten ist der Fokus auf die eigenen Werte ein sehr wichtiger Ansatzpunkt. Wirklich erstmal darüber nachzudenken, welche Werte sind mir dann eigentlich wichtig? Dafür nehmen sich die meisten Menschen nicht besonders viel Zeit, so im Arbeitsalltag. Und das ist natürlich auch etwas, was sich verändert über die Lebensphasen hinweg. Das heißt also wirklich da explizit reinzugucken, wenn ich weiß, welche Werte mir wichtig sind, wo finde ich die denn wieder in dem, was ich beruflich mache? Und wo gibt es da vielleicht Unterschiede zu dem, was ich da in meiner Rolle mache oder vielleicht machen muss und den Werten, die ich eigentlich mitbringe? Das ist also so ein Ansatzpunkt. Weiterer Ansatzpunkt ist auch diese Arbeit mit Vision und auch mit einer langfristigen Orientierung. Das heißt also, wenn mein Traum in Erfüllung gehen würde und alles klappt so, wie ich es mir gedacht habe, wie sähe dann dann die Zukunft aus? Was könnte denn ein tolles Leben und ein vielleicht noch lebenswerteres Leben in 30 Jahren sein? Wie sähe das aus und was wären jetzt die nächsten Schritte, um in diese Richtung zu gehen? Ja, und auch mal zu überlegen, wofür wären denn vielleicht Menschen, die in 50 oder 100 Jahren leben, wofür wären die mir denn vielleicht dankbar? Es gibt ein total schönes Beispiel von dem UN-Generalsekretär, der ein Antonio Guterres, der einen Brief geschrieben hat an seine Ur-Urenkelinnen. Kann ich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja, also auch hier so ein Fokus auf die Zukunft und zu gucken, was bedeutet das eigentlich, wenn ich nicht nur ans nächste Jahr die nächsten zwei, sondern vielleicht die nächsten 50 Jahre zum Beispiel denke. Insgesamt ist es, damit komme ich jetzt auch schon langsam zum Ende, ist es tatsächlich eine wichtige Entscheidung, was jeder und jeder Einzelne von uns beruflich macht. Natürlich ist es auch wichtig, angesichts der Klimakrise so einzelne Verhaltensweisen wie Mobilität, Ernährung und so weiter sich anzuschauen. Aber für die allermeisten Menschen entsteht die größte Wirkung darüber, das, was wir beruflich tun. Und insofern ist es ganz wichtig, mal zu gucken, was ist eigentlich unsere Arbeit, was machen wir. Und wenn Sie jetzt im Personalbereich tätig sind oder Personalarbeit machen, als Führungskraft beispielsweise, haben Sie natürlich eine ganz besondere Hebelwirkung, einen ganz besonderen Einfluss auf andere Menschen. Das heißt also, darüber können Sie eine sehr große Wirksamkeit nochmal entfalten. Ich hoffe, dass Sie mitgenommen haben, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo wir tatsächlich Organisationen und Teams brauchen, die sich bewusst sind, in welchem System sie sowohl auf sozialer als auch auf ökologischer Ebene eingebettet sind und dafür sorgen, dass da in diesen Systemen positive Lösungen geschaffen werden. Ich hoffe, dass Sie mitgenommen haben, dass Personalarbeit ein ganz, ganz wichtiger Hebel ist, um für einen konstruktiven Umgang mit Krisen zu sorgen. Und als letztes natürlich, es gibt sehr viele Dinge, sehr viele Ansatzpunkte, die Sie machen können, Punkte, an denen Sie loslegen können. Aber die Idee ist nicht davon, sich überwältigen zu lassen, sondern wirklich zu gucken, was wäre für mich der nächste kleine Schritt, worauf habe ich Lust, was macht mir Spaß, wo fühle ich mich hingezogen und da loszulegen und nicht zu verzweifeln, weil es viel zu viel ist und die Aufgabe viel zu groß ist. Ich habe hier noch ein paar weiterführende Links für Sie zusammengestellt, ein paar Bücher, Podcasts, die interessant sind. Anker hat es eben schon erwähnt, wenn Sie insgesamt sich für dieses Thema New Work und auch Coaching interessieren und sich gerne nochmal weiterbilden möchten, da gibt es einen sehr spannenden, berufsbegleitenden MBA, den wir gerade an der SRH Berlin anbieten. Dann gibt es auch eine Infosession, die stattfindet am Samstag mit Studierenden aus dem aktuellen Jahrgang. Wenn das für Sie spannend ist, lassen Sie uns gerne auf LinkedIn verbinden. Können Sie auch einfach den QR-Code scannen. Lassen Sie uns gerne weiter im Austausch bleiben, in Kontakt bleiben. Wenn Sie diese Themen interessieren, würde mich freuen. Und jetzt haben wir noch ein paar Interviewfragen für uns gegenseitig. Genau. Ja, vielen Dank, Franziska. Ja, da wir beide als Coach unterwegs sind, werden wir uns gegenseitig ein paar Fragen stellen zu dem Bereich Coaching. Und meine erste Frage an dich, Franziska, wäre, welche Tools benutzt du eigentlich im Coaching im Kontext von Umgang mit Krisen? Ja, vielen Dank. Also es gibt so ein paar Lieblingstools, die ich habe, die ich sehr gerne einsetze. Eins davon ist die Methode des inneren Teams. Vielleicht kennt das jemand, kommt aus dem Schulz-von-Tun-Kontext. Die Idee dahinter ist, dass wir alle im Kontext von Krisen oder Konflikten oder auch wenn wir vor Entscheidungen stehen, nicht diese eine Stimme haben, die in uns spricht, sondern eigentlich verschiedene Stimmen, so paradox sich das vielleicht manchmal anhört, die aber auch in unterschiedliche Richtungen gehen, die unterschiedliche Botschaften haben, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und durch diese Methode des inneren Teams kann man das ganz gut sichtbar machen. Und das hilft auch im Kontext mit Krisenmenschen ganz oft, um zu verstehen, woher kommt eigentlich dieses ungute Gefühl, was ich habe im Bauch, warum fühle ich mich eigentlich so erschöpft, weil in mir drin die ganze Zeit diese verschiedenen Stimmen gegeneinander reden. Und was kann ich machen, um damit umzugehen? Das finde ich eine tolle Methode. Eine weitere tolle Methode, die ich sehr gerne mag, ist das Ikigai-Modell. Das ist ein Modell aus dem Japanischen, wo es darum geht, den Schnittpunkt aus vier Bereichen zu finden. Da geht es darum, was mache ich gerne, wo drin bin ich gut, was braucht die Welt und als viertes, wofür werde ich bezahlt, womit kann ich Geld verdienen? Bei vielen Menschen sind die Antworten auf diese Fragen sehr unterschiedlich. Das heißt, das stimmt nicht überein und in dieser Methode geht es halt darum, wirklich zu finden, wo ist die Schnittmenge, wo finde ich eine Sache oder mehrere Sachen, die mir Spaß machen, in der ich gut bin, die tatsächlich sinnvoll sind, auch für meine Umgebung und für die ich bezahlt werde. Das würde ich... Ja, also das innere Team ist auch eines meiner Lieblingstools. Das passt wirklich sehr häufig sehr gut. Also wer sich in Coaching noch nicht so auskennt, also entscheidend sind unsere Fragestellungen und dann schauen wir immer, ob passend zu unserem Klienten, zu unserer Klientin eine bestimmte Methode angewendet werden kann. Das innere Team geht dabei ziemlich ins Eingemachte, aber es ist immer sehr, sehr hilfreich. Ja, möchtest du mir jetzt eine Frage stellen? Ich stelle dir gerne auch eine Frage, du hast mir erzählt, du warst gerade in Georgien für ein Coaching-Projekt und ich würde total interessieren, was hast du da mitgenommen in Bezug auf den Umgang mit Krisen? Ja, ich war in Georgien und wir haben dort Coaches aus fünf Ländern, sind wir dabei, sie auszubilden. Also sie wollen Coach werden, sie kommen aus der Personalentwicklung oder sind Führungskräfte in staatlichen Akademien und zwar aus den Ländern Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Moldau und Georgien. Und in diesen Ländern, wie sie wahrscheinlich, wenn sie die Nachrichten verfolgen, herrschen ganz besondere Krisen und sehr schwere politische Krisen und auch ein Krieg. Und was ich da mitgenommen habe, ist eine unglaubliche Resilienzstärke von den Teilnehmerinnen und eine unglaubliche Leidenschaft für dieses Thema, was ich mir gar nicht so vorstellen konnte. Man fragt sich ja, haben die jetzt keine anderen Sorgen, wollen die wirklich Coaching lernen? Ja, sie wollen das, weil das ihren Werten entspricht, weil sie ihre Führungskräfte verändern wollen, weil sie dafür brennen, dass sie Demokratie bekommen und alles dafür tun, damit das passiert. Da kamen wir uns, als wir gesagt haben, ja, wir erleben in Deutschland, haben jetzt auch eine Krise hinter uns und erleben weitere Krisen, wurde nur leicht gelächelt und gesagt, wir leben hier alle schon seit Jahrzehnten mit ganz anderen Krisen. Also hat mich sehr beeindruckt. Glaube ich. Was hast du denn da für dich jetzt als Coach noch so draus mitgenommen? Also ich habe mitgenommen einen sehr hohen Respekt und eine ordentliche Portion Demut. Das auf alle Fälle. Und den Optimismus, dass Coaching eine große Wirksamkeit entfaltet. Wir haben alle unheimlich viel gelernt und wollen unbedingt, wie Sie sagen, das post-sovjetische Denken in Ihren Organisationen aufbrechen. Ja, nochmal eine Frage an dich. Was braucht es aus deiner Sicht, damit Veränderung passiert und Menschen ins Tun kommen? Ja, also ja, das Thema Veränderung ist ja schon eine gewisse Herausforderung. Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem Arbeitsalltag. Oft haben Menschen das Gefühl, ich stecke in so festgefahrenen Strukturen. Wie soll sich denn da jemals was verändern? Das wird doch schon seit Jahrzehnten so gemacht und es fehlt auch so ein bisschen die Vision davon. Wie könnte es anders sein? Und meine Erfahrung ist, gerade auch in der Arbeit mit Menschen und Teams in der öffentlichen Verwaltung, dass oft da auch so dieses Bild herrscht, Emotionen haben eigentlich im Arbeitskontext nichts zu suchen. Wir versuchen uns auf der Sachebene zu begegnen, auf der Sachebene zu diskutieren, aufgabenbezogene Führung zu machen und so weiter. Aber ganz häufig wird versucht, dieses Thema Emotionen irgendwie so ein bisschen wegzuschieben. Und die Idee ist, das gehört nicht, dass es irgendwie was Privates, das gehört eigentlich nicht in den Arbeitskontext. Und aus meiner Sicht ist das ein ganz zentraler Knackpunkt für den Umgang mit Veränderungen. Denn erstens, glaube ich, ist es überhaupt nicht möglich, diese Emotionen mal so wegzusperren. Die suchen sich ihren Weg. Wir sind ja emotionale Wesen und alles, was wir tun, ist auch mit Emotionen verbunden. Und gerade wenn es um Veränderungen geht, ich glaube, auch da kommt viel von dieser Starre und von der Unfähigkeit, sich zu verändern, ist, weil wir Angst haben vor negativen Emotionen, die vielleicht damit zusammenhängen oder die vielleicht bei anderen dadurch ausgelöst werden. Und ich glaube, wenn wir es alle schaffen, einen besseren Zugang zu unseren Emotionen zu haben, auch im Arbeitskontext damit umzugehen, selber erstmal zu spüren, was nehme ich denn gerade bei mir wahr, das mit anderen zu teilen oder auch natürlich andere dabei zu begleiten, gerade als Führungskräfte und nachzufragen und Raum zu geben für Emotionen. Ich glaube, dann ist die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit für Veränderungen um einiges höher. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das konnten übrigens unsere internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich besser. Sie sind alle sehr emotional und können das auch ausdrücken. Das war sehr spannend. Ja, was meinst du denn, warum ist Personalarbeit gerade in Krisenarbeit, in Krisenzeiten so wichtig? Ja, ich glaube, am Ende Personalarbeit, wenn Sie als Führungskraft oder im Personalbereich oder beides unterwegs sind, dann wissen Sie ja schon, wie man mit Menschen umgehen kann und was wichtig ist in Bezug auf Beziehung gestalten zu Menschen und so weiter. Das heißt also, Sie sind eigentlich diejenigen, die mit den Menschen können. Und ich glaube, gerade das sind super wichtige Fähigkeiten in Krisen. Gerade da geht es darum, die Beziehung zu Menschen noch zu intensivieren, Verbindungen zu schaffen, Perspektive zu wechseln, Empathie zu zeigen. Und all das sind so Themen, die zentral sind im Kontext der Personalarbeit. Und ich glaube deswegen, ja, wie eben schon gesagt, kommt der Personalarbeit ein ganz zentraler Hebel zu in solchen Krisenzeiten. Und gerade hier liegt eine große Chance, in die Verantwortung zu gehen. Und ja, dazu beizutragen, dass einzelne, aber auch Teams und Organisationen konstruktiv mit solchen Krisen umgehen können. Das habe ich jetzt gerade noch vergessen zu erwähnen. Die Arbeit mit den internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sind übrigens in der Digitalisierung trotz ihres wahnsinnig fragilen Umfelds deutlich weiter als wir. Das war unglaublich, wie technikaffin die alle sind, dass man zwischenzeitlich in Online-Modulen super gut arbeiten konnte. Das war alles überhaupt kein Thema. Wahrscheinlich muss bei uns der Leidensdruck noch etwas steigen. Dann klappt das auch. Franziska, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Franziska oder mir noch Fragen zu stellen. Meine Kolleginnen gehen mit Mikros rum. Trauen Sie sich. Man sieht immer so schlecht, ob sich jemand meldet. Fragen zum Coaching, Fragen zu New Work, zu dem neuen Studiengang. Sehen Sie jemanden, es blendet immer so. Okay, wenn es keine Fragen gibt, ist es auch total fein, würde ich sagen. Nein, kein Problem. Dann gibt es noch eine kleine Pause, bis die nächste Runde losgeht. Herzlichen Dank, schön, dass Sie dabei waren. Viel Spaß weiterhin. Ja, vielen Dank. Und wir stehen hier noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Erstens. Abstrakte und groß aufgeladene Föderalismusdebatten kosten viel Zeit, Ressourcen und haben nicht immer Fortschritt gebracht. Die Föderalismuskommission 1 mit der Neujustierung von Zuständigkeiten war am Ende auch ein Aushandlungsdeal, wo in der Schlussrunde zum Beispiel dann noch schnell der Strafvollzug an die Länder geschenkt wurde, sodass wir jetzt 16 unterschiedliche Strafvollzugsgesetze haben. Ob das so ein großer Fortschritt ist, weiß ich nicht. Föderalismuskommission 2, damals war ich Haushaltsdirektor in Bremen, für uns in Bremen war das eine Überlebensfrage, hat immerhin dafür gesorgt, dass die schwierige Frage des Länderfinanzausgleichs geregelt wurde und die Debatte zwar immer noch mal wieder aufflammt, aber doch lange in der Schublade verschwunden ist. In der Vorbereitung für diese Veranstaltung habe ich was gelesen vom Föderalismusdialog, der im Bundeskoalitionsvertrag stehen soll. Ich habe davon bisher nichts mitgekriegt und das ist auch gut so. Zweitens. In der Krise hat sich der Föderalismus meines Erachtens bewährt, gerade bei Corona. Ich habe an allen MPKs zu Corona teilgenommen und als Hamburger MPK-Vorsitz auch viele der Beschlussvorschläge mitformuliert. Niemand wusste, was da passiert, wohin die Reise geht, wie lange es dauert. Wir hatten im wortwörtlichen Sinne keine Rezepte. Wir haben uns beraten lassen, wir haben miteinander diskutiert, wir haben ausgehandelt. Wir hatten keine Order aus Paris. Immer gab es eine Einigung, manchmal auch nachts, was dann nicht immer zu klugen Ergebnissen geführt hat. Ich erinnere an die Osterruhe, aber im Großen und Ganzen sind wir meines Erachtens gut durch die Krise gekommen. Die Fragen, ob die Baumärkte in dem einen Land aufbauen, in dem anderen zu waren, im Ergebnis egal. Schwierig wird es dann und wurde es dann, als sich andere Debatten reingemogelt haben, etwa die Kanzlerkandidatenfrage bei der CDU oder wenn Gesundheitsminister, ich benutze bewusst den Plural, über Talkshows verkündeten, was gelten sollte, also gerade dann, wenn der Aushandlungsmechanismus nicht funktioniert hat. Das war aber kein Problem des Föderalismus, sondern eher der Akteure. Drittens. Wir sollten den Föderalismus nicht immer danach diskutieren, wie es uns gerade passt. An einigen Stellen tut Rückbesinnung auf die Aufgaben- und Kompetenzverteilung Not. Insbesondere im letzten Jahrzehnt hat sich eingebürgert, dass der Bund gerne in allen Fragen mitsprechen möchte. Bis hin zur Schulpolitik, wo die Länder dann besonders aufgeregt werden. Der Streit auf der vorletzten MPK zur Flüchtlingsfinanzierung ist nicht nur wegen des Geldes eskaliert, sondern auch, weil die Länder das Gefühl hatten, der Bund wollte ihnen sagen, wie sie ihre Hausaufgaben zu machen hätten. Deswegen muss man manchmal auch ein Stoppzeichen hochhalten. Hamburg ist seinerzeit vor dem Verfassungsgericht gegen das Betreuungsgeld vorgegangen, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir kostenlose Kitas machen, damit alle kommen, damit alle Kinder Deutsch lernen. Und der Bund kommt und verspricht den Müttern Geld, wenn sie sie zu Hause lassen. Das Verfassungsgericht ist dem zum Glück gefolgt. Das war also keine reine Zuständigkeitsdiskussion, sondern eine richtig fachliche Auseinandersetzung. Wir haben auch vielfach das Problem, dass wir auf Bundesebene große Programme starten, die gut sind, deren Finanzierung aber nach einigen Jahren ausläuft. Und dann stehen Länder und Kommunen da mit eingestellten Personal und aufgebauten Strukturen und wissen nicht, wie sie es weiterfinanzieren sollen. Aktuellstes Beispiel die Sprachförderung in den Kitas. Und ich hoffe, dass das Deutschland-Ticket nicht zu so einem Beispiel wird. Aber, ernst, keine Sorge, für die Länder heißt das umgekehrt. Wir können aber auch nicht bei jedem Thema nach Finanzierung durch den Bund rufen. Da spielt nur denen in die Hände, die völlig unverantwortlich und ich sage das ausdrücklich und undifferenziert die Länder als Wegelagerer bezeichnen. Viertens. Soll also alles so bleiben, wie es ist? Und wir brauchen nur eine Rückbesinnung auf den puren Föderalismus und die Aufgabenverteilung des Grundgesetzes? Nein. Es gab und gibt Aufgaben, die haben eine Dimension, die schaffen wir als Gesamtstaat nur gemeinsam. Als gemeinsame Kraftanstrengung, auch dann, wenn Länder und kommunale Kompetenzen betroffen sind, weil es einzelne Länder und Kommunen sonst überfordert. Beispiele gibt es zahlreiche. Die Bewältigung der Aufnahme von Geflüchteten in unserem Land, in Hamburg, im Moment über 50.000 in öffentlicher Unterbringung, 8.000 neue Kinder in Kitas und Schulen. Beim Klimawandel und bei der Mobilitätswende sind auch Kompetenzen von Ländern und Kommunen betroffen. Die Wärmeplanung, auch das Deutschland-Ticket nochmal und nicht zuletzt auch die Digitalisierung. Der Digitalpakt Schule ist dafür ein gutes Beispiel. Fünftens. Diese Aufgaben müssen Bund und Länder aber gemeinsam bestimmen, gemeinsam definieren und so aufstellen, dass es nicht nur Strohfeuer werden. Was meine ich damit? Es ist nicht gut, wenn großer Ehrgeiz entwickelt wird, Gesetzesvorhaben, das Infektionsschutzgesetz war ein solches Beispiel, so hinzutricksen, dass sie nur als Einspruchsgesetze durch den Bundesrat gelangen und man keine Zustimmung braucht. Gerade die jetzige Bundesregierung muss so viel Kraft auf die interne Einigung verwenden, dass man nicht auch noch die ganzen Aushandlungsprozesse mit den Ländern haben will. Aber eben gerade so etwas wie das Deutschland-Ticket bzw. den Umbau des ÖPNV muss man gemeinsam entwickeln, idealerweise bevor ein solches Modell nachts im Bundesgeralitionsausschuss aus der Tasche gezogen wird. Wenn Bund und Länder, ein Beispiel aus der letzten Woche von der MPK, gemeinsam zu der Erkenntnis kommen, dass wir unsere ausländerrechtlichen Verfahren und ihre Bearbeitung auf Vordermann bringen müssen, dann dürfen wir nicht lange Listen von Forderungen an den jeweils anderen aufstellen, sondern dann müssen Bundesministerien und Praktiker und Praktikerinnen aus Bund, Ländern und möglichst auch aus den Kommunen gemeinsam an vernünftigen Lösungen arbeiten. Sechstens. Gibt es Beispiele dafür, dass das gelingen kann? Ja, und vielleicht macht das den einen oder die andere überraschen. Aus meiner Sicht ist einer für alle ein Beispiel dafür. Der IT-Planungsrat und der Chef des Kanzleramtes saßen zusammen und waren sich einig, dass OZG nicht heißen kann, dass 16.000 Kommunen ihre eigenen Verfahren entwickeln. Gemeinsam haben wir einer für alle entwickelt, gemeinsam haben wir die Gunst der Stunde, nämlich das Konjunkturprogramm des Bundes genutzt und über die Ressourcen alle motiviert, geschubst, gedrängelt und dazu bekommen, dass sie mitmachen und Verantwortung übernehmen. Immer, wenn jemand aus der Reihe scheren und einer für alle grundsätzlich in Frage stellen wollte, konnten wir sagen, wollt ihr die gemeinsame Finanzierung gefährden? Wollt ihr den gemeinsamen Weg verlassen? Hätte es schneller gehen können? Ja. Haben alle ihre übernommenen Hausaufgaben erledigt? Leider nein. Ist OZG und einer für alle ein umfassender Erfolg? Nein. Aber wir sind erheblich vorangekommen, viel weiter, als wir damals befürchten mussten. Und wir haben gelernt, ohne die verabredete Arbeitsteilung schaffen wir keine flächendeckende Digitalisierung. Gerade den Kommunen müssen wir fertige Lösungen auf dem Silbertablett präsentieren, denn sonst können sie es nicht schaffen. Wir haben intern den Mindset geändert, dass es durchaus denkbar ist, dass Hamburger Verwaltungen, obwohl ja bei uns alles besonders und immer besser und so weiter ist, auch nach gleichen Verfahren arbeiten können wie München. Auch wenn das bekanntlich in Bayern liegt und für gestandene Hanseaten eine ziemliche Herausforderung darstellt. Und allen ist klar geworden, wir brauchen keine fünf bis sieben unterschiedlichen Fachverfahren für Aufgaben, die im Prinzip überall gleich sind. Aber wir dürfen auch nicht abhängig oder noch abhängiger werden, weder von Monopolanbietern noch von kleinen Verfahrensherstellern, die ganze Verwaltungsbereiche mitreißen, wenn sie in die Knie gehen oder das Innovationstempo nicht mithalten können. Siebtens. Bei der Digitalisierung kommen wir also nicht weiter mit Föderalismus pur. Verwaltung ist Ländersache, Digitalisierung ist Vollzug. Also soll sich der Bund aus allem heraushalten? Das wird uns auf keinen Fall voranbringen. Daher kann ich nur dringend davor warnen, beim OZG 2.0 jetzt verfassungsrechtliche Kompetenzbedenken zu erheben. Dann darf man sich nicht wundern, wenn Haushaltspolitiker des Bundes das als willkommenes Argument nutzen, um sich aus Finanzierungszusagen wieder herauszuwinden. Bei der Digitalisierung brauchen wir den kooperativen Föderalismus. Wir müssen uns gemeinsam auf Standards verständigen, die bundesweit gelten. Wir müssen gemeinsam eine Architektur entwickeln, die Grundlage für die Interoperabilität unserer Verfahren ist und die die Bürgerinnen und Bürger davon frei hält, wissen zu müssen, wer eigentlich für welche Verwaltungsleistung zuständig ist. Wäre es dann nicht einfacher, wenn der Bund alles vorgeben würde? Vielleicht ist das verlockend. Aber erinnern wir uns mal an Corona. Für alle MPK-Teilnehmer heißt das Reizwort SORMAS. Das sollte die Lösung sein gegen Fax- und Excel-Listen in den Gesundheitsämtern. Man muss nur das Programm des Bundes nehmen und alles wird gut. Und in der Realität, hinter den Kulissen stritten sich RKI, Ministerium und Helmholtz. Vieles war offen, entscheidende Rahmenbedingungen waren nicht geklärt. Es ging nicht voran, trotz allem politischen Druck. Die Digitalisierung unserer Gesundheitsämter in Hamburg haben wir nicht durch ein zentral vorgegebenes Bundesprogramm, sondern durch ein in der Krise agil von IT-Lern und engagierten Fachleuten aus dem Gesundheitsamt in wenigen Wochen aus vorhandenen Komponenten entwickeltes Verfahren vorangebracht. Achtens. In der Digitalisierung haben wir ein Instrument des kooperativen Föderalismus, den IT-Planungsrat. Oft gescholten, aber gerade in den letzten Jahren haben wir viel bewegt. Wir haben uns strategischer aufgestellt, gemeinsam mit Akteuren in Bund, Ländern und Kommunen, um uns nicht in technischen Detailfragen zu verlieren, sondern die großen Linien zu verabreden und die strategischen Ziele zu definieren. Wir haben dafür gesorgt, dass die Digitalisierung regelmäßig auf dem Tisch der Regierungschefin und Regierungschefs des Bundes und der Länder liegt und unsere Anliegen im Bundeskoalitionsvertrag untergebracht. Im IT-Planungsrat sind wir zur Zusammenarbeit verdammt. Wir haben gemeinsame Ziele, weil wir sie gemeinsam entwickeln, weil wir Strategie und Umsetzung, Standards und Rahmenbedingungen und alle Ebenen der staatlichen Verwaltung im Blick haben. Wir sind die Treiber der Digitalisierung, übergreifend, aber auch dezentral innerhalb unserer eigenen Länder und Institutionen. Neuntens. Kommt das von alleine und ist also alles gut? Nein. Zum einen brauchen wir den unbedingten Willen, das Commitment, die Management-Attention. Digitalisierung muss Chefin und Chefsache sein. Das ist sie noch nicht überall und nicht ausreichend. Aber niemand möchte mit seinem oder ihrem Land Schlusslicht beim OZG sein. Allein das hat schon geholfen. Zum Zweiten, und das scheint mir noch wichtiger zu sein, wir, alle Ebenen der staatlichen Verwaltung, dürfen uns das Leben nicht schwerer machen als nötig. Es ist absolut absurd, dass die FITCO-Präsidentin einen Großteil ihrer Arbeitszeit darauf verschwenden musste, Stellenanteile oder Eingruppierungen zu erläutern, der Wirtschaftsplan x Gremien durchlaufen muss und wir durch selbstgemachte Bürokratie uns lahmlegen lassen. Als Mitglied der AG Digitalisierung beim Koalitionsvertrag war einer der wichtigsten Sätze für mich, dass die FITCO ein Globalbudget bekommen und flexibel wirtschaften können muss. Das sei doch zu detailliert, das ist doch Arbeitsebene, das ist doch nicht Koalitionsvertrag, hieß es. Doch, das sind im wahren Alltag die Hauptbremser der Digitalisierung. Daher bin ich froh über erste Schritte und hoffe eine möglichst zügige, mutige und weitgehende Reform des FITCO-Staatsvertrags. Wir müssen IT-Planungsrat und FITCO also machen lassen. Zehnten und letztens. Wenn Deutschland in der Digitalisierung vorankommen will, wenn wir aufholen wollen vom unteren Mittelfeld in Europa, dann brauchen wir Verlässlichkeit. Die aufgrund der aktuellen Haushaltslage unsichere Finanzierung der abschließenden OZG-Umsetzung und der Registermodalisierung sind Gift für diesen Aufholprozess. Es passt nicht zueinander, wenn man in der Zeitung liest, wie viele neue Stellen in Bundesbehörden für alles Mögliche geschaffen werden, aber ausgerechnet bei der Digitalisierung die Einsparungen für den Bundeshaushalt realisiert werden sollen. Bund und Länder müssen verstehen, dass Digitalisierung kein Luxus, kein verzichtbarer Spielkram ist, sondern dass wir unsere Aufgaben zumal im Zeitalter des Fachkräftemangels nur dann erbringen werden können, wenn unsere Verfahren schlanker, schneller und digitaler werden. Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, Deutschlandgeschwindigkeit, das wird auch nur funktionieren, wenn wir bei der Digitalisierung zwei Schippen drauflegen und nicht, wenn wir Stopp- oder Verunsicherungssignale aussenden. Der Erfolg der Digitalisierung, das ist meine feste Überzeugung, hängt allerdings auch davon ab, ob alle Fachpolitiker und Fachpolitikerinnen verstehen, dass Digitalisierung keine Aufgabe ist, die man an die Digitalressorts, den IT-Planungsrat oder die IT-Dienstleister delegieren kann. Es ist ureigenste Fachaufgabe, Digitalisierung geht uns alle an. Das neue Wohngeld kann trotz schöner Online-Verfahren nicht schneller gehen, wenn wir von jedem Antragsteller verlangen, die Kontoauszüge der letzten drei Monate hochzuladen und vorzulegen. Der Föderalismus, ich komme zum Schluss, ist eine Grundfeste unseres Staates. Wir müssen und wir können gut damit leben. Entscheidend ist, was wir selbst daraus machen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Parksen. Jetzt wollen wir mal den Ritt machen, in dieser Runde ein Stück in die Diskussion zu kommen. Frau Professor Christina Sinemus, Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung in Hessen. Wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, habe ich mir zwei oder drei Dinge aufgeschrieben, gemeinsam vernünftige Lösungen finden und sowas wie kooperativer Föderalismus. Sind das die Begriffe, hinter denen oder hinter die Sie sich auch stellen können? Also das eine und das andere ist ja mehr oder weniger eine Erklärung von den gegenseitigen Begrifflichkeiten. Ich finde diese Überschrift kooperativer Föderalismus eine sehr gute und glaube auch, dass man anhand dessen, wie in den letzten Jahren OZG umgesetzt wurde und der IT-Planungsrat mehr als Klammer unterwegs war, kann man das ganz gut ausdeuten. Denn wir haben einerseits das EFA-Prinzip und wir haben zum Zweiten mit dem EFA-Prinzip auch die Nachnutzungsmöglichkeiten in den Ländern. Das ist ein Stück weit kooperativer Föderalismus, weil gemeinsam in der Aufgabenverteilung werden einzelne digitale Prozesse bei einem mit der Themenführerschaft entwickelt und den anderen dann zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt. Das halte ich für den richtigen Weg, weil wir damit am Ende des Tages ein Stück weit Standardisierung und Effektivierung der Prozesse hinbekommen. Dennoch ist und bleibt das Thema Föderalismus ja kein leichtes, weil wir müssen das ja über den Bund und die Länder und dann auch die Kommunen mitnehmen. Und da muss man halt auch überlegen, wie schaffe ich es, die Kommunen mitzunehmen. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen, damit es nicht so ganz abstrakt bleibt. Als ich das Vergnügen hatte, diesen Digitalbereich in Hessen neu aufzubauen und von außen kommend mal da drauf geguckt habe, habe ich gesagt, pass mal auf, wir werden das jetzt so machen, dass alle Kommunen eine von uns einlizenzierte, standardisierte Software zur Verfügung gestellt bekommen und auf der sollen sie dann bitte ihre Leistungen machen. Da gab es erst mal ganz großes Geschrei, möchte ich mal so formulieren. Nach einem Jahr hatten wir aber alle Kommunen so weit, dass sie diese Plattform genutzt haben und das hat uns jetzt geholfen, um die Prozesse sozusagen zu parallelisieren. Und zum Zweiten, von wegen kooperativer Förderalismus, haben wir dann ein weiteres Förderprogramm auf den Weg gebracht und haben gesagt, ihr bekommt in euren Kommunen ganz viel Geld, wenn ihr interkommunale Zusammenarbeit lebt. Das heißt, ihr stellt bitte Projektanträge für interkommunale Zusammenarbeit, aber es bekommt immer nur einer, der die Idee hatte, das Geld in der interkommunalen Zusammenarbeit. Aber die Aufgabe ist es dann, die Projekte allen anderen als erfahrungswert zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Piloten, Modellprojekte, Nachahmen. Und das, denke ich, ist das Prinzip EVA und Nachnutzung auf kommunaler Ebene gedacht. Und das halte ich für den richtigen Weg. Dennoch werden wir, letzter Satz dazu, dann immer wieder auch an die konkreten Probleme vor Ort gelangen. Unterschiedliche Fachverfahren, unterschiedliche IT-Infrastruktur, Flächenländer und Stadtstaaten sind da an manchen Stellen anders unterwegs. Und deswegen geht am Ende des Tages eine kooperative Föderalismus nur, wenn man konstruktiv in einen Dialog miteinander geht und dann auch bereit dazu ist, an mancher Stelle auch mal sozusagen zurückzustehen. Und ist das jetzt eine böse Frage, wenn ich dann nach Geschwindigkeit frage und sage, kriegen wir die Geschwindigkeit, die wir brauchen und wir brauchen Geschwindigkeit, kriegen wir die mit diesem System oder sagen Sie alles andere, so habe ich Herrn Perksen auch verstanden, ist illusorisch, weil wir jetzt nicht auch noch nicht andere... Also, wenn ich einmal in so einem System der Verzahnung anfange, da muss ich es auch konsequent weiter umsetzen. Wenn ich mittendrin, das ist wie so ein Zahnrad, ja, wenn ich sage, ich will jetzt drei Zahnräder ineinander drehen und zwischendurch sage, ach, die haben so eine kleine Unwucht miteinander, dann fangen wir mal wieder neu anzubauen, dann funktioniert das nicht, weil bis ich die neue Maschine erfunden habe, habe ich es schon an der anderen Ecke schon dreimal umgesetzt. Da muss ich eben ein bisschen Öl reingießen, damit die Räder wieder besser miteinander agieren und dann funktioniert es. Über Geld reden wir gleich noch, Stichwort Öl. Herr Bürger, wenn ich Sie jetzt noch mal frage, aus Bundessicht, wo wünschten Sie sich denn? Ja, mehr Kooperation oder sagen Sie, wir sind in diesen Begrifflichkeiten, die wir hier gerade diskutieren, schon ausreichend gut aufgestellt? Ich weiß ja, dass Sie auch ein ungeduldiger Mensch sind und gelegentlich sagen, ein bisschen schneller könnte es schon gehen, oder? Ja, das natürlich immer, aber ich fange jetzt mal dabei an. Ich bin, natürlich kann man über Staatsprinzipien und Staatsorganisationen auch immer wieder mal und auch zutreffend diskutieren. Ich glaube, das müssen wir auch machen, aber ich bin ganz bei Jan Pörksen, so eine theoretisch angestoßene Föderalismusdebatte, wird, glaube ich, nichts bringen. Das ist auch meine Überzeugung. Aber natürlich ist, wir merken das bei Registermodernisierung, wir merken das beim OZG, beim OZG ist es ja so, da werden wahnsinnig viele Forderungen an den Bund gestellt, aber wir haben natürlich eindeutige verfassungsrechtliche Limits. Wir können nicht jeden Traum wahr werden lassen durch eine gesetzliche Regelung, das ist einfach nur mal so. Und wir stoßen auch an anderen Stellen an Grenzen. Was meine ich aber damit? Wir haben uns in der Tat gemeinsam auf den Weg gemacht, ob das das EFA-Modell ist, OZG-Umsetzung, Registermodernisierung etc. pp. Wir haben angefangen, staatspragmatisch Dinge zu bauen und umzusetzen, um einen Erfolg zu generieren, aber auf dem Weg dahin stellen wir durchaus das eine oder andere fest, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, das kann man auch mal eines Tages einsammeln und korrigieren. Ich gebe mal Beispiele. Wenn jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf so eine Art Kundenorientierung Kommunen freiwillig sagen, es macht keinen Sinn, dass ich diese oder jene Auftragsangelegenheit oder diese Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung in Zukunft weiter bei mir mache, die kann man aber auch gerne woanders zentral, digital abwickeln, dann sollten wir uns, glaube ich, konstruktiv mit solchen Ideen einfach mal beschäftigen. Warum meine ich das? Erstens, häufig sind Aufgabenerledigungen vor Ort, haben kaum noch Ermessensentscheidungen, sondern es sind einfach regelbasierte Verfahren, die man auch vollständig digital machen kann. Und die kann man natürlich zentral oder plattformbasiert an einer Stelle organisieren. Und mit zentral meine ich, ganz wichtiger Satz jetzt, zentral heißt nicht, der Bund muss es machen. Und das verstehe ich auch unter kooperativen Föderalismus. Zentral kann wunderbar sein, die Länder machen es gemeinsam. Muss gar nicht der Bund gar keine Rolle spielen, gerne, aber muss gar nicht. Also ich meine nur, zentral heißt gerne kooperativ oder gemeinsam. Und da gibt es ja auch gute Beispiele, die FITCO ist dafür gegründet worden, GAF Digital ist dafür gegründet worden. Aber wenn eben zum Beispiel bewusst die Kommunen sagen, die Kraftfahrzeugzulassung in Deutschland in 400 Landkreisen zu organisieren und wir machen alle das Gleiche, macht keinen Sinn, das kann man einfach wunderbar gemeinsam oder kooperativ und zentral an anderer Stelle gemeinsam abwickeln. Ich glaube, das stimmt auch. Das wäre auch effizient. Dann sollte man sich dem nicht verschließen. Dann sollte man das ausprobieren. Das bedeutet aber am Ende des Tages natürlich Verfassungsänderung. Ich würde nie so weit gehen, dass sich dadurch den Föderalismus infrage stellen. Ich würde nicht so weit gehen, dass man die Staatsorganisation im Grundsatz infrage stellt. Aber es war immer schon so, dass technische Möglichkeiten und Technik auch immer Organisationsformen ein Stück weit mitbestimmt haben. Natürlich bieten Kommunikationsmöglichkeiten und technische Möglichkeiten auch andere Möglichkeiten für Organisationen. Und dass wir die natürlich mal zwischendurch auf den Prüfstand stellen müssen, wenn wir einen effizienten, gut funktionierenden Staat haben wollen, ist, glaube ich, auch sehr normal. Aber ich bleibe da auch bei. Wir kennen uns alle gut untereinander und ich bin da auch bei Frau Sinemus. Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht. Lassen uns den weitergehen. Wenn wir auf dem Weg unüberwindbare Hindernisse feststellen, die den Rechtsrahmen betreffen, dann können wir uns das angucken und vielleicht dann unaufgeregt gemeinsam korrigieren, wenn wir den Eindruck haben, das müsste sein. Dankeschön. Herr Fehrenkotte, ich hätte fast gesagt, Sie müssen das alles erdulden und erleiden, was dabei rauskommt. Oder bin ich jetzt zu forsch? Also ich bin ja prinzipiell der Auffassung, dass es immer nur darauf ankommt, was hinten rauskommt. Und ich bin immer ein Vertreter für Pragmatismus. Das gehört zu meiner Rolle und Aufgabe als Chef einer umsetzenden Bundesbehörde, die viel Erfahrung hat, auch in der Bund-Länder-Kooperation. Das sind auch gute Dinge. Also Registermodernisierung hat der Bürger schon erwähnt. Das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Gucke Richtung Hamburg. Also wir sind da wirklich auf gutem Weg. Also es funktioniert mit dem gemeinsamen Geist. Nur man muss sehen, den Pragmatismus muss man ein Stück radikaler sehen. Das heißt, wir müssen uns darüber unterhalten, was wir gemeinschaftlich machen wollen. Und da bin ich bei Ihnen. Das hessische Beispiel fand ich schön. Man muss das auch fördern. Wenn man gemeinsame Standards haben will, muss man ein Stück rein investieren. So wie Sie es bei den Kommunen gemacht haben. Das ist dieser gemeinsame Schmierstoff, den Sie, glaube ich, gemeint haben. Damit das alle machen. Wenn das dann da ist, funktioniert vieles dann einfacher. Also ein Appell an gemeinsame Standards bringt nichts. Entweder man macht es rechtlich oder man macht es ein bisschen mit Förderung. Anders funktioniert es nicht. Und das ist dann eine gewisse Basis. Und man muss als Zweites sehen, dass man einfach ein Stück professionell mit den Dingen umgeht. Man kann in diesem Bereich nicht immer nur nach Zuständigkeiten gucken. Sondern man muss bereit sein, auch ein Stück zu verzichten. Darf ich mal kurz dazwischen gehen? Professionell heißt? Professionell heißt? Professionell heißt, da bin ich hier bei Intui, Projektmanagement. Also man kann Projekte nicht so machen, wie die heute immer noch gemacht werden. Dass man irgendwelche Leute in den Bundes- und Landesministerien, passiert bei Ihnen ja zunehmend nicht mehr. Aber bei anderen durchaus viel. Damit beauftragt, so etwas in Nebenaufgabe zu machen. Das ist total unprofessionell. Die Industrie macht das nicht so. Wir machen es in der öffentlichen Hand immer noch. Man wundert sich dann, dass Projekte nichts werden. Sind halt nicht professionell organisiert. Muss man ganz ehrlich sagen. Also Pragmatismus muss man ein Stück real sein. Und bei der Frage der Gemeinsamkeit muss man, letzter Punkt, realistisch sein. Ich bin großer Anhänger von einer für alle Prinzip, den man vereinbart hat. Aber man muss auch Grenzen sehen. Und die Grenzen sind auch da. Ich glaube, Sie haben das gesagt für Hamburg. Es gibt bestimmte Negativbeispiele. Sie haben das Traumata aus dem Gesundheitsbereich ja genannt. Und das ist genau so, wie man es nicht machen soll. Es ist nicht so, dass der Bund die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, bis zum letzten Bit, bis zur letzten Anwendung. Das kann nicht funktionieren. Sondern man muss sich über die Standards, über Schnittstellen unterhalten. Und damit hat man auch schon viel erreicht. Man kann nicht überall einer für alle machen. In bestimmten grundsätzlichen, querschnittlichen Dingen schon, aber sonst nicht. Also viel Pragmatismus. Aber den Pragmatismus realistischer und radikaler und dann professioneller umsetzen. Das ist mein Tipp. Und ich glaube, dann gelingt auch relativ viel. Also unsere Erfahrung in vielen Bund-Länder-Projekten ist, dass wenn man sich darüber unterhält, was man machen will, sich über Ziele unterhält, das wollen wir erreichen, man ganz schnell zusammenkommt. Herr Ruge, für den Landkreistag, also für die weitere Ebene, die wir in Deutschland eben auch haben, wenn Sie jetzt die Debatte auf sich wirken lassen, fallen Sie da hinten rüber oder sitzen Sie am Katzentisch oder wo sitzen Sie? Ach, also wir sitzen da nicht am Katzentisch. Ich bin ja ein bisschen überrascht, das ist ja eine Föderalismus-Debatte und die ist hier zusammengesurrt auf Kfz-Wesen standardisieren oder sowas ähnliches, wenn wir etwas bösartig sind. Also ich würde zunächst mal mich an die Seite der Länder stellen und sagen, Föderalismus hat sich bewährt. Diese Strukturen in diesem Land sind gut. Die haben sich sogar bei solchen Dingen wie Finanzkrise bewährt. Wenn man sich die Sparkassen anguckt, die haben die Finanzierung des Mittelstandes sichergestellt. Das sind kommunal getragene Finanzinstitutionen. Die haben sich bewährt beim Katastrophenschutz. Es gibt den einen oder anderen Ausreißer, aber sie haben sich bewährt bei jedem einzelnen Waldbrand. Sie haben sich dem Grunde nach bewährt und wir brauchen Weiterentwicklung im Sinne kooperativer Dinge. Das machen wir mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie haben sich bewährt, das ist erwähnt worden, bei Corona. Wir sind in Europa vergleichsweise gut durchgekommen, weil ortsangemessene Lösungen gefunden worden sind. Erste Feststellung. Zweite, kommunale Ebene ist hier auf Kreisebene die homogenste und diejenige, die Verwaltungskraft und Bürgernähe verbindet, die die Bevölkerung einbindet, die in der Lage ist, Verwaltung zu gewährleisten. Also insofern kein Katzentisch, sondern ich glaube, wir tragen in vielfältiger Weise dessen, was da passiert und was in dieser Republik läuft an der Stelle. Wenn wir jetzt runterbrechen, und das ist ja hier geschehen im Bereich der Digitalisierung, einer für alle und wie machen wir das alles, dann ist das alles mühsam. Ich bin seit der Gründung des IT-Planungsrates bis Anfang des Jahres Mitglied gewesen. Herr Pörksen hat das nett formuliert. Da haben wir erhebliche Reibungsverluste. Das muss man mal realistisch sagen. Und zwar, wie immer, weil wir, das, was Herr Fehrenkottes zu Recht gesagt hat, wenn wir Standards setzen müssen, müssen wir es auch mal tun, weil wir zu wenig Standards gesetzt haben. Weil wir, darüber ist gesprochen worden, Schmiermittel, weil wir das nicht ausfinanziert gemacht haben und immer irgendwelche Renditen erwartet haben. Dafür braucht man Geld für Digitalisierung. Erst recht, wenn, was Verwaltung immer machen muss, der blöde analoge Weg immer noch aufrechterhalten werden muss. Also insofern muss man da einfach realistisch sein. Und ansonsten erwarten wir, und dann bin ich auch wieder bei Herrn Pörksen, wenn wir die Zuständigkeiten bewahren, erwarten wir vom Bund Register Modernisierung, dann erwarten wir Basiskomponenten wie Payment und eine E-Identität. Und gut ist es an der Stelle. Das fordern wir immer wieder ein. Wir würden da mehr Mitsprache im Digitalbereich uns wünschen. Aber dem Grunde nach funktioniert das System. Die Ergebnisse im Bereich Digitalisierung sind grottig, weil wir keine Infrastruktur haben, da sind wir die Vorletzten in Europa, weil wir kein Bewusstsein in Führungsetagen an der Stelle gehabt haben und weil wir Verbindlichkeit und finanzielle Ressourcen nicht sachgerecht zur Verfügung gestellt haben. Sonst alles gut. Herr Bürger, hatten Sie vorhin einen Widerspruch oder habe ich den falsch interpretiert? Wenn ja, dann lassen Sie uns teilhaben. Also ich würde es ein bisschen relativieren. Wir haben jetzt mehrere Krisen. Also Krise ist ja das neue Normal. Wir hatten die Finanzkrise, wir hatten Flüchtlingskrise 1, Flüchtlingskrise 2. Wenn Sie ein bisschen leiser sind, ist es etwas einfacher für uns zu diskutieren. Nur mal am Rande. Pardon. Wir hatten die Ahrflutkatastrophe und wir hatten die Pandemie, um es mal Beispiele zu nennen. Ob die jetzt alle so super gut funktioniert haben, ganz ehrlich, da würde ich das an der einen oder anderen Stelle echt mal ein Fragezeichen machen. Ich würde als allererstes feststellen, was in diesem Land einfach wunderbar funktioniert, ist eine enorm leistungsbereite Zivilgesellschaft, eine Bevölkerung, die wahnsinnig viel leistet. Aber Staat und Verwaltung hätte ich an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, besser mir gewünscht. Warum? Wir können nicht schnell genug skalieren in solchen Notsituationen. Und das liegt einfach daran, es fehlt digitale Infrastruktur. Wir können nicht schnell genug Systeme hochfahren. Wir haben kein intelligentes Datenmanagement. Wir müssen alles blöd einsammeln, in Zetteln und so weiter. Ganz ehrlich, Kai, bei aller Wertschätzung, da kann man nicht einfach sagen, das hat alles gut funktioniert. Also der Regelbetrieb der deutschen Verwaltung ist schon digital nicht optimal, aber in Krisensituationen kann man einfach nur froh sein, dass die Zivilgesellschaft, dass dieses Land einfach an sich wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Und deswegen würde ich auch sagen, nochmal klares Bekenntnis dafür, was ich eben gesagt habe, war vielleicht schon noch ein bisschen zu freundlich. Wir sollten gucken, dass wir in Deutschland für die Verwaltung digitale Infrastrukturen so aufbauen, standardisiert, dass man skalieren kann in dem Augenblick, wo man es braucht. Wir haben gute Beispiele gehabt, auch in der Pandemie, weil wir durch die OZG-Umsetzung die Möglichkeit hatten, Überbrückungshilfe, Entschädigung, Infektionsschutzgesetz, auch die 200-Euro-Einmalzahlung und so weiter. Wir haben auch in der Flüchtlingskrise gute Beispiele gehabt, weil wir schon angefangen haben, gut miteinander zu üben. Aber es sind alles Solitärbeispiele gewesen. Wir sind nicht auf standardisierten Plattformen, es muss ja nicht eine sein, der Staat verträgt auch gerne mehrere, aber die interoperabel sind. Darüber müssen wir ernsthaft reden und das ist ein Defizit, was wir bei aller Liebe auch zum IT-Planungsrat gemeinsam, was wir noch haben, was uns ein Stück weit hemmt. Entschuldigung. Das war nochmal ein bisschen leidenschaftlicher Widerspruch. Jetzt muss ich nicht die kritischen Fragen stellen, aber jetzt kommt Herr Kühn, der hat wahrscheinlich die ein oder andere, unterstelle ich mal, oder vom Normenkontrollrat. Also was würden Sie sich denn wünschen, um da ein bisschen Speed reinzukriegen? Ja, ich reagiere mal auf das, was schon gesagt wurde und will so ein paar Begriffe rausholen, die da schon gefallen sind und die nochmal im Kontext stellen. Herr Pörksen, in Ihrer Rede hatte ich vermutet, dass da ein Widerspruch drinsteckt, einerseits das EFA-Prinzip sozusagen hochzuhalten, einerseits sich über SORMAS zu beschweren, was eigentlich EFA hoch 10 ist und was nicht funktioniert hat. Wir haben was gehört über kooperativen Föderalismus, der aber dazu führt, beim OZG aus Sicht des Normenkontrollrats, dass eigentlich zu viel koordiniert wird. Also es gibt ein Overkill an Koordinierung, weil alles versucht wird, von oben oder in diesen Gremien irgendwie herbeizukoordinieren. Auch das EFA-Prinzip ist ein Koordinierungsmonstrum, weil versucht wird, das alles von der Verwaltung vorzugeben und in die Fläche zu bringen. Die These bei den Papieren des Normenkontrollrats, der hat sich viel mit Krisen beschäftigt, wir hatten die Flüchtlingskrise, wir hatten die Corona-Krise, da sind diese ganzen Probleme in diesem Föderalismus hochgekommen an den Schnittstellen. Also wenn es ebenenübergreifend sein soll, wenn es gebietskörperschaft übergreifend soll, wenn es schnell sein soll, das haben wir auch gerade gehört, skaliert nicht, in der Krise geht nicht schnell genug, Entscheidungen müssen immer kooperativ gefällt werden, weil es meistens nur mit Freiwilligkeit geht oder in einem Gremium, wo ganz viele mitreden müssen. Das hat eine stabilisierende Wirkung, das hilft uns an ganz vielen Stellen, aber wenn es darauf ankommt, wenn es schnell gehen muss, dann ist es zu langsam und bremst aus. Das heißt, das, was andere Länder mit einem Trendföderalismus haben, ja, jeder kann für sich und dann aber auch schnell entscheiden und machen, haben wir hier nicht. Wir sind zur Kooperation irgendwie verdammt. Und das irgendwie aufzudröseln ist, glaube ich, die Frage, die große Frage, was kann man unterhalb von FÖKOS 1, 2, 3 oder 10 irgendwie hinkriegen und dieser Begriff, manch einer hat es nicht so in den Mund genommen, aber es kommt so ein bisschen raus, wenn wir über Standardisierung reden, wenn wir über EFA-Basisinfrastrukturen reden, dieses, ist jetzt der technische Begriff, Government as a Platform, das kann man vielleicht auch anders übersetzen, gibt es noch keinen guten Begriff, aber das ist zumindest der Reformansatz, wenn man jetzt nach den Normenkontrollrat fragen würde, der da sich irgendwie festgesetzt hat, als das Mittel, um zu entscheiden, was muss vor der Klammer einheitlich gemacht werden, durch einen entschieden werden und nicht durch 16 und was kann dann dezentral, und das ist ja die Stärke des Föderalismus, dezentral schnell alleine entschieden werden, auf Basis dieser Grundstrukturen, der Plattform oder im Rahmen dieser Standards, die ordnungspolitisch vorgegeben werden von einen und das ist dann Subsidiaritätsprinzip, letzter Punkt, ein Pfund des Föderalismus, zu sagen, die Standards kann nicht ein Land setzen, das geht immer nur zusammen, aber der Bund könnte sie setzen oder eine Infrastruktur kann nur einer betreiben oder ein Konsortium, muss es dann aber auch entscheiden können, also das neu zu sortieren, was muss vor die Klammer, was muss aus einer Hand kommen, was kann dafür dann aber viel breiter, viel dezentraler darauf aufgesetzt werden, und Sommers ist das negative Beispiel dabei, und EFA entwickelt sich vielleicht in die Richtung, da sind wir ein bisschen skeptischer, das sind die Ansätze, die wir einbringen würden in die Debatte, zumindest ist das das, was der Normenkontrollrat gerade debattiert und vielleicht dazu sich auch noch äußern wird. Herr Kohlhardt, ich nehme Sie jetzt als jemand, der da von außen drauf schaut, deshalb dürfen Sie jetzt Ihre Rolle im freien Lauf lassen, bitteschön. Das ist wunderbar. Von draußen drauf geschaut sind mir an sich zwei Aspekte, einer wurde gerade eben genannt, das Thema Subsidiarität, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn ich mir das Thema OZG es ja schon mehrfach gefallen anschaue, dann ist das aus meiner Sicht genau anders gelebt worden, als man das hätte tun sollen, und an sich, als es gedacht ist, dass ich mir überlege, da wo das Problem ist oder wo die Herausforderung ist, da muss ich auch die Lösung finden, und das hat sich auch, finde ich, an vielen Ecken und Enden gezeigt, gerade aus Sicht der Wirtschaft kann es einen ja freuen, wenn man auf Landesebene irgendwelche Dinge baut, Portale schafft, Online-Dienste erstellt, und dann aber die Kommunen, weil es nicht den Anforderungen entspricht, nochmal sich selber auf den Weg begeben und sagen, ich beschaffe jetzt doch nochmal dies, das oder jenes, dann ist das aus Sicht der Wirtschaft vielleicht schön, aber es ist nicht zielführend, so, und ich glaube, da hat man meines Erachtens beim Thema OZG vergessen, die Kommunen rechtzeitig einzubinden und die Kommunen auch methodisch rechtzeitig einzubinden, im letzten Jahr ist aus meiner Sicht ganz viel auf die Kommunen aufgeprallt und man hat dann einfach schnell eine Lösung haben müssen, und wenn man das vielleicht mehr von unten gedacht hätte, wo die Herausforderung ist, glaube ich, hätte man, und im Sinne dessen, wie es sein soll, hätte man sicherlich schneller das Problem lösen können. Ein Satz vielleicht noch zu Eva, ich glaube auch da, der Ansatz ist natürlich aus Sicht des Steuerzahlers erstmal sinnvoll zu sagen, einer macht es für alle, was mich daran stört, ist, dass es einen sehr planwirtschaftlichen Charakter hat und das Thema Wettbewerb, oder Herr Pörksen, Sie sprachen ja davon, Unternehmen, oder es muss auch den Innovationsfortschritt mitmachen, da habe ich große Zweifel daran, wenn ich anfange, solche Dinge vorgegeben zu entwickeln und ich würde mir mehr wünschen, und da sind wir beim Thema Standards, dass wir wirklich uns auf Standards, wir vermischen oft Standards mit, da wird konkret eine Anwendung gebaut und das ist nicht richtig, sondern wir brauchen Standards, an denen sich dann auch die Wirtschaft, auch Unternehmen dann natürlich orientieren müssen oder die einhalten müssen, aber dann brauchen wir einen Wettbewerb, weil nur dann, da bin ich fest davon überzeugt, bekommen wir die besten Lösungen und nicht, wenn wir, wenn wir uns ein planwirtschaftliches, staatliches Handeln vorgeben. Die Interoperabilität ist der Begriff sicherlich da so. Jetzt, sorry dafür, dass Sie so lange warten mussten, Herr Thuy, sagen Sie noch mal jetzt auch aus Ihrer Sicht, die ich auch als denjenigen ansehe, der von draußen drauf schaut, welches Petitum haben Sie? Ja, ich komme auf Herrn Fehrwenkotter zurück, Projektmanagement würde eben in genau diesem Standard, das bietet das an, was gebraucht wird, wir haben ja Kommunikation, Sie hatten den Begriff des Schmiermittels genannt, es würde eben enorm weiterhelfen, wenn über Projektmanagementstrukturen nicht nur die Koordination zwischen den Ländern, sondern auch zwischen Ländern und Kommunen besser funktionieren würde, denn der Projektmanager würde ja in erster Linie mal die Aufgabe, also das Ziel wird ja von der Politik vorgegeben, aber dann würde er ja die Aufgabe insoweit aufarbeiten, würde alle Stakeholder, alle Beteiligten in so ein Boot holen und wenn er dann auch, wie das im klassischen Projektmanagement, im agilen Projektmanagement möglich ist, auch Zugriff auf alle Beteiligten hat, dann könnte er diese Interessen auch relativ gut von Anfang an bündeln und wir hätten nicht dieses für den Bürger manchmal leidige Hin und Her und Entwicklung von Doppelstandards und wir haben fünf oder sechs Plattformen für die gleiche Sache zur Lösung von manchmal ja auch vergleichsweise einfachen Problemen und diese gleiche Sprache kommt eben dann auch in einheitlichen Standards zustande und ich glaube, wir werden ja übermorgen die Vorstellung eines Standards noch miterleben dürfen, der im Bundesverwaltungsamt jetzt entwickelt worden ist und das ist in jedem Fall auch ein guter Ansatz, dass alle Beteiligten in der gleichen projektorientierten Sprache sprechen. Das widerspricht natürlich ein bisschen dem Hierarchieprinzip der Verwaltung, das ist ganz klar, aber es braucht eben von oben herweg das Verständnis, dass solche Dinge in Projekten organisiert sind, weil das Projekt ja auch den Vorteil hat, dass am Ende ein klar definiertes Ziel erreicht werden muss und dass über Meilensteine auf dieses Projekt, auf dieses Ziel hingearbeitet werden kann. Wir haben eine wesentlich bessere Kontrolle und am Ende mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch eine effizientere Lösung. Frau Sinemus, wie kommen wir zu diesen Standards? Kriegen wir das in dieser kooperativen Form hin oder gucken Sie dann am Ende doch auf den Bund oder sagen Sie nein, nein, das müssen wir schon gemeinsam machen? Das muss gemeinsam passieren, anders funktioniert das ja überhaupt nicht. Ich denke, diese Kombination aus Interoperabilität, Standardisierung, das Ganze aber auch mit einem ganz gewissen Pragmatismus so umzusetzen, dass es nachher funktioniert, wenn man das so ein bisschen berücksichtigt, dann haben wir die Eckdaten, aber am Ende des Tages funktioniert das nur, und da greife ich das auf, was meine Vorredner gesagt haben, wenn ich ein wirklich einheitliches, ich sage es nochmal, einheitliches Projektmanagement habe und ganz ehrlich, das Problem am Anfang eines Projektes ist häufig, sich über das Ziel einig zu werden. Und vielleicht sollte man sich da mal am Anfang drüber einig werden und dann das Ganze runterbrechen, auf Standards ein bisschen pragmatisch gut umgehen, aber die Interoperabilität nicht erst zum Auge verlieren. So, Herr Fehrenkotte, kriegen wir das aber in dem System, so wie es verfasst ist und von dem wir wissen, wir können es nicht ändern, Punkt. Das müssen wir jetzt mal hinnehmen. Was brauchen wir, um in dem System, in dem wir leben und arbeiten, das besser hinzukriegen? Das, was wir besser hinkriegen müssen, bei allem Verständnis für viele, die gesagt haben, es ist ja schon gut, glaube ich, sollten wir nicht unterschlagen. Ehrlich gesagt, das ist ja das, was jeden Tag passiert. Jeden Tag sitzen viele in Deutschland, nicht nur bei uns, sondern in vielen Kommunen, in vielen Landesverwaltungen und vielen Bundesverwaltungen in unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen, Leute in konkreten Digitalisierungsprojekten. Und die machen genau das, die Ministerin beschrieben hat, also ihr Ziele vereinbaren und dann runterbrechen. Also klassisches Projektmanagement von den Zielen, die Etappen, in denen man sie erreichen will, definieren. Vernünftiges Projektcontrolling aufsetzen, Milestones definieren, häufig noch Veränderungsmanagement, wenn es große Veränderungsprozesse gibt, alles, was dazu gehört. Und das passiert schon, das passiert vielfach und es passiert leider fast überall, würde ich nicht sagen, es gibt inzwischen doch stärkere Aufmerksamkeit, politische Aufmerksamkeit, was ich gut finde, aber eben noch nicht flächendeckend. Wenn wir es in Deutschland schaffen, dass so etwas, was tatsächlich schon passiert, mit viel mehr Management Intention und auch mit etwas mehr finanzieller Unterstützung passieren könnte, hätten wir schon viel gewonnen. Der Mehrwert eines solchen Vorgehens muss sich auch irgendwo lohnen. Das heißt, wir leisten eine Investition, wenn wir da rein investieren, dann haben wir aber auch einen Ertrag. Und für die Armen im Bundesbereich, Herr Bürger, wir beide, die von der Kameralistik gescholten sind, die nicht nur so eine mittelfristige Finanzplanung haben, aber keine Investitionsplanung, für die ist das natürlich besonders bitter. Aber das ist das, was man in Projekten macht. Am Anfang investieren, starkes Management, um danach jetzt Ziele zu erreichen. Das funktioniert schon. Es braucht mehr Management Intention und ein bisschen, darf ich das entlehen, das Wort etwas schmiermittel. Herr Ruge, bei dem Satz, es braucht mehr Geld, da haben Sie wahrscheinlich sofort Hurra geschrien und gesagt, das ist so. Also mehr Mittel müssen am Ende auch ins System, weil wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, wie die Ausstattung ist. Und wir alle wissen, die Ausstattung ist nicht immer so, dass das dann zusammenpasst. Aber da darf dann auch nicht jeder was Neues kaufen. Oder eben doch, wenn Interoperabilität da ist. Wie sehen Sie das? Also ich kann jetzt auch sagen, die Frage, ob wir immer mehr Mittel brauchen, und wir brauchen für diesen Bereich mehr Mittel, ist mal die Frage, was wir übergeordnet immer machen ist, wir schaffen immer neue Ansprüche, wir schaffen immer neue Dinge, die administriert werden müssen. Wir brauchen für jede Genehmigung, eben nicht Deutschlandgeschwindigkeit, sondern wir prüfen uns materiell zu Tode. Wir könnten auch eine Ebene drüber machen, mit Aufgabenkritik und Abbau beginnen, dann hätten wir auch Mittel auch für diese Bereiche. Wir brauchen aber für die Digitalisierung und die Modernisierung der Verwaltung insgesamt, das gilt für den Bund, die Länder und die Kommunen, Ressourcen. Die bestehen persönlich und finanziell nicht ausreichend, das ist mal unzweifelhaft. Das, was hier zum Projektmanagement gesagt worden ist, ist ja alles richtig und wir brauchen das, auch wenn hier drei Viertel der Leute im Raum und drei Viertel der Stände damit Geld verdient haben, wir brauchen das auch mehr Inhouse. Der Einzige, der Großprojektmanagement kann, ist Herr Fehrenkotte hier an der Stelle und die Länder als solches. Wir brauchen auch mehr Auftraggeberfähigkeiten, um die Steuerung solcher Dinge kommunal, Länder- und Bund bezogen hinzubekommen. Was wir nicht brauchen, ist, dass irgendjemand glaubt, er kann mit irgendeinem Projekt bei irgendeinem der ganzen Anwesenden hier wieder irgendein Ding durchsteuern. Das funktioniert nicht. Wir brauchen eigene Steuerungskompetenzen und dafür Ressourcen und Know-how. Ich habe in der Kreisverwaltung im Bereich IT 10, 15, 20, 25 Leute. Mein Gesundheitsamt sind 100 Leute und mein Veterinär, an welchem Kloppenburg bin, sind 200 Leute. Ich brauche also Kompetenz und der Projektmanager ist einer, wenn es gut läuft sozusagen. Ich brauche also eigene Kompetenz, ich brauche dafür Ausstattung, ich brauche dafür Geld und dann modernisieren wir das auch Schritt für Schritt. Und der Bund kann gerne dafür sorgen, dass wir übergeordnet funktionelle Register haben. Er kann gerne auch für Datenräume sorgen. Er muss dafür sorgen, dass Kommunikation ebenenübergreifend funktioniert und dafür können verbindliche Standards gesetzt werden. Das kriegen wir dann schon hin. Aber wir brauchen personelle und finanzielle Ressourcen, um Verwaltungsmodernisierung projektbezogen zu steuern und besser zu machen. Herr Pörksen, so ähnlich haben Sie das vorhin auch gesagt. Also wir brauchen mehr Geld und wir sind gerade dabei, den Haushalt wieder zusammenzustreichen. Zumindest im Bund. So, was können die Länder da was gegensetzen? Die Frage kann ich mir jetzt eigentlich selbst beantworten. Oder? Also wir haben den Ländern muss man oder einigen Ländern muss man den Vorwurf machen, dass sie zum Beispiel für Registermodernisierung und so auch keine Vorsorge getroffen haben. Irgendwie gedacht haben, das wird schon. Und wenn der Bund das will, wird er das schon irgendwie bezahlen. Also wir müssen alle Wir müssen alle dafür viel tun. Meine Erfahrung, auch aus Hamburg ist, und deswegen finde ich das schade, dass der Bund das nicht hat, obwohl wir das so schön in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben. Wir haben am meisten Fortschritt durch das gemeinsame Budget erreicht. Alle, die Vorhaben, Modernisierungs-, Digitalisierungsvorhaben hatten, die mussten eben ein professionelles Projektmanagement vorweisen, sonst hätten sie die Zentralkohle nicht gekriegt. Und die Zentralkohle sorgt dafür, dass es einen Plan gibt und dass man sich das gemeinschaftlich anguckt und dass alle zusammenarbeiten müssen und so weiter und so fort. Und nur, ich weiß, das haben wir natürlich als Stadtstadt, haben wir das da einfach. Zweiter Punkt, den ich gerne noch, wenn Sie erlauben, sagen würde. Auch was die Kommunen angeht. Wir im Norden haben das große Glück gehabt, dass vor 20 Jahren kluge Leute gesagt haben, wir müssen es zusammen machen. Die Tatsache, dass wir mit Datapod einen leistungsfähigen, riesigen Dienstleister haben, vor dem alle Angst kriegen, weil er so groß ist und wächst, es hat uns unglaublich viel geholfen, weil wir eben schon seinerzeit nicht alles selber machen mussten. Und wenn ich mir angucke, was die Kommunen angeht, Schleswig-Holstein, da gibt es überhaupt diese ganzen Kommunaldiskussionen nicht, weil der kommunale Dienstleister mit eingebunden ist und man das auch gemeinsam entwickelt und vorantreibt. Und das sind die wichtigen Punkte. Wir müssen auch, wenn wir über den kooperativen Föderalismus reden und über Register, wir können nicht auf die Langsamsten warten. Und wir müssen es hinkriegen, dass auch nicht Einzelne ausscheren können und sagen, wir sind ein großes Land im Süden, wir können sowieso alles alleine. Das müssen wir auch hinkriegen, dass das gemeinschaftliche Erfolg und zu Ihnen wollte ich noch sagen, Eva hat uns gezeigt, dass es funktionieren kann, wenn Einzelne was übernehmen für alle. Also das war ja gar nicht in unserem Mindset genug drin. Aber richtig gut, da gebe ich es Ihnen völlig recht, ist, wenn wir anfangen, in Wettbewerb und in Marktplätzen zu denken. Also ich fand zum Beispiel super, neulich gab es einen Aufruf, wer in der Republik arbeitet an vernünftigen digitalen Lösungen für die Beihilfe. Alles, was interessiert uns alle, haben wir alle mit denselben Sachen zu tun. Dann lass doch die, die sozusagen da voranpreschen wollen, die Ideen haben, die schon voran, lass die doch was entwickeln. Und das muss man nicht planen und festlegen, sondern das ist die Sachen, die uns auch voranbringen können. Und da haben wir, glaube ich, aus dem Prinzip von Eva gelernt. Und die Grundsatzsachen, da brauchen wir die Standards und wir warten dringend auf die Identifizierungsgeschichten und dergleichen mehr. Und ich bin auch dafür, mutiger zu sein. Ich verstehe nicht, warum wir im OZG jetzt nicht gesagt haben, die Unternehmensleistung gibt es dann nur noch digital. Und es ist auch eine schräge Debatte, die wir immer wieder im politischen Raum haben, dass wir sagen, wir müssen die Sachen noch analog anbieten. Also auch in Dänemark, wer damit nicht umgehen kann, der geht schön in die Bibliothek, da gibt es einen Stand, wie ein Bürgerzentrum, da geht man hin und da kriegt man geholfen und es wird einem für einen gemacht. Und wer das nicht kann, kriegt es hin, aber es ist trotzdem ein digitales Verfahren und das kriegen wir irgendwie in unsere Köpfe nicht rein. Und das sind die Punkte, wo wir, glaube ich, noch einen nachlegen können. Herr Bürger, ich weiß, Sie sind unruhig, Sie kommen gleich. Nein, nein, jetzt noch nicht. Ich will noch ein bisschen schwerer machen. Herr Kühn noch mal. Also wenn wir jetzt hier hören, mehr Geld auf der einen Seite, aber dann doch auch Veränderung von Strukturen. Was ist bei Ihnen wichtiger? Auf jeden Fall die Strukturen. Also es war viel Geld im System schon drin. Wenn das eben trotzdem jeder selber macht und das auch die zusätzlichen Ressourcen, auch in den Kommunen, die übergefordert werden, die versinken in diesen Projektstrukturen, ist zumindest unsere Beobachtung. Wenn es dann 16 sind oder noch mehr, die mitreden und alle reden über das Gleiche auf der gleichen Ebene und es gibt kein Enddatum im Sinne des Projektmanagements, bis wohin man eine Entscheidung treffen muss oder keine Verbindlichkeit, dass im Zweifel einer entscheiden kann, wenn andere nicht zum Zugekommen. Und die Projekte, die wir beim Bürgerkonto oder bei anderen gesehen haben, die auch vom BMI mit Müh und Not gemanagt worden sind, aus der Problematik heraus, dass so viele mitreden, dann entsenden die Kommunen oder in dem Fall die Länder eben Leute in Arbeitsgruppen. Mal ist ja einer krank, mal ist das jemand neu. Also das sind keine professionellen Projektmanagement-Strukturen, die versuchen über die Grenzen hinweg mit viel Ressourceneinsatz die Entscheidung zügig herbeizuführen. Das heißt, wenn der Bund die Kompetenz kriegt und da sind wir bei Strukturen, innerhalb von drei Monaten brauchen wir einen Datenausstoßstandard für die Meldung von Pandemie-Zahlen ans RKI und das ist der Auftrag. Und natürlich macht man das zusammen mit den Ländern, also nicht ohne sie oder zusammen mit den Kommunen, aber alle wissen, im guten Projektmanagement, in drei Monaten muss die Entscheidung da sein und im Zweifel entscheidet der Bund und er hat die Kompetenz, dann geht das viel schneller und dann muss man nicht Sormas vorschreiben und ein Jahr versuchen, das in die Fläche zu bringen. Das als Bild, wo die Reise hingehen müsste, aus unserer Sicht, was auch die Kompetenzverteilung anbelangt. Also es ist Struktur statt Geld. Ich sehe Ihre Nervosität, aber ich will Herrn Kolat und Herrn Thuy noch hören. Bitte schön. Zum gleichen Thema, also auch nochmal Strukturen und oder Geld oder wo ist da die Hierarchie bei Ihnen? Ich würde mich Herrn Pörksen anschließen, das muss in die Köpfe rein. Das ist das Hauptthema, glaube ich, was wir haben, an vielen Ecken und Enden und ich glaube, da sind natürlich Bundesbehörden, Landesbehörden sind da schon sehr, 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 sehr weit und wir müssen es aber weiter runtertragen. Projektmanagement ist eine Disziplin, das andere ist, Herr Werner, Gott sagte es schon, auch dieses Veränderungsmanagement-Thema und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich finde, Projektmanagement hat die öffentliche Verwaltung wahnsinnig nachgeholt in den letzten 20 Jahren. Also das würde ich nicht ganz so, Sie haben es ja sehr drastisch dargestellt, ich finde, da ist viel passiert. Früher war das so, dass der Referatsleiter dann das noch mitmachen durfte. Ich finde, da ist viel passiert, was jetzt nachgezogen werden muss, Change Management, Neudeutsch, da würde ich ansetzen. Strukturen helfen immer, aber wenn man sie nicht hat, muss man sich halt überlegen, wie kriegt man das dann hin und da ist das Mindset, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Herr Thuy, nochmal von Ihrer Sicht. Ja, also es ist ja schon auch das Thema Auftraggeberschulung genannt worden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Veränderungen können gerade in der öffentlichen Verwaltung natürlich nur von oben sozusagen Mindset-technisch durchgesetzt werden, wie sollte jemand in einer nachgeordneten Ebene dieses Mindset entwickeln, wenn es nicht von der Hausleitung sozusagen vorgelebt oder vorgedacht wird. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt und wir haben natürlich einen wichtigen Unterschied. Sie sagten, wir müssen die Kompetenzen oder die Produkte auch selber entwickeln. Das ist in der Wirtschaft natürlich anders. Da entwickelt jemand den Standard und stellt den dann anderen in der Regel gegen Geld zur Verfügung. Das ist so eine ähnliche Funktion, wie das Bundesverwaltungsamt für die Bundesverwaltung auch ausübt und es ist eben, wir müssen, glaube ich, ein bisschen weg davon, dass jeder sozusagen die Kompetenz selber haben muss, sondern gerade so bei technischen Lösungen, bei Digitalisierungslösungen kommt es sicherlich auch darauf an, dass im Wettbewerb die beste Lösung gefunden wird und sich dann aber eben auch durchsetzt oder umsetzt. Und das ist ja ein bisschen die Schwäche des Föderalismus bei allen Vorteilen, die ich in der Einschätzung teile, dass eben die Kompetenz, gelungene Lösungen auf andere Ebenen durchzusetzen, dass die ein bisschen, ich sage es mal, unterentwickelt ist. So, Herr Ruge, Sie hatten vorhin so eine Anwallung, als es hieß, da muss der Bund eben entscheiden. Dann sind Sie natürlich unter die Decke gegangen. Ich ahne, warum. Lassen Sie uns teilhaben. Ich bin ja auch schon ganz ruhig. Ich glaube eben nicht, also wenn der Bund entscheidet, dann kommt da die E-Mail raus. Wenn der Bund entscheidet, dann kommt da der neue Personalausweis raus, was Identifikation angeht. Wenn wir entscheiden, dann würden wir schon vor 20 Jahren, vor 20 Jahren hätten wir schon die Legitimationsdinge der Sparkassenfinanzgruppe, der Deutschen Bank und der Commerzbank genommen. Ende wäre es gewesen. Wir sind da viel pragmatischer und gucken Sie sich die Hunderten und Tausenden von digitalen Dienstleistungen auf kommunaler Ebene an. E-Identifikation wäre durch. Wir haben eben nicht diese Großprojekte, die da scheitern, sondern wir sind in der Lage, sachgerecht zu entscheiden und gut ist es sozusagen an der Stelle. Und wenn man da Vertrauen hat und Empowerment, wir kriegen das ja, wir beweisen das bei jeder einzelnen Sparkasse, dann würden wir auch das machen. Also insofern halte ich davon gar nichts. Ich will aber gar nicht das alles völlig versegen. Wir haben ja auch Standardisierungsgremien, die müssen mal genutzt werden, auch die müssen gestärkt werden. Wir haben ja Entscheidungsgremien, wir haben 3 Milliarden Euro Konjunkturpaketmitteln. Dafür weggepulvert, dass wir nicht nur E-Fahr gemacht haben, sondern dass wir eigentlich ein Unternehmenskonto und eine Identifikation für Privatpersonen haben. Die liegen noch nicht vor. Das ist alles eigentlich konsentiert. Die liegen noch nicht vor. Also insofern sollte man nicht versuchen, den schwarzen Peter auf kommunaler Ebene zu schieben an der Stelle. Das zeigt sich, dass das nicht weiterführt. Wir sind mit diesem ganzen Geld und den ganzen Ressourcen, mit diesem gesteuerten Verfahren bis jetzt nicht weitergekommen. Wir sind da bei jeder Sparkasse weiter. Jetzt machen wir nur ein paar Minuten länger und lösen nochmal eine wunderbare Aufgabe. Herr Ferienkorte, Sie dürfen anfangen und Herr Bürger kann dann weitermachen. Da war vorhin das wunderbare Stichwort bei der Beihilfe. Das ist ja so ein Fall, wo wir alle sagen, Beihilfe. Das ist so ein wunderbarer Fall, wo wir alle sagen, wenn wir das so digitalisiert hinkriegen würden, und ich komme gerade von der Veranstaltung da unten auf dem Schiff, wo übrigens die ID und der Personalausweis als ID und als Zugangsvoraussetzung eigentlich konsentiert war. Hier höre ich gerade, ist das vielleicht doch nicht so. Kurz und gut, was wünschten Sie sich da bitte schön in der Fährenkotte? Ja, also Beihilfe bin ich natürlich ganz selbstbewusst, weil wir, wollen wir sagen, einen derjenigen in Deutschland waren, die mit der Beihilfe-App tatsächlich einen Standard gezeigt haben, wie man das machen kann als öffentliche Verwaltung. Wir brauchen keinen Vergleich mit Krankenversicherung zu scheuen. Die Krankenversicherung haben häufig noch nicht mal den Rückkanal. Bei uns kann man die Rechnung abfotografieren und man kriegt den Beihilfe-Bescheid aufs Handy. Das haben sonst andere viele nicht. Alle Sicherheitsstandards gewahrt. Und jetzt zur Zeit sind wir dabei, das gesamte Verfahren noch zu digitalisieren, weil wir da nur Teile digitalisiert haben. Das ist ziemlich aufwendig, weil das ein großes Verfahren ist. Und da kann man eine ganze Menge machen. Aber wir wissen, wohin wir gehen. Weil Stichwort elektronischer Personalausweis, etwa in dem Bereich, wo wir das Bildungsministerium die BAföG-Darlehen einsammeln, da kann der Darlehensnehmer heute im elektronischen Personalausweis sich einloggen und kriegt nicht nur seine Darlehensstände, der kriegt die komplette elektronische Akte. Und so geht Digitalisierung mit Einsatz des elektronischen Personalausweises. Und dann, weil nachher Herr Böhrer dran ist, will ich mal das Bundesinnenministerium im Stück in Schutz nehmen, was elektronischen Personalausweis angeht. Das wäre ganz anders gelaufen, wenn damals der Haushaltsausschuss nicht die verdammten 9 Millionen gestrichen hätte, die eine Werbekampagne gekostet hätte. Diese Werbekampagne hätte einiges bewirkt. Man hat gedacht, das ist nicht erforderlich. Und das ist also wirklich politische Obstruktion gewesen und hat den elektronischen Personalausweis einen sehr, sehr schwierigen Start gegeben. Also elektronischen Personalausweis einfach nur zu machen und zu sagen, es gibt einen staatlichen Dienstleistung, die kennt kein Mensch, ja, und keiner weiß es. Und in den Bürgerämtern wird dann gesagt, naja, er könnte das wahrscheinlich sowieso nicht einsetzen. Dann hat es halt Schwierigkeiten. Dann kann man noch so gute Politik machen. Bei der E-Mail geht es ja so ein bisschen ähnlich. Es geht nicht nur um die Ideen, sondern auch staatliche Organisationen muss auch vermarkten können und das darf auch was kosten. Dafür muss auch der Staat bezahlen. Meine Auffassung. Jetzt kann ich hinzufügen, bei meiner Grundsteuererklärung habe ich gemerkt, dass das hilfreich ist. Und mit der Grundsteuererklärung habe ich es zumindest für einen Teil hingekriegt, Herr Bürger. Also da bin ich drauf gestoßen worden und es hat sogar funktioniert. Nehmen Sie ausdrücklich in Schutz, nicht Sie, aber die Ämter. Das war leichter, als meine Kolleginnen und Kollegen oft das beschrieben haben. Aber das war nur eine Randbemerkung. Kommen Sie noch mal auf den Punkt, wie kriegen wir das hin, zum Beispiel Beihilfe als eines der Themen, wo wir jetzt die Frage zentral, dezentral, wie wir das noch mal matchen. Drei Anmerkungen, hoffentlich, wenn Sie noch gestattet sind. Also erst mal Kritik völlig in Ordnung. Auch an die E-Mail-Kai völlig in Ordnung. Aber drei Anmerkungen. Erstens, viele Defizite, die wir hier gerade auf dem Podium untereinander diskutiert haben, kommen zustande, weil wir natürlich in heterogen gewachsenen Strukturen mit unterschiedlichen Interessen sind und es uns schwerfällt, uns einheitliche Entscheidungen zu fällen. Das muss man ganz klar sagen. Ihr seid auch in den Gremien mit drin und hättet das alles anders entscheiden können. Das hat schon ein bisschen was mit unserer Verfasstheit zu tun. Ich sage das mal nur ganz allgemein. Zweite Anmerkung, weil wir ja eben eigentlich fast weniger über Föderalismus, sondern eigentlich über Digitalisierung gesprochen haben. Das ist mir noch mal relativ wichtig, um auf zwei Aspekte einzugehen. Das Erste ist, natürlich müssen wir in Deutschland noch mal die Frage beantworten, Zielbild, wie soll die deutsche Verwaltung, wie soll das aussehen in Zukunft, wie wollen wir das erbringen, die Services intern, innerhalb der Verwaltung, außerhalb der Verwaltung. Wenn wir das wissen, dann wissen wir, wie Architekturbilder oder Referenzarchitekturen aussieht. Wenn wir das wissen, dann wissen wir auch besser, wie wir mit einer Standardisierungsagenda umgehen können. Dann können wir auch standardisierte Plattformen anbieten, Low-Code, Open-Source-Entwicklungsumgebung. Dann kann aus einer für alle auch einer für viele oder viele für viele werden. Hätte ich gar kein Problem damit. Dann kannst du auch drei Kindergeldantragsverfahren darauf bereitstellen, inklusive Fachverfahren, kann sich jeder unterladen. Dann ist man auch in einem anderen Match. Und das fände ich auch in Ordnung. Richtig und wichtig finde ich aber im Augenblick die Entwicklung. Und ich sage noch mal, man muss gar nicht der Bund machen. Das hilft auch gar nicht, Kai, wenn man jetzt gegenseitig mit Finger aufeinander zeigt. Ich sage nur, einer sollte Basiskomponenten bereitstellen. Also wir müssen bei der Infrastruktur, also Architektur, Infrastruktur, Basiskomponenten, man merkt, dass das was bringt. Die Bund-ID als Konto jetzt plötzlich drei Millionen, nur alleine durch das Verfahren 200 Euro Einmalzahlung und so. Also solche Sachen sind schon der richtige Weg. Also Basiskomponenten und Infrastruktur. Und das darf jemand zentral machen. Wie gesagt, muss nicht der Bund sein, können auch die Länder im Zusammenschluss sein oder wir alle gemeinsam. Da habe ich nichts dagegen. Dritte, letzte Anmerkung noch mal, weil das richtig ist. Da bin ich nicht einverstanden, wenn wir immer der Politik immer nur sagen, wir brauchen mehr Leute und mehr Geld für Digitalisierung. Das ist auch ein gefährlicher Sackgassel. Wir müssen den auch klarer machen und das können wir immer noch nicht. Es ist doch eins, es ist doch klar, das weiß ja jeder im Raum. Digitale Verfahren, ob innerhalb einer Behörde oder Antragsverfahren, egal wo und wie, sind günstiger als analoge. Das kann ja keiner ernsthaft bestreiten. Das ist hundertprozentig so. Und das müssen wir klar machen. Wir können es meistens nur nicht darstellen, weil wir gar nicht wissen, wie teuer unsere analoge Verfahren sind. Die Hamburger haben das jetzt wenigstens mal ein bisschen ausgerechnet bei der Ummeldung. Die können jetzt mal ein bisschen belegen, was kostet analoge Verfahren, was kostet das digitale nur in Hamburg, was kostet das gleiche Verfahren digital in ganz Deutschland. Da sitzt der Jörn Riedl, der weiß, wenn er digital das Verfahren in Hamburg macht, kostet es zwischen 14 und 24 Euro. Die gleiche Software, deutschlandweit ausgerollt, fällt der Case auf 20 Cent. Das ist die Story für die Politik. Und der zweite Aspekt, auch genauso wichtig ist, wir müssen Leute einsparen. Wir haben Fachkrämpfermangel. Wir wollen den Leuten ja nicht die Jobs wegnehmen. Und deswegen auch bei Beihilfe. Gut, wenn ihr das macht. Es gibt, das sind alles regelbasierte Verfahren, die man in vollständiger Dunkelverarbeitung machen kann. Die können wir vollständig in Dunkelverarbeitung machen. Und wir brauchen Fachkräfte für andere Sachen. Wir können also Geld damit einsparen und natürlich auch Personalressourcen effizienter einsetzen. Und das muss man, glaube ich, nochmal deutlicher machen, jetzt gerade, wo das Geld ein bisschen knapper wird. Entschuldigung. Alles gut. Aber wir müssen wahrscheinlich erstmal investieren. Und das ist das Problem, was wir eben ganz häufig haben. Insofern sage ich ganz herzlichen Dank für die Debatte. In der Tat, wir haben weniger über Föderalismus geredet. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass hier keiner die Lunte da wirklich dranlegen will. Vermutlich auch aus ganz pragmatischen Gründen. Wenn wir das nämlich erst noch als Debatte führen, dann sind wir fünf Jahre beschäftigt und wir kommen nicht weiter. und da sage ich jetzt als Bürger würde ich mir was anderes wünschen. Es gibt aber mindestens so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und ansonsten fürchte ich fast, werden wir nächstes Jahr nochmal über das Thema diskutieren. Ich danke Ihnen jetzt ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben ein paar Minuten länger gemacht. Ich bitte um Dispense dafür, aber Herr Lorenz hat mir das vorhin freigegeben, dass wir ein paar Minuten länger machen dürfen. Schimpfen Sie ihn und nicht mich. Ich wünsche uns allen einen angenehmen Abend. Dankeschön. Applaus Dankeschön. 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 Danke. 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 Danke.